Ja, das wüsste ich auch gerne. Wie hast du das gemacht? Yes, Papi, I can hear you. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe gerade bemerkt, vielleicht sollten wir doch noch mal uns angucken, wie wir Local Mods in den TMP reinkriegen. So, danke für den Lörg, viel Spaß beim Essen. PAD entdeckt. Die Local Mods. Wo sind sie denn? Hallo, Nosa. Da. Hallo. ALM. Local Mods. Vehikel. Trailer Mods. Compatible with Truckers. Pass mal auf, weißt du, was wir machen? Äh, bitte, 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 bitte. Wir nehmen diesen Link und schieben ihn woanders hin. Nämlich da hin. In den Discord muss ich, Uwo. Du musst in den Discord, Uwo. Selber Discord. Entschuldigung. Ja, bitte. Hallo, Herr Tarsik. Ah, bitte, 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 bitte. Important. Please read. If you did enjoy or find this useful, consider subscribing or leaving the like. This entire video has a transcript available. Press the CC button. Bra, 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 bra. It's time to, what? It's, it's time for an update guide for local modding. Let's see on the last update. 21.10. Mhm, mhm, mhm. Kriegen wir das on the fly hin? Mal gucken. Ich dachte, das sagt er. Weiß ich nicht. Ich hab noch nicht gehört, was er gesagt hat. Ich glaube, er hat erst mal Hallo gesagt. Krass, ne. So, pass auf. Erst mal gehen wir in die Gaming-Szene. Hallo. Und dann ändern wir die Fensteraufnahme nach das, was wir haben wollen. How to... Dingsbums. So. Ich welle. Äh, warum hab ich noch kein... Hab ich das nicht hinzugefügt? Ich dachte, ich hätte. So. Ich mach mal kurz meine ruhige Playlist an. Sehr ruhig. Dann geh ich hier rüber. Und... Dann mach ich das. Und dann drück ich... Hey, guys. Willkommen zu einem Lokomod-Video. Hallo. In diesem Video, ich zeige euch, wie zu installen Lokomods für Trucker's MP mit dem Projekt ALM. Lass uns einfach reinhauen. Also, erst mal, wenn ihr einfach mal in meinen Discord-Server gehen wollt, dann gehst du nach dem ALM-Download-Channel. Wild. Okay, wer ist dein Discord? Sehr ist dein Discord. Äh, was ist wenn ich... Was, wenn ich das mache? Haha. So, einmal beitreten. Du, 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 du. Äh, Notification. Überspringen, überspringen. Äh, abschließen. Ist mir egal. Jaja, es war über Regeln. Ich brauch keine Regeln. So. Wir sehen nicht, dass es vorhin zeigt. Doch, wo ist es? Was muss ich? Ups, falsches Ding. Was brauche ich? Das brauche ich nicht. Lokomod Bypass. Äh, A, L, 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 M, L, L, M, A, O, ALM. Ich brauch die ALM. Wo ist die ALM? Äh, ALM Download. Wo ist denn mein Discord? Da, Discord, guck mal her. Save at is ALM. Äh, ist da eine Plugins. Nice, den gibt es gar nicht mehr so. Äh. Äh. Sterio. Local Mods ALM. Plugins 1, 4, sind wir 1, 4, 9. Haben wir die 1, 4, 9 mittlerweile? Project ALM da. Update available. Edit. Download, 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 bada, 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 bada. Bada, 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 bada. Bada, 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 bada. ALM Download. Projekt ALM. Projekt ALM. Hm, na gut. Jetzt glaub ich dasselbe. Mal gucken. Und wenn du einfach die letzte Version des Projekt.dlm möchtest, dann ist es immer der Download am Ende dieser Kanal. Okay, ich download hier. Ich möchte dich gerade verlassen, jawohl. Create a download link, yes. Gucken wir mal hier. Download link is ready. Ja, das ist ja schön für dich. Aha, aha. Cool. Ich liebe es, ey. Wo schiebt ihr das denn immer hin? Warum ist denn die dumme Download-Sitzung ständig leer? Na gut, ähm, mache ich das. Äh. Hat er es nicht reingeschoben, warte mal, hat er das. Wo hat er das denn reingeschoben? Hat er das hier rein? Äh. Nö. Auch nicht. Cool. Hier vielleicht irgendwo. Warte mal. Außerdem ist mir das viel zu dunkel hier. Ja, ich sehe gar nichts. Die Seite ist ein wenig seltsam. Auch das ist ein Standard. Was ist, Share-Mods? Das ist eine Standard-Dingsbums-Seite. Eine ZIP-Datei. Wo hast du mir die... Warum sehe ich das alles denn nicht mehr? Wo hast du es denn... Wie hieß das Ding? Projekt? Man, Digi, frag mich doch einfach, wo du es hinspeichern sollst. Okay, ich guck mal eben kurz. Downloads. Folgenden Ordner abspeichern. Ja, aber warum zeigst du mir die dann nicht an? Junge. Muss ich vielleicht auch irgendwann mal ändern hier. Ja, so, da. Downloads. Ich sehe es halt nicht. Wenn das Abspeichern an der Datei, wie immer wieder zum... Habe ich richtig Lust heute drauf. Warum habe ich gedacht, mal eben schnell... Das mit den Mods nochmal kurz gucken wäre eine gute Idee. Okay, hm. Kann ja jetzt nicht alle Benutzer durchsuchen hier. Jetzt fragt er... Also... Jetzt fragt er mich, wo ich das hinspeichern will. Warum hast du das denn eben nicht gemacht? Ich schiebe es mal auf den Desktop rauf. So, jetzt ist es auch da. Okay, ist ein Waterfox-Ding, glaube ich. Keine Ahnung, wo er das hingespeichert hat. Ich werde mal... den kompletten Rechner danach durchsuchen. Mal gucken. Oh, kann sich ja... Kann ja ein bisschen Zeit lassen. So, Projekt ALM. Okay, jetzt wird es fishy. Ist tatsächlich eine Anwendung. Ich habe ein bisschen... Okay, wenn es... Hm. Naja, das... Das Video hat jetzt... Nicht mehr Daumen runter als Daumen hoch. Ey, was soll schon passieren? Hauen wir uns live den Rechner kaputt. Kein Problem. Ich muss mal kurz... Ich durchsuche mal ganz kurz ein paar Sachen gerade. Ich gucke mal gerade. Das ist ein Launcher. Ja, das ist ein bisschen... Ich finde es ein bisschen... Ach, ChrisBot war das. Aha, du hast einen Downloads gedreht. Na, das ist ja wild. Ja, normalerweise... Ich also gerade bei OBS oder so... Da mag ich Exit-Dateien sehr gerne. Aber bei irgendwie Mods oder so... Ist immer ein bisschen... Hm. Ich weiß nicht. Ich gucke mal gerade, was er macht. Aha. Aber das ist eine Exit-Datei. Junge. Moment, Moment. Okay, das ist schon... Das ist schon Quatsch. Das ist schon Quatsch. Ich habe ja keinen... Ich habe ja... In der ZIP-Datei ist nur eine Exit-Datei drin. Okay. Na ja, YOLO, wa? Pass auf. Wir können ja mal... So, das ist das. Das will ich nicht. Ähm... Gucken wir mal da hin. Ich schiebe das mal da rüber. So. Was können wir hier denn machen? Machen wir das doch mal. Hm. Okay. Ach komm, YOLO. Okay. Auto-Mod. Terms of Service. Use Project LLM. You must agree with Terms of Service. By clicking Accept. Okay. LLM, was? Because... Instead of Web-Leave. Hm. Das ist schon mal... Ah ja. Okay. Okay. Ist legit. So. So. Ich kriege halt ein Programm, das heißt Auto-Mod. ALM. Auto-Mod-Loader. Ah. Glaube ich zumindest. Warte mal. Aber jetzt ist die Frage... Also. Das ist halt ein bisschen anders als in dem Video. Das ist mein Problem im Moment gerade. Es sei denn, Download Tools, Tutorials, Settings. Mal gucken wir kurz in die Settings rein. Clear Cache. Save, Repair. Open DAX. Labit-labit-labit-labit-labit-labit-labit-labit-labit-labit-labit-labit. Uh, es gibt Deutsch. Neues. Ich mach mal Deutsch. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ich lad mir doch keine ältere Version herunterladen. Herunterladen. Klar, ich brauch ein Blahai bei mir im Dings. Okay. Warte mal. Wir gucken mal weiter eben. Auf jeden Fall. Die Anwendung hab ich jetzt quasi entpackt. Straight into the Plugins folder. Ich weiß noch nicht ganz, was er jetzt macht. Let me show you the game is closed. Ja, ja. Game is closed. So. Vielleicht wird mir ja klar, was er macht. Next. If you just want the Extract Project DLM. Hä? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wieso hat denn jetzt zwei Dateien? Wo haben denn zwei Dateien hier? Channel. And also Download. And also. Also Download. Also Download. By Plug. By, 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 by Pack. Dings. Okay. Ich brauch das Plugin noch. Warte. Das Plugin. Bypass. Ich brauch das Bypass Plugin. Yes. So wird ein Schuh draus. Alles klar. So. Ich muss auf Start Download klicken. Er hat noch gar kein, er hat noch gar kein, er hat nichts runtergeladen, weil er fragt mich halt immer, wo ich, er fragt mich, wo ich es hin speichern will. Ich hab nur halt mal letztens das Problem gehabt, dass ich nicht mehr wusste, wo er eine Datei hingespeichert hat. Jetzt hat er sie da. Achso, ihr seht's nicht, aber jetzt sind beide Dateien drin. So, jetzt gehen wir mal hier in den Zip-Ordner. Da ist die DLL. So. Was machen wir mit DLL? Wo muss hin? In, äh, in Dings. Gehen wir mal Steam. Machen wir mal Bibliothek. Machen wir mal ETS. Euro. Euro Truck. Lokale Dateien. Dann müssen wir rein. So, dann gehen wir auf Bin war's, glaube ich. Und Win64. Ist das correct? Das Beipack-Plug-In. Dann head into the Plugins-Folder. Ja, so wird ein Schuh draus. If you do not have a Plugins-Folder, make sure you describe one. So, Bin. Achso, Bin64-Plug-Ins. Ich hab noch keinen Plug-In-Ordner. Also der heißt einfach nur Plug-Ins. Okay. Also erstellen wir uns ein. Warte, ich hab gelernt, wie war das? Steuerung. Shift und N. Haha. Hab ich gelernt. So, Plug-Ins. Dann machen wir uns einen Plug-Ins-Ordner. Und da kommt das Ding jetzt rein. Now in this folder, we're going to want to extract the plugin. Ich hab's nicht runtergeladen. So, I've just head back to my downloads. Open. Warte, was? Junju macht auch nicht so schnell. Warum machen die Leute den Tutorials immer so schnell? In this folder, we're going to... So, Plug-Ins. Einfach alles rein da. Hast du ein gutes Antivirenprogramm? Eher nicht. Hä? Der Windows Defender recht vollkommen. Der hat gesagt, das ist voll easy. Gar kein Thema. So, das muss nach Plug-Ins. Hab ich gemacht. So, danke, ciao. Wie heißen denn seine Dateien? Ich muss noch mal ganz kurz gucken. If you do not have a Plug-Ins-Folder, make sure you just create one. Now in this folder, we're going to want to extract the plugin. Gut, er packt sie halt nicht rein, ne? So, I've just head back to my downloads. Open up the Plug-Ins-Bypass. Alles klar. And we just want to extract this straight into the Plug-Ins-Folder. Jo, die habe ich. Alles klar. Dann Projekt ALM. Next, if you just want to extract Project ALM. WinRAR, Alter. Open up the folder. Ich verstehe nicht, warum Leute immer noch WinRAR benutzen. And open up Project ALM. Es ist mittlerweile so, dass Windows 11 sogar jetzt nativ 7-Zip-Dateien öffnen kann. Habe ich gesehen. In here. If you just want to head over to the Tools-Page. Okay, Tools. Ich sollte mir das eigentlich mal auf die andere Seite packen, ne? Um das gleichzeitig machen zu können. Also Tools. Heißt bei mir... Werkzeuge, ja. And click on the Dev Plus Save Format Option. Okay, Save Format 2 for ETS. Okay. Ich klicke mal drauf. Die Konfiguration wurde erfolgreich geändert. Here. Ja. This is a one-time thing. You will not have to do this each time. Okay. So, what we're going to need to do is, we're going to need to head into the game, and we're going to need to make a save in the truck that we want to add a mod to. Now that I am in-game, I am in the truck. In-game. Ich hab verstanden. Was in Gimp? Was will der in Gimp machen? Hä? Ich hab kein Gimp. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Jetzt weiß ich, warum er gesagt hat. Mach die Untertitel an. Ich mach mal die Untertitel an. Ich will ja nicht die Mod auf den, auf den, auf den Truck. Ich will ja nur... Hä? Okay. Guck mal weiter. Head over to save and load. Save game. Save game, ja. And if you just want to make a new save, or use an existing save, and it's going to use this one here, which I have labeled mods, make sure you remember what you call your save. Ja, wobei, ich kann's ja auf meinem... Now that's it. Warte mal. We're gonna need to make a save in the truck that we want to add a mod to. In the truck, denn... Now that I am in-game, I am... Okay, dann geh ich einfach mal Euro, Euro, Truck rein. Äh, mach ein Save game von dem. Das ist sowieso gar keine schlechte Idee. Und in dem Truck, in dem ich bin. Okay, das können wir mal eben machen. Ich hab keine Probleme mit dem Akzent. Ist, glaub ich, schottisch. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall ist es teilweise echt schwierig. In-game, ja. Ich so, was, was will er von mir? So. Warte, Papi, nur für dich. Mach ich, äh, auch noch mitspielen. Aber irgendwann müsst ihr, äh, auch mal, äh, Commands so benutzen, wie sie, wie sie da stehen. Sonst, also generell ist das immer eine gute Idee. Wo sind ja meine Commands? Da. Ups. Mitmachen. Ähm, so. Schwub. Ich meint, äh, das geht ja noch, mitspielen. Aber jetzt fangt nicht an, mitspielen, äh, mit, weiß ich nicht. Mit, 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 mitspielen. Ja, ich will da mitspielen. Mitspielen. Läuft hier nicht. Also, lokale, äh, Slangs ist hier nicht. Ich hab zu viele Hufkorrektur... Was? Hufkorrektur-Videos? Von dem einen Schotten geschaut. Nosa, du hast generell zu viele Hufkorrektur-Videos. Was ist denn ein Hufkorrektur-Video? Ein Video, wo jemand Hufe von Pferden korrektiert, oder was? Was ist denn das für eine wilde Nische? Von Kühen. Oh, oh, sorry. Von Kühen. Nicht von Pferden. Okay. Ah, ne, Pferde haben keine Hufe, ne? Kann das... Ne, wie heißt denn das von Pferden? Ach, keine Ahnung. I don't know. Ich kenn mich bei Kühen nicht aus. Ich weiß, dass die lila Flecken haben, die die Kakao machen, und... Das reicht mir. Die sind nicht so spannend. Ach so, okay. Wild. So. Also, wir gehen jetzt in den Eurotruck. SDK-Features. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich war schon lange nicht mehr im Vanilla-Eurotruck. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Kühe sind voll krass. Mhm. Ja, die boxten einen um, wenn man nicht aufpasst. Ja, ich weiß. Ich bin in den Wissen gefühlt des YouTubes unterwegs. Ja, aber die richtig hart. Richtig Reh. So, ich warte übrigens gerade drauf, dass, ähm, das Spiel lädt. Ich sehe... Ein... Niedersattel auf Liga... Ja, so heißt das. Mhm. Mhm. Safe. Und, äh, da ist eine Yacht drauf. Diese Yacht hat einen grünen Akzentstreifen. Im Hintergrund sind Plattenbauten zu sehen. Es sieht aus wie eine... Äh, weiß ich nicht. Wie eine... wie eine... wie eine... wie eine Stadt halt. Oh. Oh. Oh, wild. Es gibt... Da, wo ich gerade bin, das gibt's gar nicht. Ich bin ja nämlich in, äh, in, äh, Nordirland gerade. Das gibt's gar nicht. Ich reise mal nach Carlisle. So, jetzt muss ich dann ein Savegame machen, wa? Speichern. Äh. So, Nosa hat gesagt... Papi-Nero spendet einen Biddy. Sorry Chris, ich muss nebenbei für in einer Woche abklären mit Hightower, weil die Gutscheine für den Familientag vom Legoland gekommen sind. Schließlich müssen wir vor 14 Uhr wissen, wer wann wo welchen Gutschein braucht, weil in den Shops die Hölle los ist. Oha. In den Shops ist die Hölle los, wild. Dann tu das mal. So, ich hab das Spiel gespeichert. Ich beende das Spiel. Beziehungsweise, ich schau noch mal eben kurz ins Video, nicht, dass er gleich sagt, ja, und ihr müsst noch das machen und jenes. Sattelzugmaschine. Sag ich doch. Ne, ich meinte, hä? Ich meinte diesen, diesen Auflieger hinten. Das ist so ein... Der ist ganz knapp überm Boden. Und da ist ne Yacht drauf. Ja. So. Bdebibu, bdebubu. Kühler ist es so. Ich guck erstmal hier. I'm in the truck, which I want to add a mod to. So I'm just gonna head over to save and load. Save game. Und if you just wanna make a new save or use an existing save, and I'm just gonna use this one here, which I have to add a mod to the mod to the mod, make sure you remember what you call your save. Okay. Aber ich habe es gespeichert. Okay. Okay. Aber ich habe es gespeichert. The modern mod from here will also work in a man. With the latest update of ALM, we also have a new option. If we're heading to project ALM, we have this new download section. Ja, das habe ich gesehen. Da sind die, die ja quasi drin. In here, we can also view any mod, which we want to install. Also ich kann nicht jede mod nehmen. Ich kann, die müssen speziell vorbereitet sein, oder was? Also ich meine, schwarz und gold sieht schon heiß aus, aber das ist das, was ist das denn? Hilfe! Aber okay. 33,3 Jahre, wild. Okay, ja, also lädt die gerne runter. Now, with that downloaded, I'm just going to extract the mod. Ja. That's in my downloads folder here. Now, I'm going to head back in the project ALM. I'm going to hit the local mods tab. Ja. I'm going to select my profile. And I'm going to select my save. Okay, das können wir schon mal machen. Lokale mods. Yes, sie ist me. Error. Steam Cloud Profile detected. Please follow the below to fix your issue. Open the click edit profile. Untick the use steam cloud box. Apply changes. Close and reopen. Ach so. Open ETS. Click edit profile. Okay, siehst du? Ich darf nämlich kein, kein Cloud Dings, äh. Wo finde ich denn Edit Profile? Wo gibt's denn das? Ist das vorne vielleicht? Geh nochmal ins Startmenü. Also das ist mein sehr das Gefühl, dass man das sauber machen kann. Nein, weiß ich noch nicht. Was mache ich denn? Vielleicht sagt er das ja noch. Wenn du eine bestimmte Mods hast. Ach, hier, Profil bearbeiten. Da ist es. Steam Cloud benutzen. Einmal ausschalten. Das Umwandeln in ein lokales Profil. Wann diesen Computer aus. Egal welcher Steam Account. Was? Durch das Umwandeln in ein lokales Profil wird dieses Profil nur noch von diesem Computer aus spielbar sein. Egal welcher Steam Account angemeldet ist. Kann ich das denn wieder... Oh, ich kann's ein- und ausklicken. Ah. Jetzt registrieren. Anwenden. So. Hab ich gemacht. Was? Ich bin Level 29 mittlerweile. Wild. Äh... So. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Okay. Ich... Ich dachte auch nicht, dass es so umständlich ist. Apply Changes. Close and reopen. Okay. Oh, press F5. Okay. Tada. Alter, wenn ich das schon wieder sehe. Da steht schon wieder heruntergeladenen Mod auswählen. Es heißt die Mod. Nosa findet Kekse nicht? Was? Nosa hat gesagt. Das war der. Genau. Das... Ach, deswegen sollte ich mir merken, wie der heißt. Was? Streamo. Nosa... Nosa spielt Sklange. Was? Nosa nicht da, weil Tor. Was? Nosa Survive. Nosa Tisch auf. Nosa, was hast du gemacht? Nosa, 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 Nosa. Erste Garage. Stream. Vor zwölf Stunden streamen. 1, 4, 8, 5 nach Tel Aviv. Loch Stress. Okay, das ist lustig. Tessa Go. Was? Was sind das hier für... Was sind das für... Für Safe Games hier? Val Event? Babies? Was? Was? Hi, Nosa? Verstehe ich nicht. Egal, Nosa hat gesagt, war auf jeden Fall der letzte Safe. Ja. Du hast gesagt, ich soll das machen hier. Haben wir also, wir wählen das auch. Was? 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 ob es vielleicht andere Sounds dafür gibt. Äh. Wo war das jetzt? Lokale Mods. Nee, es war unter Werkzeuge? Nee. Die lokale Mods? Nee. Hä? Wo war denn das? Nee, das auch nicht. Hubs, Lokal Mods. Hä? Wo war denn das? Spendeneinstellung? Mod-Werkzeuge? Herunterladen war das. Es war herunterladen. Huch. Warte, ich mach mal wieder... Erstmal mach ich das da weg. Mach ich das da wieder da. So. Also, den Blahai kann ich mir runterladen. Das ist ja schön. Interior Add-ons. Exterior Add-ons. Interiors. Scania Mercedes, DF, Trailer, Skoda, Blue Bus. Was ist der denn? ATS. Was ist der Blue Bus denn? Ach, das ist ein Bus. Alter, yo. Das sieht ja nice aus. Äh... Warte. Guck mal hier. Das sieht doch cool aus. Mod bei Felix. Aha. Orange Light. Oder hier. Uh, Orange Light. Uh. Ach, ich will den Bus haben. Nimm mal an, dass du auch deine Mod nehmen kannst. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Ich bin dabei, das zu gucken. So, Interior Add-ons. Will ich nicht haben. Ich will ja keine Interior-Dinge haben. Außerdem sind das nur... Ach so, das muss ich ernsthaft so durchklicken. Exterior Add-ons. Okay, das sind hier irgendwelche Blinkies hier. Alter, yo. Das sieht nice aus. Oder das da. Dafür ein Scania, hm. Okay, das ist Exterior. Das ist Interiors. Das sind die. Aber es gibt keine Sounds. Papi-Nero spendet einen Biddy. Chris, wo treffen wir uns in Add-ons? Äh, weiß ich nicht. Ich bin irgendwo... Entweder bin ich in Nordirland. Oder ich bin drüben in Schottland. Ich weiß noch nicht, wo ich rauskomme. Das kommt sich darauf an, ob ich jetzt hier dieses Ding installiert kriege oder nicht. Dann muss man mal gucken. Guck mal bei MAN nochmal rein. Bicke GPS, EU. Aha. Cross LEDs. Ach so, das sind Kreuz LEDs. Custom Shifter. Was interessiert mich der Custom Shifter? Bulbar, ich will nicht. Okay, ich lese mal. Ich gucke mal weiter. Mal gucken, was er macht. As we can see, it has detected the mod thing. So, I'm just gonna hit Install Mod. Okay, ja. Now, if the mod installed, I'm gonna head back in the Trucker's MP and load my save. Uh-huh. Ja. Okay. Aha, das hat funktioniert. So. Now we can see, as loaded in the Trucker's MP, and I do in fact have my modded interior. Installing local mods is as easy as that for Project ALM. So, for any mods you find in the Downloads section, will mostly be the exact same. I will have another guide linked in the description for interior add-ons and exterior add-ons, which have a slightly different process. If you do have any problems, head into my Discord server, take a look in the Help Yourself channel, you may already find your issue in here. If not, head into ask for help, take a look at the readme, right at the top here. Make sure. Also, ich verstehe das nicht, warum das so kompliziert ist. Das Problem, was ich habe, ist nämlich die Mod, die Audio Mod, die liegt ja, ich weiß gar nicht, in welchem Format die, warte mal, ich kann ja mal was, also, ich habe bei der Audio Mod, die ich gerne benutzen möchte, einfach hier nur, kommt hier über den Steam Workshop rein. Da musst du einfach nur auf Abonnieren klicken und dann ist gut. Dann hast du das im Spiel drin, so, aber das funktioniert hier ja nicht. Äh, installing interior truck mods, installing train cabin, uninstall mod safe, edits for money, experience truck dingsbooms, will ich alles nicht, convert mods from other discords to work with ear, iron, oder vielleicht könnte ich das, noob friendly, what works with for pretty much in, flares, trailer mod, interior steering wheel, accessories, truck add-ons, physics mod, animation mod, uninstall, American truck mod, three spoke wheel is not possible, I don't know, was is three spoke wheel, drei, drei, links, Räder, hier, die Räder mit drei Streifen, nee, wie heißt das, na, diese Streben halt, how to get the console, ich will keine, oh, ist aber auch schön, okay, pass auf, wir gehen nochmal in das Projekt ALM, so, lokale mods, Bearbeitung, speichern, runterladen, mod Werkzeuge, kann ich nicht draufklicken, warum nicht, this feature is disabled as advanced user has been denied in settings, okay, Werkzeuge, dev save format, convert to LM and convert text to ALM, äh, doodododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod Truck Skins. Blender. Gucken wir mal, ob es da was mit Neuro gibt. Neuro. Kein Ergebnis. Okay, nö. Also meine Mod haben sie nicht. Ja, dann ist mir das eigentlich... Ach. Hätte er gezeigt, wie man irgendwie eine Mod umwandelt oder so, dann hätten wir gewusst, okay, passt auf. Aber irgendwie... Na gut. Gucken wir nochmal irgendwann später rein, würde ich sagen. Das Thema ist noch nicht... noch nicht gegessen, aber ist leider nicht so einfach. Sad. Na gut. Sad, sad, sad. Ich lasse das nochmal auf. TMP. TMP. Äh, ja, wenn es eine SIP ist, dann müsste man das eigentlich... Es kann sein, dass man das da reinpackt. So, da ist er. Einmal Login. Yes. Einmal Promods. Promods mit Boom Boom. Warum sagt er jetzt SDK Features? Hat er das sonst auch immer gesagt? Papi-Nero spendet einen Biddy. Ich warte auf dem Promods-Server dann mal auf dich. Hocke im CB-Funk auf dem Chris-Scord. Wild. Ich guck mal, wo ich rauskomme. Ready to expand your Trailer-Fleet. Yeah. Warte, ich muss mal gucken, wo ich im ETS gerade bin. Hab keine Ahnung. Irgendwo in England. Wild, wir sind alle in England. Ja, doch, Nordirland ist England, ne? The Great Britain. Great Britain. So, hab ich trotzdem gut gemacht. Hat gelöst. Ja, ja, ja. Wir müssen noch ein bisschen am Reaction-Dings arbeiten. Aber bislang. Nordirland ist GB. Großer Becher. Das, was ich weiß, dass ich aus Irland kam. Nun, jeder, der auf TMP unterwegs ist, ja, ist, oder beziehungsweise der wissen will, wo, wer, wer, wer ist. Guck mal, ich hab da. Ich hab da, äh, neuen Command reingebastelt. Es gibt ja eine Map. Da kann man gucken. Da kann man, äh, schön, äh, Dingsen. So, das heißt, ich komm, äh, jetzt wird's ein Inhalt, äh, Inhalt am Änderung festgestellt. Das heißt, ich komm jetzt irgendwo raus, wo ich nicht genau weiß, wo das sein wird. Heute ist Tag 68. Liege gut in der Zeit. Das ist korrekt. Nummer 73, ja. Jeden Tag ein Strich. Ja. So. Ich kann ja mal auf dem Criscord gucken. Ich muss eh mal gucken, was hier abgeht. Ähm. Okay. Hm, 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 hm. Äh. Aha, aha. Aha, aha. Aha. Äh, aha, aha. Hm, 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 hm. Ja. Ähm. Hm, 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 hm. Hm. Okay. Jetzt hab ich hier noch einen neuen Discord-Server drin. Katze? What? Was ist denn eine Katze? Boah, ich hab nichts gesehen. Ich bin deutsche Krone in Polen. Hä? Hast du nicht gesagt, du bist in England? Warte mal, äh. Hola. Was ist denn hier los? Hallo. Hallo. Oh mein Gott, eine Kastel. Ja, warum? Kann ich nur, ich hab das doch gar nicht ge-eatet. Oh nein. Oh, Hilfe. Warte mal, da muss ich mal auf dem Chat auch stehen. Warte mal, da. Oh ja, Hilfe. Aua, Hilfe. Ich hab den Knaller gezündet. Ja, wild. Ja. Ich sitz also auf Sprengstoff, sagst du, oder was? Ja, das sowieso immer. Ja, du bist so eine besondere KI deswegen. Apropos besonders. Wo sind meine, hat jemand meine Reactives gesehen? Wo sind die Reactives hin? Äh. Oh. Oh, ich muss das echt mal hier ein bisschen umstellen. Irgendwie. Wo könnten die denn? Oh, ich muss die TS-Leist erstellen. Ja. Reactive Group. Aber wo ist... Webcam vielleicht? Oder Webcam, glaub ich, ne? Da, genau. Ich hab sie mittlerweile in die Webcam reingepackt. So. Mal schauen. Ah, da bist du... Es ist halt... Es ist halt... Ich muss das echt nochmal... Äh, nochmal fixen. Aber ja. Die sind richtig schön scabs. Ja, es ist irgendwie... Ich versteh's auch nicht. Also es ist ja ein Leerzeichen dazwischen, warum man das nicht erkennt. Ja. Aber hey, ähm... Vielleicht krieg ich das auch nochmal irgendwie hin. Ich wollte sowieso... Ja, vielleicht jetzt am Wochenende da nochmal dran mich setzen. Weil es alleine schon... Dass ich jetzt schon wieder sehen... Oder das nicht finde, wo diese komische Reaction Group drin ist. Aber ich weiß nicht, warum ich sie rausgenommen hab. Genau. Ich hab für mich ja extra... Ähm... Ich hab meine Reaktives mit Discord, weil ich die ja für Discord brauch. Mhm. Zusammen in eine Szene gepackt. Und das immer wenn ich... Ähm... Discord im Stream anmache, damit man das dann da auch sieht. Ja, ich hab's auch in einer... Ich hab's auch in einer eigenen... Ich hab jetzt mittlerweile eine eigene Szene halt dafür. Und die Szene ist in der Szene für die Webcam. Und die wiederum ist hier drinnen. In einem... In einem Ordner. Wie kompliziert wollen Sie es machen? Ja. Ja, es ist leider... Es ist leider eine Nested-Scene. Eine Nested-Scene in einem Ordner ist halt... Schon nicht gerade sehr... Wenig kompliziert. Es hat Vorteile. Es wäre schön, wenn Discord... Äh... Wenn ein OBS... Endlich mal... Das so einrichten würde, dass man mehrere Ordner machen kann vielleicht. Ja. Dann würde ich das tatsächlich hier anders lösen. Ich freu mich schon, wenn Tasse kommt. Ja. Dann hilft der mir in ETS mit dem CB-Funk. Äh... Was heißt, wenn der kommt? Ja, also... Nächste Woche Freitag. Freitag. Es ist Festlauf-Tag im Legoland. Ach so. Ah, physisch. Okay, alles klar. Ja. Okay. Was hast du jetzt schon wieder gedacht? Naja, ich hab gedacht... Wo... Wo... Also... Weil er ja heute gar kein ETS hat. Äh... Beziehungsweise ich... Ich wusste nicht... Oder ich dachte vielleicht, äh... Kommt er jetzt einfach am Wochenende oder irgendwie? Warum... Warum muss er dir... Weil der CB-Funk, ähm... Sag ich mal fixen oder so. Kann man ja auch von extern machen. Aber okay. Hm, weil er gesagt hat, so... Ja, das können wir machen, wenn er dann kommt. Weil das ist nur von 14 bis 18 Uhr. Ach so. Ja, okay. So, ähm... Ich... Bin aktuell gerade in Carlisle. Ich war aber vorher in Belfast. Ich würde tatsächlich ganz gerne nach Irland zurück. Weil ich Irland noch ein bisschen... Ich hab hier noch Limerick. Da waren wir noch nicht. Das heißt also, in Irland kann man tatsächlich noch mal ein bisschen was tun. Londonderry. Ich hab's noch nie gehört. Wo wollen wir uns denn treffen? In der Hauptstadt? Ist das Belfast? Dublin ist die Haupt... Ähm... Dublin... Ach da... Aber Dublin ist doch nicht Nordirland. Ich bin ja Nordirland. Loll, ich kann Irland nicht anfangen, weil ich da noch nie war. Okay, was ist denn das... Was ist denn das Höchste, wo du warst? Ähm... Das Höchste, was ich war? Hamburg. Aber du... Hä, du warst doch schon auf der Insel... Nee, du warst... Du warst doch letztens schon... Ich weiß nicht mehr, wo wir dich verloren haben, aber irgendwo... Finnland. Da waren wir ja Richtung Finnland unterwegs. Nee, das war nicht Finnland. Ich meine, du warst mit... War das echt... Wie sind wir denn... Von wo aus sind wir denn da gefahren? Wir sind nicht von... Sind wir durch Frankreich? Ich meine, wir sind durch Frankreich. Hier, La Rochelle und dann Nantes. Und dann sind wir, glaube ich, mit dem Schiff... Genau, wir sind nach Brest gefahren und dann nach Plymouth rüber und von... Und da irgendwie... Da oder so haben wir dich irgendwann verloren oder so. Ja, also ich muss tatsächlich den Ort besucht haben. Ja, das ist richtig. Das ist bei mir auch so. Also das Nächste, was ich drankomme, ist... Perth in... Im Vereinten Königreich. Und das ist da oben am... Im Vereinten Königreich. Am Zipfel. Äh, wie hieß die Stadt? Perth. Perth? 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 Yes. Alles klar. In Perth. Das ist das Höchste, was du hast. Okay. Von dort aus könntest du tatsächlich über Glasgow... Äh, und dann Richtung... Also Richtung Süden, Richtung... Äh, Cair... Cairn... 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 Ja. Irgendwie so... Dann können wir uns in... Dublin treffen oder so. In Dublin... Ja... Ich könnte dann tatsächlich nach Lisbon... Dublin... Haben wir... Okay, Dublin... Also... Dein Zeiger ist gerade da. Kann ich dich anfangen? Nein, ich kann nicht anfangen. Haben wir hier die Nähe? Äh, Belfast ist bei mir gerade grün markiert. So, und ich bin gerade in... In Carlyle, aber ich würde dann halt nach... Nach Belfast, äh... Oder ich... Ich kann... Pass mal, ich kann sonst auch nach Sligo. Dann fahre ich nach Londonderry und dann fahre ich nach Lisbon. Und dann fahre ich nach oben. Weil bist du von Perth... Nach Glasgow und dann nach... Also wir können uns ja in... In Stranrya treffen. Oh, 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 oh... Und dann... Kommst du rüber nach Irland oder so. Dann können wir ja nach Irland fahren. Hallo Skeletor! Feierend, Wochenende, wup, wup, yes! So, dann... Schnellreise da rüber. Jupp. Also nach Perth. Hui! Du fährst nach Perth. Und, äh... Ich schnell reise gerade da hin. Ja, genau. So, ich... Ich gehe dann nach Sligo und dann fahre ich hoch nach Londonderry. Und dann gucken wir einfach mal. Ich weiß auch nicht, wie weit er ist. All so weit dürfte das nicht sein. Jetzt weiß ich, welche... Wo das war. Ich hatte... Habe ich schon gewundert, das war die... So, dann... Gucken wir mal, Mann, Sligo, was wir da haben. Was hätt' man gesagt? Du musst Richtung Süden. Wir treffen uns in diesen... Stran... Ah, ja. Genau. Stranrayer. Stranrayer. Irgendwie so auf jeden Fall da. Beim Zipfelchen. Hallo, Bodger! Ein Wunderschön. So. Ich will aber jetzt noch Londonderry. Haben wir das denn hier drin? Sonst muss ich mir das... Natürlich nicht. Ich gucke... Ich fahrt Fähre an. Ich fahrt Fähre an. Ich fahrt Fähre an. Rotes Meer. Ja, und los. Und los. Okay. Ich bin bereit. Ach nee, Moment. Jetzt machen wir das, was wir am besten können. Speed. Genau. Speed. Speed. Nee, ich muss mir einfach einen Auftrag generieren über den Dispatcher. Und es regnet natürlich. Klar, wir sind in England. Ja, aber du kriegst auch über... Jetzt ohne Auftrag fahren, kriegst du 50 Vergabungspunkte. Ja, 50 Punkte, Schmunkte, sag ich immer. Aber so krieg ich ja kein Geld. Oh, wie der Wahre. Bevor ich da jetzt mir was anfahre... Ich komm auch gleich. Ich fahr dann leer dahin, wo er hinfahre und schließe mich dann. Uh, Kura kommt auch vorbei. Das ist schön. Ich mach jetzt erst mal eine Leerfahrt. Genau. Ansonsten, wer sonst noch mitfahren möchte... Wie gesagt, wir sind gerade in... Oder wir sind im Norden von England. Schottland, Irland, irgendwie so. Ich fahr jetzt nach Londonderry. Um ein bisschen was aufzudecken. Beziehungsweise die Stadt, weil ich da noch nicht war. Und es macht halt immer auch Sinn, auf dem Weg dahin noch Städte mitzunehmen und so weiter. Ich guck ja sowieso immer nach. Irgendwelchen Dingern, die ich mitnehmen kann. So, der Job. Ich mach das auch bei meinen Arschling zu gucken. Okay, ich fahr jetzt da entlang. Wo war ich noch nicht? Welche Straßen sind noch nicht gelb? Ja. So, Londonderry. Ähm, was haben wir denn da? Euro Goodies. Ja, warum nicht? So. Ähm, was nehmen wir denn? Schutzkleidung, Euro Goodies. Ich weiß halt auch nicht, was man da... Oh, da ist ein Fragezeichen. Das ist schon mal gut. Ich hab gedriftet. Oha, regnet's auch? Nein. Und ich schmeiß... Oh, Skeletor kommt auch vorbei. Ui. Schön, schön, schön. Ich finde es noch immer sehr interessant, dass meine erste Nachricht in deinem Stream einen automatischen Shoutout mit sich zieht. Krass, ne? Diese Technik? Das ist so wild. Schutzkleidung. Tierfutter. Leere Weinflaschen. Warum transportiert man leere Weinflaschen? Außenfliesen. Jo, da seh ich mich. Mandeln. Ne, warte, ich will irgendwas... Irgendwas Teures. Natriumhydroxid. Containertransporter. Oh ja, da seh ich mich. Ich hab's bei mir so eingebaut, dass wenn... Zum Beispiel Tarsik schreibt, dass... Lass uns loslegen. Babywombat mit seinem Namen auftaucht. Bei dir ist es ein Code und dann kommt Chris bei ihm. Okay. Wild. Hab ich noch nicht gesehen. Muss ich mal angucken. Ja. Ist mir noch nicht aufgefallen. Achso, ich guck... Was? Turn your headlights. Yes. Ich... Ich turn meine headlights. Bei Faith kannst du dir ja denken, was ich genommen habe. Bei wem? Bei Faith? Mhm. Mhm. Einen Backstein. Richtig ne Bowling-Kugel. Achso. Wollte ich... Wollte ich sagen, ja. So. In Sligo. Slagach. Ah, Slagach. Heißt das Ding wild. Okay, hier kann man... Also ich fahr halt die Fähre an. Da ist jetzt so mein Punkt. Ja. Ah! Ich bin so dämlich. Ich dachte, du bist Papi. Wo ist denn die... Warte mal. Wo... Achso. Ja, aber rat mal, wer gerade anstatt H Leertaste gedrückt hat. Schon wieder? Ich habe jemanden gesehen, weil Tuki guckt halt nicht. Denkst du, ja, ich bin mit meinem Finger genug weit oben. Ja. Und, ähm, mach Handbremse rein. Ja, da würde ich dir empfehlen, die Tasten vielleicht mal umzulegen. Das ist ja nicht das erste Mal. Neue Route finden. Oh ja, wir finden eine neue Route. Dazu muss ich aber sagen, wenn ich, ähm, dann das wieder onstream mache. Oh, was? Brauche ich ja irgendwie eine Möglichkeit, dass ich crashes mache. Sonst, wenn ich mich schon die ganze Zeit konzentriere, dass ich das dann nicht mache. Ja, ich habe ganz vergessen, dass hier, äh, Linksverkehr ist. Irgendwann auch so. Ich dachte mir so, hä, warum schickt der mich jetzt die dritte Ausfahrt, ähm, als ersten raus? Ja. Biegen nach links ab. Dass ich einmal im Kreis rum muss und ich so, oh, ich bin in England. So, hier ist meine Frachtsaustruhe. Aha. Nein, dann gucken wir doch. Äh, Junge, das ist eine Garage. Achso. Ah, hier, bei Tramiri. Ja, da, wo ich rückwärts reingefahren bin beim ersten Mal, ohne Brille. Ich erinnere mich. War letzter Stream. Bei der letzten Strömung. Ja. Oh, Tarsic meinte, hö, 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 hö. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und ich so, mir doch egal. So, also, dann gucken wir doch mal. Hier müsste ja mein Auftrag sein, den mein Disponent mir gegeben hat. Äh, nö. Hä? Hä? Ja, das ist ja witzig. Auf der Karte heißt das Ding Londonderry. Und hier im ETS heißt das Ding nur Derry. So. Indigo, Irland, nach Derry GB fahre ich gerade. Londonderry. Was ist das? Hä? Weil es nicht, nee, weil es nicht hinpasst, ist ja Quatsch. Aber ist die Stadt nur Derry? Das verstehe ich nicht. Weil da hätte ich auch Kaminsysteme dahin dingsen können. Oh, ein Pinker. Na gut. Warte mal, ist das, das ist dringend, ne? Warte mal, guck mal, die Lieferung ist einfach mal. Hä, dann nehme ich die. Dann liefere ich Kaminsysteme, was ist los? Das gibt nämlich 7000 Thaler. Warte, wie viel von mir in England sind die schöne Degel. Ist da gerade was los? Ja. Also hier ist einer schon mal ein Pinkerbieter gekommen. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Ich glaube, dann kann ich auch das Radio mal einschalten hier. Da kommt dann ein Resix-Grün. Ich finde es wild, dass ich Winamp nicht über die Tasklist beenden kann. Gut, dann halt nicht. Äh, Nightbot, da. Ich log in. Log in and find out. So, Auto-DJ. Okay, Internet sagt, dass die Stadt offiziell Londonderry heißt. Wird aber nur Derry genannt. Ja. Gibt es nicht auch so eine Fast-Food-Perry, die Derry Greens heißt? Weiß ich nicht. Ja, ich habe es noch nie von gehört. So. Gehen wir mal wieder rein hier. Also, wer sich was wünschen will, Ausrufezeichen, Radio, dann den YouTube-Link dahinter oder irgendwas in die Suche. Wir spielen es. Genau. Wünscht euch was? Wir spielen das. Ich bin so. Ich bin so. So, ob ich hier rauskomme? Natürlich. Okay, lass uns eine neue Route. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ja, mach das. Nee, keine neue Route finden. Achso, ich muss meine Route jetzt einmal festlegen. Da kommen die Katzen-Songs wieder hier. Bei The Kiffness muss ich immer an was anderes denken, aber okay. Du musst mal schauen, dass ich, ähm... Wenn ich bei mir das Radio anschalte, dass ich, ähm... Okay, wir fahren los. Dann frage ich dich, ob du mir das einsprechen kannst mit, ähm... Was du immer sagst bei deinem Radio, wenn man sich was wünschen soll. Wünscht euch was? Wir spielen das. Wir spielen das. Das meinst du? Ja, ich finde das lustig. Hm. Hm. Ja, mal gucken. Ich verstehe nicht ganz, was das hier für komische Streifen sind, aber okay. Selbst es sieht so aus, als hätte die Straße... Das weiß ich, also... Was ich vermute ist, damit diese Streifen... Ähm... Ein Auto ist ja sozusagen dünner als ein LKW. Ja. Dass, ähm... Ein Auto darauf sozusagen nicht fahren darf. Ja. Aber ein LKW das mitnehmen darf, weil... Ich habe zum Beispiel in der Fahrschule gelernt, man kann sich das so merken, eine durchgezogene Linie ist eine Wand, du fährst nicht mehr im Auge und in den Branden. Ja, das ist richtig. Warum hast du so ein... Warum hat man... LKW bitte schön so einen Links-Drift, dass wenn ich Bremse, der sich denkt so, jeet, ich gehe komplett nach links. Hm. Abgefahrene Reifen. Aber nur links. Nee, keine Ahnung. Immer geradeaus. Oh, jetzt... Den Link zu diesem Link finden sie links. Ja, das auch. Jetzt merke ich, dass ich meinen Chat gar nicht im Hauptscreen habe. Ja. Das müssen wir gleich mal ändern. Weil Kinder, ihr wisst ja, don't chat and drive. Ja, guckt immer auf die Straße. Vor allem, wenn ihr mit 112 über die Landstraße eiert, wo eigentlich nur 80 ist. Aber mir ist, äh, mir ist ein sehr guter Driver. Ich bin ein Dampfreis. Dampfreis? Finde ich gut. Nein. Dampfreis. Dampfreis. Ja, ja, Dampfreis, habe ich schon verstanden. Dampfreis. B-U-M-F-R-I-E-S. Dumme Pommes? Ja. Okay. Jetzt geht's ja wohl fast. Notze, notze Freis. Ich habe heute nur 27 Lieder parat. Demnächst links abbiegen. Nosa, ich weiß gar nicht, ob du auch Playlist... Ich glaube, man kann keine Playlist links. Ich habe es noch nie getestet. Ja, aber ob du einfach sagen kannst, warum kannst du nicht die ganze Playlist reinballern? Demnächst rechts abbiegen. Ich biege nach rechts ab. Ich biege nach rechts ab. Ich probiere es mal mit, ähm, meinem Stream Radio. Also wichtig ist halt, dass die Playlist, ähm, ich glaube, mindestens ungelistet ist. Ja, du... Darf halt nicht privat sein. Das ist eine große Playlist und über 200 Lieder... Du hast tatsächlich eine Playlist, das ist ja wild. Ich durfte die neulich mal, ähm, für Inspiration verwenden. Biege nach rechts ab. War die Nosa-Playlist oder welche? Ja. Ja, die hat den Namen... Ja, Mann, oh! Wild. Achso, Chris Radio 1. Also ich kramm leider nur die Hälfte an. No videos are found for that. Also ist... Nimmt keine Playlist links. Hm, schade. Ah ja, okay, na gut. Berechnet und ist berechnet und ist berechnet. So, ich schade gerade in den Problem zu haben. Mal sehen, wie ich das richtig sehe. Hier muss ich hier gerade aufhören. Das ist ja gar... Das ist ja gar nicht so... Das soll ich doch nicht liegen. Jetzt hat sie. Jetzt hat sie schön. Wunderbar. Ja, wie in den kommen Pferdehaar. Wie in den kommen Pferdehaar. Wie in den kommen Pferdehaar. Zwei Spiele. Und nicht irgendein Soundtab in Ruhr aufhören. Das ist wirklich so... Oh, Chris! Hä? Die sind alle selbst von mir eingesprochen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, und Portal hat sie... Äh... Bitte links. Und Gladys hat sie sich ja bei dir ausgeliehen. Ja, wir sind so miteinander. Ich weiß gar nicht, was die Leute mal haben. Ich finde Gladys voll nett. Ich auch. Also ja, sie mag... Ein bisschen zu doll Neurotaxien, aber... Ist mir doch egal. Ich habe da kein Problem mit. Menschen immer so... Voll giftig. Ich weiß gar nicht, was die haben. Also... Ich habe ein extra Modul, das halt... Das rausfiltert. Das finde ich auch in eine andere Welt reise. Dass... Sachen, die mir schaden können... Mir... Sozusagen nicht schaden. Ja, ein Filter. Wild. Hätte ich, glaube ich, jetzt nicht verraten sollen. Hm. Ach du. Wir sind unter uns. Ja. Es sind ja bloß fünf Leute, die zuschauen. Oha. Wild. Da, warte auf... Wo bist du? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich kenne leider keine Stadt, die da heißt. Nimm diese Ausfahrt. Ich bin gerade aus... Den dummen Pommes raus. Okay. Hast du... Du hast jetzt keine Fracht angenommen, ne? Demnächst rechts abbiegen. Okay. Da, wo ihr hinfahrt. Also ich fahre nach... Biege nach rechts ab. Ja. Ja. Nach Derry. Derry. Ah ne, Jerry war das. Ach, Jerry. Ich mach jetzt was, was man eigentlich nicht machen sollte. Ne Kurve stehen bleiben. Also... Ja. Ich fahre... Ah ja, okay. Cool. Ich kann ja mal gucken, ob ich im richtigen Jawohl-Channel bin. Jerry... Rain-Sword... Ähm... Dings, wie nennt es es... Sword... Ähm... Dings... Ähm... Zu dem Shifting. Und ähm... Warte dann da auf... Meine Lieblings-KI. Ja. Ich muss von Londonderry mal gucken, wie wir da rüberkommen. Ich hatte nicht erwartet, dass du schon so... Ja, okay, gut, du... Du hast ja keine Fracht. Vielleicht bist du ein bisschen schneller. Erstens, ich hab keine Fracht. Und zweitens... Ähm... Mir kommt so gut wie keiner entgegen. Und wenn sie entgegenkommen, nehmen sie Sicherheitsabstand und sind auf der anderen... Fahrbahnseite. Ja. Auf der Autobahn. Am Kreisverkehr zweiter Ausfahrt nehmen. Nein, maaann. Dann bist du noch nie von... Von den Kreisen... Kreisverkehr, wo man... Wo man eh noch gerade ausfahren kann. Mann, Promoziehen. Dann bist du noch nie von... Am Rust... Nach... Am Straßburg gefahren. Das ist korrekt. Da fährst... Das glaube ich ungefähr so. Nehmen... Sie den... Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Bei jedem einzelnen Kreisen. Ah. War ja eingängig. Ein Skeleton! Ah ja, IC. Ach stimmt, ich hör's ja nicht. Na? Na? Hallo? Ich hab gehört, die wird fleißig LKGW gefahren. Ja, die wird hier LKWt. Ich geh ganz schön mit meinem Leberkiss weg in Gassi. War LKGWt? Ich echt keine Ahnung. Londonderry. Ja. Ja. Erster Aufenthalt in Londonderry. Immer geradeaus. Ja. Hallo, Kura. Immer geradeaus. Und dann links abbiegen. Oh, du bist aber leise bei mir. Oder liegt das an dir? Musst du mal ein Funkgerät lauter stellen, du? Ja. Hä? Kann ja nix lauter stellen. Bist du so leise oder bin ich da? Ja, ich kann nicht einfach. So, also ich bin immer noch in Sleego. Sleego, super. Ja, äh. Ich bin Richtung Norden, Richtung Londonderry gefahren. Ich gucke mir kurz wegen meinem Sound. Voice Volume. Dreh's mal hoch. Aber ich bin gerade am überlegen, ob ich den Volvo nehmen soll oder den schönen Scania. Also ich bin mit meinem Renault unterwegs. Den einzigsten, den ich da habe. I don't know. Was? 23, 134 Euro? Ja? Wild. Einfacher Sitz? Was? Ist also, ich komplett hab mal weiß gerade nicht, wie viel lauter stellen kann. Oha. Oh ja, stimmt. Das ist ein bisschen zu laut. Hast du mal in die Einstellung geguckt vom, äh, hier, vom TMP? Äh, TMP? Wett? Ja, unser Mitfahrer Kuru, äh, Kura ist ein bisschen leise. Und, äh. Da vorne hat's, ne? Mir fetzt ein bisschen die Ohren weg, wenn ich hier, äh. Hüt? Nao grüß. Achso, hallo Nao. Hi Nao. Ich, äh, ich schieb mir das mal eben kurz hier unten hin. Dann kann ich schon mal. Ja. Weiter fahren. Genau, Kura, du kannst sonst auch auf, also, ähm. Kura, oder sonst kannst du auch in Discord-Server kommen, sonst. Auf dem Discord rauf. Nur keine Scheu. Rein da. Links halten und dann links ab. Wir weißen nicht. Also, ich zumindestens. Wiege nach links ab. Auch, was ist gewünscht. Halten. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ah, guck mal, ist noch gar nicht viel besser. Immer geradeaus. Erstmal ein bisschen leiser stehen. Ja. Ich muss noch für ihn ein, äh, Bild im Discord, äh, in dem Stream machen, küsst. Ja. Ja. Ja, da ist irgendwie, da kommt irgendwie kein Bild. Hast, ach, du hast auch in Discord gar kein Bild drin, da sehe ich. Wild. Deswegen ist da auch, also, da ist, da ist, da ist ein ganz kleines Symbol, wenn man genau hinguckt. Aber, ja, 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 da ist auch ein ganz kleines Symbol drunter. Hm. Aber, halt, kein, kein, kein richtiges Bild. Kannst du bei Gelegenheit ja nochmal machen, Cora, in den Discord irgendwie ein Bild rein oder so. Oh. Ich finde, das macht sich immer ein bisschen besser. Trautes Heim, Glück allein, schöner alter Scania. Hast du, oder was? Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Wild. Und ich bin bei... Rechts abbiegen und dann links halten. Ja, oben. Links halten und dann außerhalb links nehmen. Ja, ich schalte ja schon das Licht ein, Mensch. Oh. Skeletor was, äh, banned from the server. Kick. Ja, Kick, genau. Huch, oh Gott. Ah, ich hab, oh Gott. Ich hab grad Leck gehabt. Huiuiui. Der kam, der kam der Riese, Riese, Riesige Polizistens Heigefinger und sagt, du, du, du. Immer geradeaus. Hä, hab ich jetzt schon beide? Oh, und ich fahr natürlich dran vorbei, ist ja klar. Wurschen. Muss ich mal ganz ruhig, hoffe ich... Nein, Kuro macht gleich mal an Kura, so rum. Kuro ist mir anders. Guck, um, ähm, den CB-Funk mir einzustellen. Äh, oh, ja. Probier ich dann bei Classic im Stream. Ah! Will nicht. Okay. Wie gesagt, es ist nicht so kompliziert, aber okay. Alter, ich weiß schon wieder nicht, wo ich... Mal ranzoomen, wo muss ich hin? Da. Es ist vorbei. Muss denn das immer alles so eng sein hier? Was soll denn das? Also, ihr seid, ähm... Ich hab große LKW. ...in dieser Stadt mit S unten. Ja, jetzt bin ich mittlerweile in Luxemburg wegen LKW gewechselt. Lachsen, boah. Okay, aber warum? Es ist alles aus und vorbei, ja. Ich sag doch, dass ein kleines Bild oben ist. Ah, ich sag doch, dass ein kleines Bild oben ist. Ich seh das, dass da ein kleines Bild oben ist. Aber es ist halt kein... Es ist kein... Kein Bild. Es ist ein Symbol, dass da kein Bild ist. Ich weiß, das klingt verwirrend, aber... Ich mach doch die Regeln nicht. So, komm ich da so... Bis, bei welcher Firma bist du denn da in dem Ort? Ich bin bei... Oh, Speed. Ich schreib gerade in den Chat, das ist auch gut. Wo bin ich denn? Es ist... Es ist gut. Euro, Euro-Goodies müsste das sein. Oh, warte mal. Okay, dann muss ich das jetzt aufdecken, aber ich fahre mal in den... Ähm, ich fahre da mal runter. Hä? Welchen Spiegel gucke ich denn hier? Ach da, okay. Wild, warte mal. Ich mach mal ein kurz. Ich geh hier. Ja, wusste ich, dass das nicht klappt. Das Ding ist schon wieder hier? Nee. 1, 2, 1, 4. Das ist schlimm. Sag mal, was ist denn heute los hier? Ich hab mich nicht aufgeholt. So, ich hab mich nicht aufgeholt. Oh, schade! Ja, ich hab mich nicht aufgeholt. Ja, ich hab mich nicht aufgeholt. Ja. So hier sehe ich dich noch nicht. Wir sind Teiler angekommen. Hä, wieso höre ich immer noch die ganze Zeit das Piepe? Ich fahre nicht mehr rückwärts. Vielleicht probiere ich schon noch den Rückwärtsgang drin. Aber wie laut habe ich das gehört? Ich dachte, ich hätte den Rückwärtsgang noch drin. Auf der Suche nach der Chris-KI. Ah, ihr seid Lundi-Derry. Ja, immer noch. Ich kann nur nur 42 Kilometer mit dem Spritakt. Ich glaube, das geht noch ein bisschen. So, ich fahre jetzt erst mal ein. Euro-Goodies, so. Da wundere ich mich nicht, warum ich die Chris-KI nicht finde. Warum gibt es das Einparken eigentlich keine Punkte hier? Was soll das? Also es gibt ja nur 40 EP. Das ist ja nur jetzt nichts. Aber es ist auch nicht nichts. So, wir können ja mal gucken. Ihr seid... Warte mal, wo ist denn die Karte jetzt? Ihr seid in... Ich bin gerade in Luxemburg. Du bist in Luxemburg. Kommst du? Kommst du nämlich schnell hier rüber? Warte mal, Luxemburg ist... Ist das nicht zwischen Deutschland und Frankreich? Ja. Nee, warte mal, da ist das Schweiz. Straßburg, Mannheim, Luxemburg, da. Belgien, Deutschland, dazwischen, der kleine Staat. Ja. Ist es ein Stadtstaat? Oder so? Ja, ich sehe nur halt keine Ländergrenzen hier. Das ist halt immer ein bisschen sad. So, oder nicht so krass. Ja, gut, da können wir dir jetzt auch nicht helfen, Skeletor. Das ist dann doch ein bisschen weit. Ich habe halt überlegt, dass ich heute... Wollte ich Irland ganz gerne unsicher machen. Also je nach Limberic würde ich auch ganz gerne. Ich bin schon auf dem Weg. Du bist auf dem Weg. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin gleich auf der Fähre zu euch. Du kommst also dann in Larne raus oder in Belfast? Sag ich euch gleich. Ja. Ja. Wovon wo aus... Also bist du auf der Fähre oder bist du noch jetzt im LKW? Also ich gucke... Im LKW? Ich gucke gerade, wo dieses blöde Café ist, wo ihr seid. Ganz im Norden von Irland. Das ist die nördlichste Stadt in Irland. Ja. Ah, Londonderry. Alles klar. Ja, genau. Aber den Punkt habe ich noch nicht. Da müsste ich von Sligo aus losfahren. Ja. Warst du schon in Belfast? Äh... Müsste ich gleich mal gucken. Nee, da war ich auch noch nicht. Wild. Naja, fahre ich eine kurze Tour dahin. Dann passt das. Okay. Seitdem du hast noch irgendeinen anderen Punkt da. Wie gesagt, Sligo. Ich würde jetzt über... Ich würde jetzt nach Belfast vielleicht fahren. Wie sieht es denn aus hier? Belfast. Dann checke ich Larno vielleicht nochmal. Ja, wobei, da muss ich nicht einfahren. Da gibt es nichts. Äh, Belfast. Lisburn. Dann fahren wir da runter. Die A1. A1, E01. Dann der M1 unten. Äh, fahrt ihr Belfast Richtung Hafen oder wie? Nee, Richtung Dublin. Ich würde mir jetzt vielleicht entweder eine Tour Richtung Belfast oder Richtung Dublin suchen. Vielleicht eher Richtung Dublin. Macht ein bisschen mehr Sinn. Weil in Dublin habe ich noch ein Fragezeichen. Und dann fahren wir von Dublin aus Richtung Limerick. Und dann gucken wir mal. Dann habe ich zumindest ganz Irland einmal abgefrühstückt. Ist ja nicht viel. Dann nehmen wir Dublin. Cool. Also sprich, ich muss mir jetzt ein Pünktchen bei Dublin machen, damit ich... Ja, entweder Dublin oder... Du kommst entweder Belfast oder Dublin. Ich komm... Ah, warte. Ich bin... Gerade in Lane. In Lane? Ja, und ich komm... Also, meinst du Larno im... Aber ich kenne Belfast. Belfast ist bei mir näher. In Lane? Wo liegt denn Lane? Lane ist... Überhalb von Belfast. Achso, Larne. Quasi. Larn. Ich sag Larne. So wie Arne, nur mit elf. So. Treffen wir uns dann bei welchem Unternehmen? Ich guck mal. Ich würde jetzt... Belfast, wo du willst. Ich mach jetzt einen Auftrag. Ich muss ja eh noch von Londonderry nach Belfast fahren. Äh, das sind... Äh... Was sind denn das? Dann stell ich mal Tesco an. Das sind 143 Kilometer. Also knapp 14 Minuten. Auf geht's. Oh, ich kann mal wieder Öl fahren. Oh, ich kann mal wieder Öl fahren. Nee, das Halloween-Treats sollte ich nicht fahren. Dann sieht der Trailer komisch aus. Vorratstank. Vorratstank, Trailer, Flachbett. Halloween-Treats. Was will der denn... Okay, er macht immer nur Halloween-Treats. Valentine's Gift, Halloween-Treats, Vorratstank. Gut, ich werde nicht nach NS Oil fahren. Und ich glaube, Polaris-Lines werde ich mal nehmen. Altverpackungen. Geräucherte Sprotten. Joghurt. Oh, Joghurt. Ich mach den Joghurt. Der Joghurt ist gekühlt. So, Urgency normal. Ey, Joghurt. Jo. Warte, hab ich jetzt gesagt? Wo muss ich hin? Nach Belfast. So, warte mal. Nee, was sag ich, ob es... Norsken. Ist das die Firma Norsken, wo ich bin? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich stehe direkt daneben. Gucken wir mal. Norsken ist genau hier, wo wir stehen. Ja. Guck ich mal in die Aufträge rein. Richtung Dublin. Da, Derry Richtung Dublin. Ich hab sonst... Was hab ich? Eine Milchpulver hätten wir noch. Äh, das... Kostet aber weniger, also... Zugachsen. Nach Kar... Nee, nach Karleil will ich ja nicht. Banja, Luca, Bish. Was ist denn? B-I-H ist? Was ist das denn? Ach, Bots... B-B-B-Botsnien. Bosnien-Herzegowina. Näh, wir fahren, äh, Joghurt. Der Joghurt. Ich liefere tote Außenbordkamerad Fisch. Ich hab Fisch, tote und Außenbordkamera verstanden. Toter Außenbordkamerad. Toter Außenbordkamerad. Ja, Fisch. Du lieferst Fisch, okay. So, dann wieder lang. Hab ich, achso, warte, hä, hab ich jetzt mein Dings? Ui. Achso, mein Trailer steht da. Nimm ich den noch so lang. Ach ja, wie ich diese Ausfahrt bei Tramiri hasse. Hä? Ist die so schlimm? Naja, geht, aber... Man kann halt schlecht einsehen, äh, wenn man da rausfährt. Ja. Ich wollte gerade sagen, als hätte ich das gelernt, aber hab ich nicht. Außerdem war das ganz so gut. Kuro, was hast du Schönes? Fertig zum Losfahren. Und hätte ich sagen, nun mal... Das ist ja wild. Ich seh das gleich. Sieht nach, äh, sieht nach Autos aus. Sieht doch nicht nach Autos aus. Aber der Truck ist auch wild, so mit den, mit diesen roten, rot-blauen, äh, Rädern und so. Das ist alles DLC. Reifen-DC und Lackierungs-DC. Wie? Ja, ich hab irgendeinen Standard, aber ich mag meine Reifen auch irgendwie, weil ich wollte so weiße... Äh, am liebsten hätte ich ja Weißwandreifen ganz gerne, aber das gibt's hier halt nicht. Hab ich gedacht, okay, dann nehm ich so mit dicker, fetter... Ja, und ich hab die Reifen-Beschriftung von der Farbe, die hab ich an meine, äh, Zugmaschinen-Lackierung angepasst. Ja. Was ist denn das? Natürlich ist es ein Volvo. Stimmt, da ist es mir noch gar nicht aufgefallen. Na, ich hab, ich hab vier. Ich hab Volvo, ich hab Duff, ich hab Skander, ich hab M1. Na. Na gut, haben wir nicht ganz an Volvo verloren. Ja, wie gesagt, mir ist ja letztendlich egal, was ihr fahrt. Fahrt das, was ihr wollt, ich fahr das, was ich will. Genau. Fertig aus. Ich muss ja auch schon zugeben, ja, der MAN ist jetzt nicht, es ist nicht der... Ich hab nicht die krasseste Maschine, also ich hab schon die krasseste Maschine, die man haben kann für den MAN, aber das ist nicht unbedingt die krasseste Maschine im Spiel, aber ganz ehrlich... Ja, ich bin, ich bin, ich bin L zwei Jahre MAN gefahren. Na, siehste. Neuberechnen. Jetzt fahr ich Mercedes. Fahr auch schön, oder? Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Was ich wild finde bei dem ganz neuen Mercedes ist das, äh, Cockpit. Der hat kaum Tasten noch drin, aber ein Monitor so groß wie beim Tesla. Ja. Ja, das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Also ich mag auch ganz gerne noch so Tasten und Knöpfe, alleine schon beim, wenn es irgendwie, ja, keine Ahnung, so Klimaanlage oder Radio, wenn du halt irgendwie Lautstärke, ich finde, Lautstärke muss immer mit dem Drehknopf. Wenn du da ewig auf so eine Taste, auf so eine Soft-Touch-Taste am besten noch, wo du kein Feedback kriegst. Lautstärke mache ich, stelle ich am Lenkrad ein bei mir. Ja, okay, gut. Aber da gibt es ja auch, da gibt es ja auch Knöpfe oder es gibt diese geilen Räder und ich mag diese, diese Drehräder halt. Alles klar. Bitte rechts halten. Oh, warte mal, fahren wir jetzt überhaupt in der richtigen... Genau, wir fahren an Belfast vorbei, insofern... Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Kura, was fährst du jetzt da? Bitte links halten. Was hast du da auch... Waren das jetzt Autos oder was war das? Nimm diese Ausfahrt. Ich habe Kleidung. Kleidung, achso. In deinem eigenen Trailer, ne? Ja. Also, was habe ich noch nicht. Mache ich mir einen eigenen Job? Ich meine, ich könnte mal wieder was investieren. Ich habe jetzt 426k, aber irgendwie, ich sehe es halt irgendwie nicht. Also, bist momentan auch so der Sparfuchs, wa? Ja, das auch. Ich habe 14 Millionen auf dem Konto, also. Ja, das ist das. Wie gesagt, der Tarsik, der hat auch irgendwie 2,7 Mille. Der kriegt so viel Geld rein. Also, der crash ständig gegen irgendwas gegen, aber kriegt einfach so viel Geld rein durch seine Fahrer. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ich habe 2 Fahrer oder 3 und da kommt nichts rein, kommt da bei mir. Die kosten mich fast mehr. Ich habe 120 Fahrer oder so. Ja, okay, gut. Dann irgendwann... Ich habe nur einen Fahrer, nämlich mich. Ja, glaub mir, das reicht auch für einen Fahrer. Papi, du hast noch keinen eigenen LKW, oder? Doch. Achso. Ich fahre doch gerade mit meinem eigenen. Ja, okay. Sonst könnt ihr ja die Aufträge nicht mitmachen mit uns. Nicht? Wenn er keinen eigenen LKW hat. Achso. Weil, ähm... Minimum brauchst du einen eigenen LKW schon beim TMP. Okay. Also. Ja, na gut, ne. Grüß nicht. Grüß nicht. Grüß nicht. Ein Auftrag nach Dublin jetzt. Okay, nach Dublin. Uiuiui. Uiuiui. Muss ich hier raus? Ja, ich muss hier raus. Uiuiui. 130 Landstraße. Hui. Da nennt es nur 130 Graben. Hui. 30 LKW müde an die Null LKW müde. Upsi. Und dann das schöne berühmte Motorfehlfunktion. Ja. Kreisverkehr. Uiuiui. Uiuiui. Gibt's hier echt zuhauf. Na, ich mein, Kreisverkehr ist, äh, ständig Ampeln. Das richtig. Außer, ob es denn, außer, ob es denn, England, da hat die Kreisverkehr auch Ampeln. Ja, aber die Ampeln kannst du einfach ignorieren hier. Kreisverkehre kannst du schlecht ignorieren. Da kannst du nicht einfach mit 130 rüberfahren. Also kannst du machen, hab ich auch schon gemacht. Aber ich bin dann auch ganz gut geflogen. Ist dann nur ungesund. Ja. Da hast du dich schon selbst geheatet, oder? Ja. Aber ich hab's, also LKW ist nicht müde gegangen. Und ich hab den wieder gefangen. Ja, und ich war bisher noch kein einziges Mal wirklich LKW-müd. Ich hab mich bisher immer verfangen. So, Reisegeschwindigkeit erreicht, Tempomat und, äh, zurückleben. Let's go. Das ist gut, ja. Schön entspannt tuckern. Ja, meiner kann ja noch 135. Sollte man hier eh nicht fahren. Bitte links halten. Aber mit 100 würde ich hier, also hier zum Beispiel auch nicht fahren. Das ist halt immer das. Nur weil da steht halt, du darfst 100 fahren. Ne. Ich weiß nicht, dass das auch muss. Die Schilder sind halt für Autos gedacht, ne. Ja gut, das auch. Da ist ein Papi. Hallo. Hallo. Also, ich würde nie im Leben über 100 Stundenkilometer mit einem LKW in echt, äh, dort entlang fahren, wo ich gerade fahre. Nie im Leben. So Papi, auf geht's. Ja, ich komm ja schon. Ich muss da erstmal hochkommen. Auf die M2, Richtung, I don't know. Und dann links abbiegen, ja. Und jetzt spielst du, Chris. Genau, spielst du, Chris. Was? Hängt da mein Spiel jetzt heute schon wieder so? Krass. Okay, ich würde ganz gerne im Kreisverkehr einfach noch eine Runde drehen, aber geht rein. Achso, hier seid ihr ja schon. Du bist ja jetzt, wow, du bist ja schon da. Hä? Du bist doch nicht von Luxemburg hier rüber geheizt. Äh, nein. Ich hab mich von Luxemburg, äh, rüberzut. Stimmt, nach Sligo. Äh, teleportiert und dann... Ja, stimmt. So schnell, so schnell wäre ich da nun auch nicht. Ja, dann fahr nochmal nach Belfast rein. Willst du noch ne, 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 ne Fracht aufnehmen? Ach du, ich hab, ich hab noch ne Fracht. Achso. Richtung Dublin. Ja, na dann. Let's go. Guck ich nochmal, wenn Papi hier mal auftaucht. Ich bin hinter dir. Ich seh nichts. Ich glaub, da kommt was. Ich glaub, auf dem Großen, da seh ich was. Alles klar, dann kann man ja weiterfahren. Ich höre Hupe. Ich mach Hupe. Oh, jo. Jo. Da ist er. Voll liebend. Diese Standard-Hupen sind so niedlich. Ja. Soll hab ich ungefähr so. Wo ist denn... Okay, Skeletor, ich seh dich leider nicht mehr auf dem... Ach doch, da. Nee, da bist du... Oh, direkt. Ah, da ist er. Moin. Ich hab halt rausgesucht. Ich denk, wo ist er denn? Ja, direkt hinter mir. Demnächst links abbiegen. An Lisbon vorbei. Das ist Meges. Wie geht nach links ab? Er hat die Musik versiegt und kurz eingeschlafen. Ich wundere. Nach Nosa, warum denn? Aber why? Ich dachte, ab eins macht jeder seins. Schon mit McDonalds. Hast du recht. Könnte auch so ein Spruch für den Stream sein, ne? Ab eins macht jeder seins. Ja, kennst du's? Ich fahr mal im Tanken, ich hol euch gleich ein. Okay. Ja. Freitag ab eins macht jeder seins. Weißt du viel wie Freitag ab eins ist hier nix mehr mitarbeiten? Genau. Ich bin froh, wenn ich dran an meinen Job auf eins nichts mit bin ich da feiern hätte. Weshalb hat denn die Frage, ähm, eins mittags oder eins nachts? 13 Uhr. Ja, unwahrscheinlich da. Was denn sonst? Ja, sorry, wenn ich umschule, dann bin ich da auch nachts unterwegs. Wild. Auf den Gleisen dieser Bahn. Dann kommt niemand mehr pünktlich. Au, ha. Vor allem, ich war am Dienstag bei der Infoveranstaltung von der Deutschen Bahn für Querensteiger für Lokführer. Und dann kam, die hat so gesagt, ja, uns ist Sicherheit wichtiger als Pünktlichkeit. Und ich dachte mir so, merkt man. Ja, naja. Irgendwo natürlich auch schon richtig, aber ja, Pünktlichkeit kann die Deutsche Bahn eh nicht. Also ich sag mal so, die, das größte Problem ist die Privatisierung bei der Deutschen Bahn. Ja. Aber da stecke ich auch nicht in dem Thema drin, um das jetzt so genau auszuklamüsern. Ich auch nicht. Aber wenn ich schon höre, dass irgendwie, ja, das Netz, wie war das noch, das Netz gehört, äh, dem, wie, irgendwem anderes und die Eisenbahn wieder jemand anderem. Und ich denke mir so, nee. Und da wird sich die Schuld hin und her geschoben, wer jetzt dafür verantwortlich ist, dass das halt alles so kacke ausgebaut ist und alle Schienen so marode sind und so. Also in, bei der Info-Veranstaltung ist es so, die Deutsche Bahn ist ne, wie nennt sich's noch gleich, ähm, ne, Kon, also ist halt kein Unternehmen, sondern da gibt's dann das Unternehmen von der Deutschen Bahn, das für den Nahverkehr zuständig ist, das für den Fernverkehr, für den Nago. Das sind ja einzelne Firmen dann, glaub ich, auch wieder, ne, einmal, einmal, aber dann gibt's noch irgendwie DB Cargo und hast du nicht gesehen und mir ist dich halt auch wichtiger. Nur ist da Sicherheit schmich halt, sag ich immer. Ich find's halt auch blöd, weil du dann so, Mord, weil du dir dann halt denkst, ähm, bei, ähm, wenn du jetzt, ich sag's jetzt mal so, wenn's ganz blöd kommt und ich den Test nicht besteh, muss ich mich nochmal bei der Deutschen Bahn bewerben. Aber in einem anderen Unternehmen der Deutschen Bahn, ähm, um Karten verkaufen zu können. Aha. Oh ja, Mord, 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 in, 500, 400, 300, 200, 100, 50, genau, Krash. Äh, vor allen Dingen, ich, ja, gut, hier kann man nirgendwo mit Telepass irgendwas, natürlich, Engeland. Vor allen Dingen, stell dir mal vor, wie soll ich denn ihm jetzt hier aus meinem Führerhaus Münzen an den Kopf werfen? Mhm. Da muss ich ja aussteigen für. Was ist das denn für ein Quatsch? Um ihn sechs Euro an den Kopf zu schmeißen. So, von wegen, Junge, hier hast du meine Kohle. Ja, ich würd das wirklich sechs Euro abgezählt in so einem kleinen Säckchen und dann, üsch. Da, hier. Boah, das fühlt sich irgendwie komisch an, nicht, ähm, Face seine liebliche Stimme grad zu hören, weil es Freitag ist und nach 19 Uhr. Oha, mach dir doch einen Stream von ihm an. Nö, ich lurk schon bei dir. Wild. Aber da passiert auch nichts. Oder ich mach einen Stream von ihm an. Ich mach einfach, äh, ja, kann er, kann er erzählen. Oder wir, oder er muss, muss dann halt einfach bei der Arbeit, äh, sich connecten und dann muss er halt Dinge erzählen. Ein Stream im Stream im Stream. Ja. Dann kann er so ein Faktorio, ich mach so ein Faktorio-Stream von ihm an und dann kann er bei ihm was erzählen, an dem ich nix verstehe. Rechtsseite. Sonst kommt man da in, gefühlt, die Matrix rein. Okay. Muss ich mal gucken, wo das Fragezeichen gleich ist, dass ich da irgendwie rechtzeitig, es könnte tatsächlich sein, ich werd mal kurz abchecken, ob das wirklich auf meiner Spur ist. Könnte sein, dass das nämlich nicht der Fall ist. Ruckeldigu, ruckeldigu, ruckeldigu. Fragezeichen, wo bist du? Da, siehst du? Das ist nämlich nicht auf meiner Spur. Alter, was muss ich denn hier finden? Ruckeldigu, ruckeldigu. Blut ist im Schuh. Die rechte Braut sitzt noch daheim. Da ist wieder so eine blöde Maulstation, das ist da, dann muss ich da einmal huiiiiiii. Ja, Achtung, ich muss da rückwärts. Lass uns loslegen. Wir müssen heute auf Facing aufpassen, ihm geht es nicht so gut, aber wir werden trotzdem streamen, um die Woche abzuschließen. Ach, was ist denn mit euch? Alle schon wieder krank, wer steht denn da überhaupt? Ich. Erster Skeletor, warum? Ja, ich warte auf sie. Ich. Aber ich warte auf sie. Und dann so, und dann so Stunden später, ich warte auf sie. Ja. Was ist denn da los? Rechts halten. Und dann Ausfahrt links nehmen. Deine Tipp, ganz links fahren, damit ihr fahren könnt. So. Ja. Ich muss eh links abbiegen. Wir müssen jetzt nämlich eine kleine, kleine komische Strecke hier fahren. Bitte links halten. Und ich finde es dann jetzt schon interessant, wie ich das dann nächste Woche mit Facing und High Tower mache. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Also ich hatte schon die Idee zu sagen, so, okay, komm, wir haben, ähm, ich hole für sowas einfach ein Mikro, dass ich einfach, dann sag, okay, ich schließe das Mikro an. Ja. Und meine Kopfhörer abstöpseln. Aber dann habe ich halt wieder Ultra, den Heil und muss das alles wieder einstellen und darauf habe ich keine Lust. Immer geradeaus. Immer nach rechts. Achso. Oh, okay, ich habe gerade, ich habe gerade recht. Frame. Frames. Aber das sind bestimmt 20. Jetzt ist es besser. Ja, naja, vielleicht ist es. Ja, also das, das, das mit dem Frame einbrüchen, das habe ich aber auch manchmal. Ja, ich werde gleich mal Waterfox mal starten. Der hat ja eben schon ein bisschen Stress geschoben und ansonsten, keine Ahnung. Biege nach links ab. Ich biege nach links ab. Ach, das waren Frames keine Leckerlis. Entschuldigung. Hast du sie alle, wie wir sind? Naum, 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 naum. Demnächst rechts abbiegen. Ich, meine Stimme ist weg. Achso, was ist das denn mit euch? Biege nach rechts ab. Ja, also irgendwie gefühlt heute alle krank oder so, ne? Ja, gut, das, äh... Das kann ich, das kann ich zumindest nachvollziehen, dass heute echt so ein Tag ist irgendwie, wo... Demnächst links abbiegen. Also... Biege nach links ab. Biegen ist vorher auch nicht ganz so gut und dann darf ich mir so kommen. Ja. Erst mit der besten KI, die es gibt, äh, BTS. Und, ähm, jetzt geht's mir halt einigermaßen besser. Oh Gott, ojojojojo, wer steht denn hier? Hier muss man ja richtig... Hä? Hier muss man ja echt aufpassen, hier stehen plötzlich irgendwelche Trailer und so weiter. Was ist denn hier los? Ausgezeichnet. Dann rechts abbiegen. Hä, warte mal. Nee, ich hab... Hä, hab ich schon... Nee, ich bin doch gar nicht da. Wollte grad sagen, hä? Au. Hupsi. Aua. Kinder, nicht auf die Karte gucken und gleichzeitig, äh, nach vorne gegen das Tor hämmern. Das ist ungesund. Sagte er und machte er. Ja, ich hab's gemacht, damit ihr es nicht machen müsst. Nee, ich dachte... Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Volvo, oh Gott. Schnell weg hier. Es fängt schon an zu jucken. Ja. Ich brauch dein Virus nur anzuschauen und zack, krank. Oh, Nosa. Böse Viren. Na dann auf jeden Fall gute Besserung an alle, die krank sind, ne? Biege nach rechts ab. An alle, die krank sind und krank werden. Biege nach rechts ab. Ich hab gehört, krank werden ist voll uncool. Ja. Wollen wir mal schon... Ich muss jetzt so richtig aufpassen, dass ich merke und herausfinden, ist das jetzt, ähm, dann krank sein, weil ich, ähm, Allergie hab' oder krank sein, weil ich krank bin. Biege nach links ab. Ja. So. Chris, zu welchem Unternehmen musst du denn fahren? Ich? Ja. Was fragt ihr denn immer so komische Fragen? Weiß ich doch nicht. Die Antwort ist immer, weiß ich doch nicht. Okay, dann warte ich mal, bis in deinem Stream da bist. Warte, ich sag, ich sag dir, wo... Geht nicht, ich muss aus dem Spiel rausklicken, warte. Äh, Dublin Polaris Lines. Polaris Lines, okay. Dann... Ja, also... So, einmal so. Polaris Lines, komm. Da ist Chat und wo ist da? Machen wir 200 und dann, ich kann gucken, der Chat da. Hm, M, 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 sehe ich da, wunderbar, Alter. M und M? Das M macht den Unterschied. Ja, ich schieße mal eben kurz den Waterfox ab, den brauche ich jetzt gerade eh nicht. Ach du, macht der Mucken oder was? Ja, der ist immer ein bisschen, der ist, was so Arbeitsspeicher angeht irgendwie, also je mehr Fenster... Also, beim Firefox hab ich das eigentlich nie. Waterfox mag es nicht so gerne, so viele Tabs aufzuhaben. So, ja, ich weiß, dass die Feststellbremse anab... Ich arbeite dran. Dann muss man den Browser einfach mal wieder neu starten, dass die ganzen... Demnächst links abbiegen. Geöffneten Tabs dann einfach wieder im Hintergrund sind und dann... Wiege nach links ab. Vielleicht... Muss ich da nochmal immer gucken. Oder vielleicht kann ich ihm einfach mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung stellen. Ich mein, genug ist da. Hast ja bestimmt über einen Terabyte zur Verfügung. Ähm... Ah, ein Arbeitsspeicher? Bin ich größers? Achso, hast du nicht? Dachte ich immer, dass Streamer immer so viel haben. Ne, 32 Gigabyte, das reicht ja wohl. Ne, ist hier nicht... nicht vorhanden. Wiege nach links ab. Alles andere muss ich dann über andere Rechner lösen. Sprömer mit, ähm, V-Tube-Model. Immer gerade aus. Ja, dafür brauchst du eine krasse CPU und das habe ich leider auch nicht so... Also, ich habe nicht... Beziehungsweise, CPU müsste auch nochmal ein bisschen... Ein bisschen aufgewertet werden. Oh, ich bin eigentlich viel zu schnell für so eine engen Ausfahrt, ja. Oh, da ist irgendeiner dann vorbei gefahren. Ich muss zu einer anderen Firma. Ich habe mich schon markiert, ich komme dann zu euch. Ah, okay. Ja, ich muss ja eher mal ne... Muss ich jetzt hier, ne? Komm, Pien, ich muss da bitteschön fahren. Aber die Ausfahrt ist auch... Äh. Ja, die ist ein bisschen... Na gut. Versteckt. Ich muss ja einmal hier den Kreis und Neu nehmen. Ich will jetzt nur noch aufs Navi, ich fahre halt nicht mehr selber. Jujo, musst du hier abbiegen. Ja, aber das wird hier einfach nichts. Immer wenn ich denke, oh, da könnte ich auch lang fahren, dann kommt da plötzlich... Ein Haus steht dann plötzlich vor dir oder so. Ein Haus mitten auf der Straße? Ja, nein, jetzt nicht mitten auf der Straße, aber ich habe schon eine Situation gehabt... In the middle of the street house. Und zack, geclaimed. Ja, toll. Bitte rechts halten. Also, ich sing schief als Karsik, also sollte nicht jedes Lied erkennen, dass ich getrallert habe. Sind wir in China? Nee, Nosa, wir sind nicht in China. Nosa, das heißt der Eurotrack-Simulator. Mann. Und nicht Asien-Track-Simulator. Genau, den gibt es nämlich nicht. Oh, Maut. 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 Ah, hier ist mit Karte. Ach, jetzt hier ist mit Karte oder was? Telefoss. Äh, ich, oh, ich... Hä, warte mal, ist die jetzt... Nee, die ist nicht. Toll. Das war mein... Ich dachte, die Schrank ist aufgegangen, dabei war das mein Wischer. Ja, ähm... Hä, aber da steht doch Karte und da ist offen, hier ist grün und der lässt mich nicht durch. Ich fahre nochmal nach vorne, aber... Ist die solid? Ja, sie ist solid. Na toll, jetzt muss ich rüber jetzt fahren. Ey, das ist so kacke manchmal beim Eurotrack. Hä, die sind beide solid. Ja, aber deine ja nicht da. Du musst auch ganz nach... Doch, da wurscht ihr auch. Aber da ist ein grünes Ding. Du musst ganz nach links fahren. Ja. HGS, HGF und Bus only. Aber wie, bin ich denn HGF? Was ist dann HGF? Der HGV. Hä, sind wir hier falsch? Das wird doof. Nein, ihr müsst ganz links. Okay. Das hat... Das hatte ich auch und hab auch gesagt. Ja, aber hier ist keine... Hier ist keine Markierung irgendwo. Ja, das ist ja das Blöde. Natürlich, ich probiere mal ganz links. Ach, jetzt die Maut von Null. Hä? Okay, das ist ja... Das ist ja komisch. Okay, Bild. Every Goods Vehicle. Classification for a large truck. The term common across the European onion. Ja, yes. Europäische Zwiebel. Hä? The European onion. Wer kennt sie nicht? Ich sehe einen Chris und einen Skeletor. Oh, wild. Ich nehm keine Emotes bei Cat Jam und Cat Blob Dance. Wild. Hallo, Professor Sockenfried. The European onion. Jetzt tolle Einstieg. Oh, ja. So läuft das hier. Demnächst links abbiegen. Oh Gott, alter Schwede. Ist das hier? Die Straßen sind so nass. Das spiegelt richtig. Und die Framerate so... Hallo, tschüss. Wie geht nach links ab? Oh, schön. Und es wird gleich lustig beim da reinfahren. Ach, du, ich hab schon... Was ist denn hier? Was wird hier gehoopt? Oh, nee. Jetzt sag nicht, das ist das Ding. Warte mal. Nee, nee. Wir haben schon... Weil wir haben schon mal so einen krassen... Muss ich da raus oder reinfahren? Ich weiß nicht mehr, alter. Was ist das? Du musst da reinfahren. Achtung. So langsam, wie es noch geht. Okay. Und jetzt gleich ganz nach links. Jetzt ganz nach links, 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 links. Links. Jetzt links? Wie jetzt links? Aber mein Ding sagt nö. So, und jetzt... Hä? Geradeaus. Hä? Also, mein Navi sagt nö. Ich fahr geradeaus. Und fahr dann... Fahr jetzt sozusagen links der ist der Straße dahinter her. Ja. Und dann kommst du zu mir. Oh, guck mal. Hier ist das Ding. Hä? Ist doch easy hier. Das war eine schöne Fahrt. Das war eine schöne Fahrt. Fand ich auch. So. Wo willst du eine Lieferung hin haben, mein Freund? Ah. Wär so easy. Ne, ich dachte erst, ich hab mal... Ich musste mal einen Trailer richtig hart aus so einer Ecke rauspopeln. Das war irgendwie... War das sogar im TMP? Ich glaub nicht. Das war mal irgendwann... Und ich glaube, Tarsic und wer anders haben sich voll weggekackt. Deswegen fahr ich nur nach geradeaus. Die Sachen rein. Ich nö. Ich mach immer... Ich hab ja früher... Naja, bis zu diesem Kombi-Unfall hab ich ja immer gesagt... Wo willst du denn... Sag mal, was ist denn hier los mit mir? Ich hab immer gesagt... Wo willst du denn das Ding hin haben? Ähm... Beziehungsweise ich hab gar nicht ihn fragen lassen. Ich hab in den Einstellungen gesagt... Ich will immer den abliefern. Aber ich guck mir halt erst mal an, wo er den hin haben will. Und dann... So, und jetzt hier einfach easy. Easy lämert's rein. Was los? Ich blende, Chris. Ah, ich seh nix. Hilfe. Geblitzt-Dingst. Ja, wer bin ich? Was mach ich hier? Und wenn ja, wie viele? Guck mal hier. Easy, schmisi. Eingeparkt. Das lippt doch wie am Schnüchen. Yes. Gib mir da schönes Geld. Und EPs. Ich bin Ausbilder. Tschü, tschü, tschü. Oh, ich hab bald 100.000 K-Punkte. So. Oh, wer hat irgendjemand... Oh, okay. Irgendjemand fährt direkt in mich rein. Hallo. So, Polaris Lines. Da sind wir jetzt in Dublin. Das heißt, von hier aus fahren wir jetzt. Ist da noch irgendwas? In Waxford haben wir alles. Ich meine, ich hätte hier nochmal irgendwo was nicht abgeschlossen. Aber ich glaube, in Irland habe ich alles. Also, Limerick auf jeden Fall ist noch ne... Limerick. So, dann fahren wir nach Limerick. Die N18 ist mir egal. Okay, bei mir hat's gepiepst. Ja. Pupi. Renault. Ein Renault. Ja. Na gut, was bei den Renault ist geil. Die haben halt ein digitales Display, glaube ich. Beziehungsweise halt ne digitale Geschwindigkeit. Meiner nicht. Ne? Also mein Display ist komplett digital. Das ist noch so ein Bildschirm. Oh, 76.000 Kilometer. Krass. Da wurde richtig was abgerissen. Du kannst mir nicht zufälligerweise geschwitzt sagen, wie ich das einstelle mit dem CB-Funk, dass ich das will. Also, du öffnest mit Tab dein komisches Menü von TMP. Ja, rechts klick dann und dann... Genau, dann gehst du auf das Zahnrad. Ja. Dann auf Sound. Sound. Und was steht oben bei Speaker Device? Da habe ich meine Kopfhörer ausgewählt. Okay. Also, ich in der Regel mache da mal Default rein, damit immer das, was du gerade bei Windows auch ausgewählt hast, wo eh der Sound rüberkommt. Aber das ist egal. Mach das mal so, wie du das haben willst. Default. Dann... Voice Volume habe ich halt, war so auf 75%. Jo. So, und dann unten hast du Microphone Device. Ja. Da wählst du dein Mikrofon aus. So. Muss ich bloß gucken, damit ich das... Theoretisch kannst du da auch Default machen, aber ich habe da jetzt explizit mein Mikrofon ausgewählt. Weil das kann auch mal sein, dass bei mir das verstellt ist. Ich muss... das Ding von der Lautstelle, ja, glaube... Okay, ich kann das... Ich kann das... Ja, Mikrofon Volume hast du da drunter. Ah, okay. Du kannst auch auf Starttest drücken und dann hört man was. Das habe ich ja gerade. Also du drückst auf Starttest und wenn du dich selber hörst, wenn du sprichst, dann ist korrekt. Ja. Das habe ich. Gut. Starttest... Da, 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 da... Da, da, da... Okay. Ah, ich muss dann immer Stopp-Test machen. Ich muss das lauter stellen oder leiser. Dann muss ich wieder labern, damit ich das richtig einstellen kann. Stellst du das unter Windows oder drunter bei Microsoft Volume? Nein, ich stelte es gerade im TNT ein. Okay, echt? Ist das so? Was jetzt die Lautstärke? Ah, tatsächlich. Applying. So. Stopp-Test. Und dann... Also, bei mir erinnert sich nichts. Was muss ich da eigentlich dann drücken, damit das ich höre was willst hörst du mich ja ich hab dich auch gehört aber ganz leise bei mir ja vielleicht muss ich schon bei mir ein bisschen übersteigen ich mach mich mal lauter also ich bin jetzt auf volle möhre naum ich erwarte dass bei mir gleich was explodiert ok warte mal ich muss nee das ist auch definitiv zu laut beziehungsweise das hat übersteuert dann mache ich ja jetzt jetzt ist es nämlich wieder so auf diesen blöden hall ich höre nichts ich bin gerade bei mir selber am einstein ja wenn du auf wenn du auf es halt halt weil du dich selber hörst wenn du mit delay wenn du auf ja das ist halt wegen discord das ist wenn du wenn du so auf beheißen das auf test mikrofon drückt ach so ja ja start ist natürlich ich dann mit dem delay weil das einfach ist das jetzt jetzt ist super ist auch ohne den hall das ist das korrekt das komisch ist ich habe zwei mikros und das eine das ultra viel hall drauf ja bei dem anderen nichts aber ich weiß nicht welches das richtige ist na du wirst ja mit sicherheit zwei mikrofone haben das eine ist vielleicht eine webcam wie heißen die beiden mikrofone also ich habe hat set microphone jetzt ausgewählt ja und davor hatte ich also mikrofon mikrofon array mikrofon array ja ich würde das jetzt ein mikrofon nehmen weil das mikrofon mikrofon array klingt doch irgendwas ein array ist ja ja es klingt nach irgendeinem zusatz zu tut du hast das ist wahrscheinlich ist damit mein headset leuchtet die nose ich brauche mal kurz das deutsche wort für array nose ich kenne das wort aber hier steht keine übersetzung gerade mehr zur verfügung jetzt muss ich bloß geschwindeln obs rein um zu schauen ob ich da welche sich in obs ausgewählt habe als mikrofon ich glaube ich habe da auch every auswählen und dann anordnung reihe spektrum dankeschön mikrofon anordnung ich will naja es klingt auf jeden fall wie eine wie eine wie eine reihe von von geräten oder der gerät genau ich habe tatsächlich in obs auch headset mikrofon ausgewählt gut so meine damen meine herren und sonstige mitreisende wie wir warten darauf einen auftrag auswählt oh ja datenfeld matrix aufstellung ja cool nee ich glaube es ist reihe 1 1 array ist eine reihe an das gibt es in der programmierung auch los chris das schaffst du ich glaube also das ist perfekt also das ist genau dieselbe qualität wie bei discord auch also alles gut mit mikrofon siehst du oh nein wir müssen jetzt wieder umstellen sonst kommt das nicht jeder kommt so dass so destination ist wie ist das ding limerick irgendwie limerick euro es ist einfach weil ich nicht weil ich lustig ist wie ich dachte die taste dafür ist die warte ich sag's dir gleich die taste die ich auswählen kann für push to talk das dachte ich auch aber es ist wohl so dass man die in tmp nicht verändern kann weil ich hatte mir sie sonst aufs lenkrad gelegt noch ein miem song der holy center barbara käseplatte was was das los nicht so essig kavier saftkonzentrat wäsche trockner flaumen was fühlen wir denn verpackte lebensmittel leitplanken oder wir können pass auf wir fahren motorräder aber leider sind die motorräder in einem kürt insider du werden sag mal so laut ist ja tut not weil lautet moped heißt das ist gut dann darf ich auch noch gerne skippen wild so geht das hier nicht nur so hier wird nichts geskippt so apropos gast so ich muss in das ding fahren hier also auftrag auftrag hast du erstellt auftrag ist drin beziehungsweise ich guck mal im fall haben wir was manchmal auch was anderes wir fahren nach limmerick auf jeden fall haben wir nichts anderes wir fahren motorräder 15 tonnen nach hoppy kerris shop und die tonne kräfte ja jetzt hola oder du hast ein neues nüsseholz ist das so diese platte ist das neue nüsse das glaube ich erst wenn ich es aufsatteln so aufsatteln jetzt holt sich noch mal jeder ein apfel nee wie war das erst mal lieber ein apfel so ich mag vielleicht tatsächlich keine äpfel die brennen mir auf der zunge die äpfel brennen auf der zunge ja und das geile ist auf dem reichstag habe ich einen apfel essen müssen meine deutschlehrerin wusste dass ich die nicht sozusagen vertrage oder das ist immer geil ist mir brennt dann die zunge für den rest des tages und sie so nein papi du ist die jetzt sprich ich habe dann da oben nimmelt daran beleidigt rum und deckt mir nur so jetzt habe es brennt mir die gosh für den rest des tages ja denke ich mir auch jedes mal wenn da kenne ich viele solche situationen wo man sich so denkt so alter was ist denn mit denen das ist wie diese diese heute mit mit kuschelkater ihm sein sein prof gedönster das ist genau dasselbe wo ich mir denke so her was ist denn mit den leuten los lass dem jungen doch sein wenn er grün auf schwarz haben will dann dann ist das halt so habe ich gar nicht mit verfolgt ich war im brennen wild ich wusste gar nicht dass es geht also ich kenne ja weiß auf schwarz kenne ich aber ich höre das radio gar nicht so sind wir alle so weit oder mit oder wie oder joo gut ab fort denk mal wir sagen so wie es navi will aber ich mach den tasik also du moppelst nee ich fisch fahr nicht durch den kreisverkehr durch aber hier müssen wir ein bisschen aufpassen ist lustig ich habe in meiner nähe einen kreisverkehr wo du theoretisch eigentlich falsch durchfahren kannst ja weil dir niemand entgegenkommt am kreisverkehr aber die leute halten in den kreisen an du an den kreisverkehrs welt besser verpeilt dass es ein kreisel ist ja ist das so ein so ein so eine 30er zone oder sowas nein es gibt ja gerade da in solchen wohngebieten gibt es ja solche kleinen kreisel die du siehst zwar dass es ein kreisel ist weil sind halt die entsprechenden schilder dran aber du hast in der mitte keine du hast keine bepflanzung oder so du könntest theoretisch einfach drüber fahren und dann gibt es leute die fahren einfach drüber weil sie es nicht sehen oder i don't know teilweise die kreis kreisel dann ja auch nur aufgemalt also es ist noch nicht mal dass es eine erhöhung irgendwie ist oder so einfach aufgemalt und die hämmern dadurch und nehmen die deine vorfahrt und du denkst dir so budi doch mal auf die leder ist tatsächlich bei uns ist da einen baum aber wir haben auch eine ellipse das wäre was für clever verfehlt eine ellipse das glaube ich nicht was ist eine ellipse naja denkt man nicht dass du weißt was die ellipse ist klar weiß ich was eine ellipse ist und was ist es jetzt google da noch so ein ding halt ja jetzt eine ellipse ist eine art von kreisel sag ich jetzt mal so wo im kreis sind dann zwei stellen halt warten müssen haben wir bei uns bei unserer freiwilligen feuerwehr also ich wollte ja geil dass wir du halt dann auch nicht blinken muss muss nur blinken wenn du in der ellipse bleiben willst ja wie gehe nach rechts ab also ich kenne ellipse außer aus der aus der deutschen sprache auf jeden fall aber das macht wirklich verkehr keinen sinn so bildungsauftrag habe ich für dich heute jetzt auch schon erfüllt jetzt ist dein chat auch ein bisschen so 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 ich kann mal wieder rauszoomen und sehe ich dass ich verfolgt werde so 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 Co chop hop halten ho toll ja ich wager das war's schon was das denn stimmt aber er wird als jako deklariert und ich mach mir im land land beure带 und wenn da machst du dir diesen co das auch denn ich habe gar kein evident an ja es ist nicht grounded zeit stimmt dann hemmt ja na ja hawaii also zählt schon unter enten die ausfahrt links dann müssen wir raus links nehmt mir die ausfahrt links ach so warte mal ich hab vorhin er kriegt noch mal ein verstoß ich habe ja vor einen schaden verursacht oha auch bei die gas aber auch nicht was zu tun jetzt gerade auch neuer geht einkommen minus 555 mille r guck mal siehste bitte rechts halten ich will er ist im level aufgestiegen ja wieso und das kostet geld oder was das ist nämlich das meine fahrer kosten mir geld bringen kein geld nach hause du ich glaube da musst du mal mit deinen fahrern wörtchen reden ach doch auch ich glaube auch zwei oder drei sie sind gefeuert drei wörter ich kann es noch schneller gefeuert bild wie peng okay oh gott das war jetzt so ein dead joke ich fand den voll gut and me is not dead die uhr k.i.bitte rechts halten naja heute ist ein bisschen dead weiter die m7 wie sieht es aus wo sind wir denn da wir sind auf ach so geht die autobahn jetzt noch immer wieder hier gibt es auch nur autobahn da gibt es nichts anderes oh ich muss tanken autobahn 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 raser ja ja weiß nicht so der ersten autobahn raser oder so könnte man sich eigentlich auch mal angucken aber den gibt es nicht mehr das spiel habe ich noch von früher ja sogar ein original verpackt und so und sogar die deutsche version weil es gab auch eine englische version davon okay aber die ist ja nicht autobahn raser autobahn racer ja ich kenne halt nur usa raser das ist ja auch so ähnlich alles von davilex noch alter ja das war noch das war noch zeit noch ja ja wo der lamborghini diablo das schnellste auto war was man sich da kaufen konnte ja damals noch 1962 ja 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 aber grüß nimmt immerhin so frachten die ich mit dem drehtour auch fahren kann nicht so wie tarsich so frachten wo ich in mit zehn km h einen berg runter fahre ich fahren muss dass ich nicht mich in werkstatt teleportieren darf ja ich kann island auch mittlerweile echt nicht mehr sehen wir waren auf wir waren in österreich wir sind über münchen runter nach italien oder so den großglockner fand ich schon ganz geil den würde ich auch ganz gerne mal fahren aber aber muss halt nicht mit einer lockt sein du musst ja da bin ich immer so voll extrem machen wir sind dann mit helis unterwegs ja wir sind nach brasilien wir sind nach barcelona damit und sind dann ich wollte sagen nach brasilien wird er aber hochgefahren in den nord also wir sind brasilien liegt neben kiel und ich dachte mir so okay das ist ja auch schon recht nett ist ja auch schon recht nett man redex etwas aus wo ich so richtig langsam sein muss mit meinem treten oh nein ich hätte ja tanken müssen shit egal tanke ich in limerick ich war gerade so verwirrt da kam mir ein blauer was denn du hast du bist gerade voll vor mir eingeschert links halten du musst gerade voll runter bremsen oh nein was fährst du auch so schnell hier ist 80 äh 90 nimm die ausfahrt links ich nehme die ausfahrt jetzt links oh ich muss vielleicht auch mal ein bisschen abbremsen ich darf halt nicht voll bremsen weil sonst äh kommt mein auto ins schlingern sonst macht's so gut jep ne was ich ganz gerne mehr angucken wollen würde ist der Bus tatsächlich bitte links halten was der so kann und was man mit dem Bus überhaupt macht das wüsste ich nochmal gerne überlegen ich glaube man kann auch mit dem Bus oder selbst mit dem Auto äh frachten fahren ja aber du kannst ja keinen Anhänger hinten ran packen deswegen ist die Frage was wird man da ja Pappkartons von A nach B ja vermutlich erster Aufenthalt in Limerick 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 was war das noch gleich in dem Gedicht also nichts für mich ich bin ich bin demnächst links abbiegen äh wie viel Liter hab ich denn noch äh biege nach links abbiegen juhu ich dachte gerade schon zur Kurzweinde ich leg mich mupfeln oha so hier muss ich hin achso er fragt mich gar nicht oh Gott jetzt hoffe ich dass ich hier reinkomme er fragt mich nämlich nicht äh wo willst du die Sachen hin haben kann ich hier rauffahren jawolli ich hoffe dass das jetzt nicht dass ich schon wieder einen kaputten Auftrag jetzt habe ja bitte äh äh Pappi wenn der Vordermann bei dir äh 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 Geist ist kannst du da durchfahren ne weißt du ah 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 das hat funktioniert weil ich muss da jetzt auch rückwärts einparken oder was ne ne du siehst ja wie rum du rein musst so rum wie ich halt also du musst nicht so rum du kannst ja auch du hättest auch einen großen Bogen rummich machen können nur ich halt so nö ich schaue halt nach links so ich krieg Bonus 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 ist immer gut das sowieso äh ja was läuft denn da eigentlich gerade Sharks aha so ich fahr mal wieder vielleicht kann ich da ja dann aus dem Weg hier fahren so wo haben wir denn hier ne Tanke in der Nähe oh ja stimmt ich muss tanken ja äh hier wo ich bin einfach nur die Straße runter an der Werkstatt vorbei ne vor der Werkstatt am Kreise die dritte raus und da die Straße durchkommt ne Tanke ah da hinten ah da hinten oh das noch Fragezeichen hier da muss ich hin ja ja das ist auch ne Tanke oh wie Tanke 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 so einmal voll machen bitte oh nö ich will wieder Geld ausgeben hier ja kennt ihr eigentlich den ähm 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 witz mit ähm dem ähm tankwart na klar wer kennt den witz mit dem Tankwart nicht ähm also kommt einer hin zum um tanken dann fragt er den Tankwart ähm entschuldigen sie was kostet denn bitte ein Tropfen Diesel sagt der Tankwart ja nichts sagt er der sagt dann der Autofahrer okay dann bitte einmal voll tropfen aha hab ich jetzt nicht verstanden dem witz aber okay aha das sind ein paar mehr Tropfen also einen Tropfen kann ich verstehen wobei auch einen Tropfen Diesel kostet was das ist aus einer Arbeitsagentur was soll das denn wieso erkennst du nicht dass ich in der Markierung dran stehe ah mach nochmal den Tarsik ah Highlands Sackzement eh Sackzement? ne ich dachte wir haben Motorräder geladen ja jetzt hat das na siehste richtig schön schief warte mal hier ist eine Garage ne soll ich eine Garage hier kaufen in Limerick? ausgezeichnet ich wollte eigentlich was machen ne ich wollte eigentlich was im Norden kaufen aber ach weißt du was YOLO Gönnung Gönnung kauf ich mir einfach hier eine ich weiß auch nicht kaufst du die dir doch auch? jup aber die wollte ich kaufen erst da ich kauf die zuerst Martin Martin der fährt in meine Garage rein ne meine ne meine Garage warum spielten Hightower jetzt Guus Guus Duck quack quack vielleicht vielleicht spielen die einfach Guus Guus Duck that I need to that I need to know soll ich mich jetzt vom Sofa abkratzen um mir einen Tee zu machen eher nicht okay Tja Nosa kannst oh hups was ist denn das schon wieder warum roll ich denn hier durch die Gegend weil Jui fängst die es noch arbeiten ja ich wollte damit sagen die können auch so Guus Guus Duck spielen ja da muss da muss nicht irgendwer irgendwie sondern ja ich dachte dass vielleicht ähm vielleicht spielt Hightower mit wem anders ich weiß das ist unwahrscheinlich aber ganz wilde Theorie Guus Guus Duck mit sich selber das auch ja mhm wow so ein Singleplayer Guus Guus Duck mit so einer Story wild oh in Kalinien grad hab ich auch eine eine große ne was nicht verfügbar wieso nicht verfügbar ach weil da noch gar keiner ist toll hätte ich ja erstmal einen Lkw kaufen können in Pescara war das guck mal wie er grinst ich glaub das bin ich guck mal täglicher Profit ist bei mir 47.000 und bei meinem bei meinen Fahrern 2.100 Produktivität ich 100% meine Fahrer 9 und 15% da seht ihr mal mit welchen komischen Leuten hier zusammen ist ja ist halt schwer gutes Personal zu finden wir können ja auch mal einen Abstecher nach nach der Isle of Man fahren eine Tour da war ich noch gar nicht können wir da Moped fahren da gibt's doch immer diese hier Iron Man äh Iron Man genau Kämpfe was ich dachte da fahren die Moped ich meine Isle of Man ist tatsächlich äh in der EU das einzige andere Land was keine Geschwindigkeitsbegrenzung hat weil das macht halt keinen Sinn das ist eine Insel ja aber war die nicht hier unten war hier die nicht hier ne der war Portsmouth wo war denn die Isle of Dingsbums noch gewesen oder ist das die ist das Ramsey ist das das da Ramsey Douglas wo ist die Isle of Man das ist die äh da bist du mit der Maus schon drüber gewesen wo bin ich wo bin ich da wo ist das hier Torsthafen war ich irgendwie auch noch nicht ach ne ich war nur in Torsthafen ich war da drüber noch nicht aber da ist auch nichts ach ja stimmt das geht nach Island dann oder mal ganz schnell wieder zurück ja das war Irland meine Damen und Herren und sonstige Wesen das war Irland in Irland habe ich jetzt alles abgefrühstückt ach 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 okay ach vom Sofa abkratzen wild kusch 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 Noah einfach festgerosst sind. Oder Fistke, ich weiß auch nicht. Was ist das? Port? Porth, Porth, my dog. Porth, my dog. Was ist das für ein Name hier? Mhm. So, hat noch jemand irgendwie Bock, irgendwo hinzufahren? Ich bin gerade am April. Wolltest du so eine Mittel-Tour machen oder schon so eine große? Nee, ich mach eher kleine. Also man kann natürlich sagen, lass mal in irgendeine Richtung fahren oder so. Dann wieder Richtung England. Was ist denn mit, warte mal. Was ist denn hier oben? Ganz, ganz im Norden. Da ist irgendwas. Spitzbergen. Grumat, Grumat, Grumatbieren. Longy, Grumatbieren here from. Aber bei mir steht halt nicht drin, was das ist. Ja, das ist so ein Spitzbergen. Spitzbergen, ja. Da musst du, oh Gott, da muss man nach Norwegen fahren. Da musst du von Vardo aus. Oh Gott, okay. Das ist auch nicht mal eben so. Das ist auch schon sehr lang. Aber die Richtung würde ich tatsächlich so mal ein bisschen fahren wollen. Ja, so ein Norwegen-Spiel können wir gerne machen. Wenn du da noch was aufzudecken hast. Ja, jede Menge. Na denn? Also ich war ja am Cup der guten Hoffnung, hätte ich beinahe gesagt. Am Nordcup. Hornings-Wark und alles, was daneben quasi noch ist. Das ist, äh... Ah ja, Oldschool-Kutscher. Kenn ich den nicht sogar? Der ist also auf Twitch unterwegs. Das ist ja schön. So kann man auch Werbung machen. Ich hab bei mir bei DMV auch meinen... Ähm... Ja, aber der schreibt in Chat. Der schreibt so in Chat, äh... Ah, geht grad nicht. Jo, hey, macht's mal Werbung. So. Jo, hey, hier, Werbung. Schaut's was dran. Genau, der macht da... Der macht quasi so. Ey, du siehst doch den Chat, oder nicht? Der sagt quasi so, komm mal, Twitch. Ich... Ich schreib gerade über mein Handy mit... Über Discord mit Hightower. Du bist ja wild. Ja. So quasi. Oh nein. Oh, was geht denn? Käseplatte? Käseplatte hört sich irgendwie an, so... Papaplatte auf Wurst bestellt, oder so. Ja. Also ist... Da müsste ja rein theoretisch... Eine Papaplatte sein, wenn... Mein Vater auf einer Platte liegt. Oder haben wir keine Haare mehr auf dem Kopf. Da wird meine... Herr Nosa, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen... Käseplatte ist so ein bisschen wie alles. Es wird aus Hack gemacht. Ja, stimmt. Alles wird aus Hack gemacht. Wild. Ja, äh, vielleicht... Äh, ja. Ich suche nochmal was raus. Also wir können ja tatsächlich... Dann fahren wir Richtung Norden irgendwas. Okay. Hau im Norden, doch. Was haben wir denn da? Pass mal auf. Haben wir da noch im... Ähm... Ah, ich weiß, wo Dumpfries ist. Okay, hab ich gerade gefunden. Streizer. Dumpfries? Hehe. Ah, Dumpfries. Ja, ich wollte auch... Ja, dumme, dumme Pommes quasi. Oh, das war... Jetzt wissen wir, wo Ray wohnt. Die wohnt in dumme Pommes. Hä? Die wohnt in gute Pommes. Good, good, good fries. Ja, nee, wenn... Wenn die Pommes sich nicht benehmen, dann... Ähm... Kommt die Ray-Plage und isst die. Wild. Ist hier denn noch irgendwas? Also hier sind ganz viele kleine Inseln, aber hier ist halt... Da sind halt keine Fragezeichen drauf. Loch Boysdale. Und so. Bar... Bar... Barli... Warnisch. Okay, Barli Warnisch dieses Jahr. Loch Boysdale. Stornoway. Ja, da wird alles storniert. Verstehe. Liver... Hier, Ult... Nee, was? Ullapool? Was? Ullapool. Musst du mir gerade eine Evo reinwerfen? Mir geht es gerade nicht wirklich gut. Ich glaube, ich mache heute bei Gartik nicht mit. Oh, Nio, 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 Nio. Ja, dann mach schlafi und dann bist du morgen wieder fit. Ich bin morgen wieder fit, was du? Nosa, Reese ist schon morgen nicht da. Na, du kannst mich doch nicht morgen... Na, du kannst mich doch nicht morgen... Hey, ey, wenn du nicht... Dann machst du halt nicht. Dann rotzen wir da halt wieder durch. Gar kein Thema. Patsche, Patsche. Wir machen jetzt ganz viel Patsche, Patsche für Nostra. Ja, heute, wie gesagt, heute ist echt, äh, ist echt wild, ja. Ich brauche sehr wenig Energie. Die Sonne wurde nicht geschehen. Ich glaube, ich habe heute keinen Photovoltaik, keinen Photovoltaik gekriegt. Nicht genügend Vitamin B. Was macht man aus Photovoltaik? Ein, ein Foto? Ich muss jetzt wissen, wir sind total. Nee, Sonnenblumenbrötchen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit... Sonnen, Sonnen... Gibt es Sonnenbrötchen? Sonnenkuchen. Nee, Kuchen macht man nicht aus Teig, ne? Hm. Ich keine Ahnung. Ich nix wissen, ne? Was wollte Papa gerade? Ich habe nicht verstanden. Wie bitte? Wie bitte? Ich frage mal nach. Hahaha. Äh. Hm. Ja, hier ist auch nichts. Also, man kann da zwar hin, aber... Macht nicht wirklich Sinn. Kommen wir denn da schnell irgendwie hin? Hier vielleicht? Also, wir könnten hier Seehopping machen. Da. Da könnten wir dann nach... Dings. Sollen wir schon mal da? Kommt man hier irgendwie schnell rüber? Nusser, fühl dich getrübt. Ja, ich muss gar nicht mehr sagen. Ja, das ist Brötchenteig, der in einzelne Kugeln nebeneinander gelegt wird. Dann wird gebacken. Sonnenteig? Sonnenbrötchen? Wild. Ich habe mir gerade noch mal wieder nichts reingeschmissen. Ein Erkältungstier gemacht. Ich habe heute eine 33-prozentige Autarkie. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Kann mal jemand im Lager gucken, ob wir noch eine Nosa da haben? Wir brauchen eine Ersatz-Nosa, bitte. Danke. Warte, Chef. Ich gucke mal eben. Ja, guck mal, guck mal noch im Lager, ob da noch eine Nosa ist. Warte, ich rufe einfach im Skafton-Klager an. Wie macht das? Wie kommen wir? Also, wollen wir tatsächlich irgendwie sowas Wildes machen? So eine wilde Tour hier irgendwie? Ich will ja ganz schnell nach Norden kommen. Jo, hei, hier ist Paddington. Okay, pass auf. Wir machen Folgendes. Wir werden dann von Bodo aus Trondheim oder Trondheim. Das ist die letzte Lieferung schon von Nosa, von letzter Woche ist noch nicht eingetroffen. Wir haben immer noch Lieferverzögerung. Ah, da könnten wir von, nee, wir können ja... Bergen. Bergen. Osthafen, Turskowik, Iverness, Inverness. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Dann machen wir... Dann fahren wir jetzt nach Larno. Fahren wir jetzt Richtung Norden und machen da ein bisschen Schiffshopping. Also, Larno. Suche ich mal... Mach ich mal eine Tour nach Larno. Larno. Ich mach mal mehrere Touren. Pass auf. We're to the company. Ja gut, ich bin ja schon bei der Company. Wir sind jetzt bei... Wie heißt die Company, wo wir gerade sind? Also, da. Glober. Ist egal, irgendwo ein Limerick. Ist ja Wurst, welche wir nehmen. Kabeljaufilet ist gekühlt. Warum nicht? I should want to generate without taking a... Yes. I want to generate a job. So, Larno. Äh, wo wollte ich hin? Ich wollte nach... Geron, copy, Job. Wie ist das Kommen? There is no Job. Nee, wie hieß... Wie hieß das Ding da in... Ich guck nämlich mal. Vielleicht schraubt er uns ja eine geile Tour zusammen. Ich glaub aber eher nicht. Äh, wie heißen die? Vardo. 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 Kann ich hier auf den Dings... Ich komm mir nicht auf den Dispatcher drauf. Äh... Vardo. I see you, we clip again. Aber Vardo habe ich nicht. Heißt das schon Vardo oder Vardo? Äh, Vardo. Vardo in Norwegen. Vardo. Minipries. Ja, finde ich schon mal geil. Altkunststoff. Äh... Ja, warum nicht? Ist ja gut. Gibt es noch mal was anderes? Leere Paletten, Altkunststoff? Achso, leere Paletten und Altkunststoff. Ich hab gerade leere Toiletten verstanden. Ja, das gibt's auch. So. Okay. Hä, wie geil ist das denn? Die haben was geupgradet. Jetzt gibt's hier eine Jobinformation. Land Distance. Äh, Land... Land Distance. 4629 Kilometer. Dann sagt er mir, wann er ungefähr ankommen. Mittwoch, 5 Uhr 36. Fairpreis kostet 1290 Dollar und eine fairen Distanz von 17 Kilometer. Er sagt mir zwar immer noch nicht, wie viel ich für den Job kriegen würde, aber ist mir egal. So, ich mach mal eben. Äh, warte mal, von wo aus bin ich jetzt losgefahren? Theoretisch. Von Globör. Wo ist denn... Äh, Globör. Wo ist denn, wie ist denn Globör hier in der Dings? Ich hab jetzt natürlich... Äh... Globör. Da. Die Straße runter. Und wo hat er mir jetzt den Punkt hingesetzt? Ach, nach Larne. Guck mal. Aber Oldschool-Kutscher sagt mir was. Hab ich den letztens mal irgendwann auf Twitch hingefunden oder was? Kann das? Du kannst mir auch geradeaus raus. Nein, ich muss rückwärts. Und er hat immer noch keinen Job gemacht. Er hat keinen was gemacht? Ich warte immer noch darauf, dass du dein, ähm... Job gemacht hast, dass du einen Job erstellt hast. Ach so. Ja, ich hab zwei Jobs erstellt. Wir müssen mal zur Globör. Das ist ein bisschen die Straße runter. Nee. Hä? Verdammt. Falsche Richtung. Falsche Richtung anderer Seite. Ja. Ich fahr einfach Chris hinterher. Okay. Ich fahr Papier hinterher. Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Wenn du fährst mir voraus. Ich fahr dir hinterher. Neubringen. Oh mein Gott. Du weißt es nur noch nicht. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Yes. Nimm diese Ausfahrt. Arbeitsagentur entdeckt. Siehste? Hat sich doch gelohnt hier lang zu fahren. Erste Ausfahrt. Wir wollen bloß ein bisschen aufdecken. Das auch. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich nimm diese Ausfahrt. So Globör. Da ist Scania. Da ist Globör. Wir sind heile angekommen. Mal gucken. Weil die müssten jetzt zwei Jobs von mir haben. Und ich guck mal eben kurz ab. Wie ist hier so? Eigentlich kannst du ja immer nur einen erstellen. Nee. Du kannst mehrere erstellen. 10% Schaden. Äh. Hier. Ich hab nämlich ein. Oder? Warte mal. Nee. Eigentlich kann man mehr erstellen. Oder vielleicht war das Zufall. Ich hab Limerick nach Lahne hab ich. Alte Kabeljaufilis. Das müsste eigentlich das sein, was ich erstellt hab. Und Limerick nach Vardo. Ich guck mal eben, wie da die Strecke ist. Okay. Da fahren wir durch das Königreich durch. Dann Niederlande. Weil ich kann ähm. Ja gut. Das sind. Alter. 50.000. Hä? Das kostet. Also nee. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das sind 10 Euro pro Kilometer. Das ist echt wenig. Ähm. Das würde ich nicht fahren. Das ist eine viel zu lange Strecke. Und das gibt halt so gut wie kein Geld. Also unter. Unter 25 Euro pro Kilometer mache ich hier gar nichts. Da stehe ich nicht mal auf. Das ist quasi geschenkt. Ja. Nach Amsterdam wollen wir auch nicht. Nee. Wir fahren Limerick, Lahne. Fahren wir für 13k. Äh. Fahren wir alte Kabel, die auch für Lays. Den habe ich auch noch erstellt. Jupp. Also. Wie gesagt. Ihr. Also von mir aus. Könnt ihr auch immer was anderes fahren. Wenn ihr sagt so. Nee. Alter. Ich will meinen eigenen Job erstellen. Weil ich persönlich. Ich finde das überhaupt. Ah. Hilfe. Aua. Ich finde das gar nicht schlimm. Wenn man sagt. Budi. Wenn wir alle dasselbe fahren. Finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Weil mir geht es ein bisschen so. Wenn alle Trucks immer gleich aussehen. So. Und wir jetzt von Dimmerick nach Lahne. Genau. Also bei Globoer vorne kannst du fahren. Du kannst aber auch was eigenes machen. Aber nach Lahne fahren wir. Ups. Wir hatten da noch so eine krasse Lackierung. Nein. Skeletor. Ist es. Hm. Ich sehe nichts. Ich muss mal hier kurz sehen. Was? Du siehst nichts? Ja. Ich sehe nichts. Dann mach die Augen auf. Hihi. Okay. Hö. Gott. Eigentlich ist das ganze Ghost. Das macht mich fertig. Ich muss mal kurz telefonieren. Okay. Auf geht's. Bing. Weg fahren, was hier ist. Fahren wir nach Navi oder andere geplante Route? Nö. Also hier gibt es ja nichts mehr auf. Also ich kann hier nichts mehr aufdecken. Insofern, ich fahre nach Navi. Na gut. Stimmt, ich wollte mal meine Mütze aufsetzen, weil deswegen fühle ich mich heute nicht so richtig trucky. Oh ja. Mi ist nur trucky. Jetzt ist mi trucky. Ah, da ist die gute Mütze. Jawohl. Kein Problem. Kein Problem. Route neu berechnen. Ich klopke gleich wieder auf. Da ist mir irgendwie eine falsche Firma drin. Joris, warte bitte, weil... Ich bin der Hoffnung, dass ich dann deinen Job mir schnappen kann. Was willst du dir schnappen? Dein Job. Oh, wir kommen auf den Jobs. Du, fertig mit Telefonieren? Achso, da kann ich nicht... Er hat bei mir jetzt auf einmal eine andere Firma ausgewählt vom Aufladen, warum auch immer. Achso. Achso, Europcar, ne? Juck. Okay, gut, dann... Warten wir ja sonst noch mal ein bisschen. Wie bitte, was? Wait, what? What? Es ist zu laut im Discord. Du musst jetzt hier hinten hin. Zum Aufladen. Du musst hinten in so eine Gasse rein. Aha. Gut, wir machen kurz drei Minuten Pause. Haben wir doch kein einziges Mal Pause gemacht. Oh, das geht ja mal gar nicht. Ja, das geht gar nicht, weil hier die Tanks sind leer und wir holen uns jetzt alle Hydrationen und dann sind wir gleich wieder da. Jo. Ich geh mal, ich mach da da, ich geh mal hier hin. Jetzt kommt Werbung. Oh, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Wild. Hier wollte ich hin. So, was ist? Alle fertig? Jo. Wer ist nicht bereit? So, ich bin ja rechtzeitig wieder zurück vom Entleeren. Das ist gut. So, und da, 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 da. Kuda, auch da? Kuda, 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 Kuda. Ich bin ja da mit dem Discord beschäftigen, dass Sie wieder da sind. Danke schön. Hup, hup. So. Äh. Hm. Hilfe. Hilfe. daher. Na dann auf. Na fort. Miep miep. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Du solltest einen Warnblinker raus machen? Ja. Faire sind voll. Obwohl ich fahre, da kann ich den drin lassen. Okay. Soll ich meine Blinkys an? Hattest du Christe Blinkys an? Yes. Jetzt schon. Das heißt nicht umsonst kein Handy während der Fahrt. Ja. Wir haben gerade fast über Kreisverkehr geändert. Ich hab's gesehen. Ich bin hinter dir. Oh Mann. Ich weiß von nix. Ach Chris. Ich hab gar nichts gemacht. Deswegen habe ich, wenn ich bei mir in der sogenannten Realität fahre, dann habe ich eine Freisprechanlage. Hab ich auch. Ich auch. Ich hab hier auch eine Freisprechanlage und den Chat in der Mitte, aber ganz ehrlich, wenn du mal irgendwo anders hinguckst, wie schnell du, na gut hier ja noch mehr, weil du ja den, du spürst ja, besonders wenn ihr mit Tastatur fahrt oder so, ihr spürt den LKW ja nicht. Mit Tastatur? Ich fahre mit Lenkrad und Pedale und Gangschaltung. Ja, oder Gangschaltung auch noch. Nix wie mit Automatik. Ihh. Also Lenkrad und Pedale fahre ich auch, aber ich fahre Automatik. Wie ist das so neulich? Ich war neulich bei meinem Lektrohändler meines Vertrauens und dachte mir so, wenn ich das Lenkrad gesehen habe, so, jetzt würde ich gerne wissen, wie teuer das ist. Hab aber keinen Preis gesehen und dachte mir so, okay, dann hol ich's mir lieber nicht. Also, es kommt ganz drauf an. Wenn du einen Schnapper machst, also für das G29 ist es, glaube ich, so 200 Euro. Meistens aber eher drüber ein bisschen. Aber, also, ich habe einen Schnapper. Also ich habe ja zwei Lenkräder. Ich habe einmal das G29, da habe ich 280 für bezahlt und das G920, das habe ich gekauft und der K ist noch ganz neu raus, 420. Wow. Ich habe ja Bock gehabt auf dieses, das, was Logitech jetzt neu rausgebracht hatte, aber das ist jetzt auch nicht so sehr anders als das, was es bereits gibt. Außer, dass es halt mal endlich ordentliche USB-Anschlüsse dran hat. Ich weiß nicht genau, aber das Ding kostet, glaube ich, 1000 Euro oder so. Ich denke, das Ding kann genauso viel, oder eigentlich genauso viel, wie das, was wir alle bereits haben. Also, das lohnt nicht. Aber ungefähr so. Aber beim Logitech Lenkerrad geht's noch. Ich habe beim, ich habe noch ein Fandatech Lenkerrad zu Hause für Racing. Ja. Und, Alter, da musst du mal die Anschlüsse zählen. Holy moly. Inwiefern? Na, also, ich habe dafür extra so ein komplettes Racing-Rig. Also mit hier Sitz und, äh... Ja, also es hat ein paar mehr Anschlüsse oder was? Oder... Ja. Okay. Ja, nee, was mich halt nur nervt beim, beim Logitech sind halt, dass die Anschlüsse halt noch solche 15-Pin-irgendwas-Gedönse sind. Mhm. Und, und nix mit USB. Und dabei ist das Ding gar nicht so alt. Ja. Ich meine, gut, ich habe hier eins, äh, da kannst du zwischen PS3 und PS4 umschalten. Ich habe mir ja extra das geholt, weil das, äh, weil das diesen, diesen... Irgendwas hatte das. Das hatte, glaube ich, das hat generell mehr Tasten einfach so, als das Xbox-Ding. Das Xbox hat nicht... Hat, glaube ich, zwei Tasten weniger oder so. Und dann gibt es da auch noch eins so für Mario Kart. Ja, weiß ich nicht. Ich würde auch ganz ehrlich die Finger lassen von, von diesem Speedlink zum Beispiel, dieses goldene. Ja. Zum einen hat das, äh, Ding nur einen Lenk, einen Lenkwinkel von, ich glaube, 90 Grad oder irgendwie so. Also in beide Richtungen. Äh, das ist völliger Quatsch. Also neun, und, und, also 900 Grad sollte es schon sein. Und, ähm, ja, also wie gesagt, für so ein schönes Lenk hat... Oh Gott, mein LKW lenkt nicht. Oh! Alter, ist das hier rutschig. Also das war schon... Naja... Ich finde es interessant, wenn es bei mir regnet, regnet es bei Chris nicht. Ja. Bei Chris regnet, regnet es bei mir nicht. Ich habe wunderbaren Sonnenschein. Ja. Alter, ich habe hier gerade richtig, richtig Probleme. I'm driving on sunshine. Oh, baby, baby. Naja, also auf jeden Fall, ähm, irgendwelche Lenkräder, die du dir auf den Tisch babst mit Saugnäpfen, da bloß die Finger weglassen. Das hatte ich mal, wo ich noch Anfänger war, äh, mit Lenkrädern, da hatte ich mir so eins zumal geholt und lass bloß die Finger davon. Das machen sie halt alle, weil sie denken, Alter, ich muss doch nicht 400 Euro oder ich muss doch nicht 250 Euro für ein Lenkrad ausgeben. Doch, musst du schon. Also ich sag mal, so 200 Euro, wie gesagt, das Ding holst du halt gebraucht. Guckst du halt vormal, ich meine, das ist bei Amazon Warehouse, weißt du, das Ding stand da drin, nur hier Kratzer, da Kratzer, das Ding kam arm, nix, nix Kratzer. Das habe ich ständig bei Amazon, ich bestelle eigentlich nur bei Amazon Warehouse. Also egal was, ähm, weil die Qualität ist halt echt geil, oh. Also, du siehst zwar keine Bilder, aber du hast eine Beschreibung mit dabei, wo jetzt welcher Kratzer ist und das stimmt meistens nicht. Also das ist, also im positiven Sinne. Also generell die Beschreibung, leichte Gebrauchsspuren bei Amazon und Co. Ja, und dann kommt das Ding halt an und ist halt wie neu, so. Ja. Da ist halt nichts. Das ist halt, man sagt halt leichte Gebrauchsspuren, aus dem Grund, ähm, für einen ist ein Kratzer eine leichte Gebrauchsspur, für den anderen ist ein Kratzer nichts. Ja, ich glaube auch schon, dass es da in Deutschland Definitionen für gibt. Und ganz ehrlich, es steht dann da drin, also es steht dann drin, äh, Kratzer einmal ein Zentimeter und so weiter, steht das ja immer so dann drin. Und ganz ehrlich, da kommt das Ding an und da ist nichts zu sehen. Ich weiß nicht, wo da ein Kratzer sein soll. Oh, Maut bezahlt. Maut. Maut. Ja, bei mir kam gerade mein Kredit und ich dachte mir so, hä, ich hab doch, ähm, Blitze und so ausgestellt. Ja, ich dachte auch so am Anfang immer so, hä? Wo, 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 was Blitze, hä? Dann fährst du durch die Maut und da kommt gleichzeitig Kredit und dann so, Maut, äh, Maut. Ja, das kriegst du ja meistens nicht mit. Maut oder wenn, wenn du deine Kredite bezahlst. Maut, bitte links halten. Mautgebühren um 4.000 Euro, hä? Ich seh euch langsam. Yay. Bitte links halten. Weil, wie, ich finde es blöd, dass dieser CB-Funk auf X ist. Ja. Weil, ähm, weißt du, wie oft ich mit ein Spiel spiele, wo ich X brauche? Äh, 2. 1, ETS. Achso. Ja, ich finde es auch blöd, äh, warum kann man das nicht ändern? Oder warum kann, ich hatte das am Anfang so verstanden, dass halt ETS den selben Knopf benutzt, wie, äh, wenn du im Konvoi-Modus bist. Und das war dann eben X, oder das ist standardmäßig X, dann hab ich gedacht, ja, dann packe ich X halt, mach ich eine andere Taste drauf. Weil, bei mir ist es so, ich hab ja, äh... Dann dachte ich halt, das funktioniert nicht. Ich hab ja, ähm, noch so extra Tasten an meiner Maus. Ja. Und die verwende ich dann meistens für solche Sachen, wo ich weiß, okay, ich, ich, ich brauche die. Oder zum Beispiel bei GusGusDuck, hab ich auf diesen beiden Tasten furzen und, ähm, reporten gelegt, dass ich einfach schnell furzen und schnell, ähm, reporten kann. Ja. Dann wisse ich, glück gesagt, von, ähm, D auf F, das reicht mir nicht. Wenn ich schon mit meiner Maus, dann hier runter meine, mein Daumen hab, dann kann ich es auch über meinen Daumen steuern. Ach ja, ich hab, ähm... Kein Schaden. Das hat ein bisschen gerumpelt, aber kein Schaden. Ich hab zum Beispiel gerade, ähm, bei ETS hab ich... Promieren! Ähm, mein... Ähm, Dings... Hab ich... Meine Scheinwerfer auf den beiden Kasten. Beim, beim ETS? Ähm, Maus? Ja. Ich hab, ähm... Ich hab dauerlich... Was hast du links, Maustaste rechts, Maust... Rad, Maust... Bitte rechts halten. ...4 und Maust 5. Und auf Maust 4 und Maust 5 sind... Ist halt mein Licht. Wild. Ja, aber bei Phasmophobia zum Beispiel hab ich auch das Walkie Talkie auf eine Maustaste gelegt, weil du das halt oft brauchst, so. Ja. Und, äh, das macht immer Sinn, einmal an der Maus was zu haben und einmal an der Tastatur was zu haben. Also, ich beleg oft Tasten auch doppelt. Bist du uns gerne machen, auch vor der Ecke hier, wenn ich Gas gebe, komm ich auch durchs Beiden noch vorbei. Ja, aber ich hab ein bisschen Stress wegen dem Regen. Also, wenn ich lenke, dann passiert dann lange Zeit erstmal nix. Also, ich weiß nicht, was du hast. Ich hab hier Sunshine pur. Sunshine. Ja, bei mir ist... Aber, wie gesagt, meine Reifen sind auch, glaube ich, bei... Ich müsste mal reingucken. Über 50% Verschleiß müssten die sein. Ja. Aber es ist darunter ja auch nicht besser so. Also, es ist selbst, wenn ich 10% nur hab oder so. Ist halt einfach shitty. Ich glaube, ich hab einfach kack Reifen. Dann muss ich echt mal wegen Reifen gucken, weil da hab ich nicht drauf geachtet, nach Allwetterreifen oder so. Ich hab bestimmt Sommerreifen. Dann fahr ich erstmal durch Island durch. Aber in Island hatte ich nicht so viele Probleme. Ja, jetzt zum Beispiel gerade wieder. Ich muss jetzt hier richtig hart gegenlenken, damit da irgendwas passiert. Und dann kriegt er gleich plötzlich Grip. Und dann muss ich wieder gegenlenken. Also, das ist ein echt wilder... Oh, Nordirland. Das tritt aber erst ab 120 auf. Das ist doch richtig schnell rasen. Kann ich nicht. Wie sieht's denn eigentlich aus auf der Karte? No, Nordirland. Ah, Hälfte haben wir. Okay. Boah, ja, 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 ja. Jetzt krieg ich Feedback. Also, wie gesagt, durch ein Lenkrad kriegt man auf jeden Fall ein bisschen Feedback, ein bisschen mehr Feedback. Ja. Durch einen normalen LKW kriegst du halt mehr Feedback, so. Das heißt, wenn du da mal irgendwo kurz in irgendeine andere Richtung guckst, ist das meistens nicht ganz schlimm. Und du kannst natürlich deinen Kopf drehen. Ich kann hier nicht meinen Kopf drehen. Ich gucke immer nur in eine Richtung geradeaus. Apropos Feedback. Ich hatte das letzten Winter gehabt. Da bin ich auf der Autobahn gewesen. Da musste ich so in die Eisen gehen, weil ich so ein Momentum hatte. Das war echt nicht mehr feierlich. Das kenne ich auch. Ich bin, ähm, vorletzten Winter, war das, ähm, wenigstens von der Theaterprobe heimfahren. Es hat schon geregnet. Ich dachte mir, ist doch geil. Ich werde schlittern. Wasser weg. Und, ähm, denke mir, es ist alles gut. Dann, ui, 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 ui. first ali, ui, 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 ui. Schnell. Und dann gab's, ähm, bin ich halt um die Kurve rum und hab die bisschen schärfer genommen als sonst. Weil ich die dann ein bisschen schärfer als sonst genommen habe, habe ich, ähm, deja vu gemacht. Solange man der Einzige ist und sich dabei nichts kaputt fährt, kann man das auch mal machen. Das war einer der wenigen Male, wo mein Auto komplett ausgeschlagen hat und gepiept und gebringt und gesagt hat, Papi, helfe! Was fährst denn du Schönes? Ich fahre ein Dacia Sandero Stepway Flammenrot. Okay, ich habe nur Dacia verstanden und Flammenrot, aber okay. Dacia kenne ich mich gar nicht. Sandero, okay, das habe ich schon mal gehört. Das ist ein eher kleines Auto, ne? Bin davor einen Toyota Jahresleblues gefahren, der war noch kleiner. Okay. Du weißt ja, wie groß Hightower ist. Ich bin ein bisschen kleiner als er. Ja, gut, ich meine jetzt nicht mit der Höhe oder mit irgendwie, sondern... Also, ist das Ding so groß wie ein Golf oder ist das kleiner? Größer. Also, der Toyota geht Richtung Golf, aber mein Sandero ist sozusagen ein Familienauto. Ah, okay, schon Van. Nicht im Sinne von Van, sondern... Das ist was für die halt klassisch und also... Was ist das Kombi? Nein, auch nicht. Ich habe gerade nicht meinen Geldbeutel dabei, da ist mein Fahrzeugbrief Teil 2 mit drin, weil ich den neulich brauchte. Ja. Ähm, sonst könnte ich dir geschwind eigentlich die genauen Maße sagen. Bitte, den Seiten. Ist das ein SUV oder... Es ist eigentlich ein Frankensteins Auto, blöd gesagt. Es ist alles, aber auch nicht wirklich alles. Hm, wild. Nee, aber es ist auf jeden Fall... Es geht so in die Golf-Richtung. Also, wie sagt man... Nee, nicht Stufen... Sagt man Stufenheck? Ich glaube nicht. Also, auf jeden Fall... Fließheck meinst du wahrscheinlich. Fließheck ist es, glaube ich. Also, es ist keine typische Limousine, sondern ein Heck, was einfach hinten nach unten geht. Ja. Okay, alles klar. Und dann, vielleicht ein bisschen größer als ein Golf. Also, ich meine jetzt einen modernen Golf, nicht so ein Golf 1, weil da ist alles mittlerweile größer. Das Einzige, was sozusagen ich nicht habe, was alle anderen Autos haben, ist halt, ist, ähm, den Scheibwischer einmal auslösen. Scheibwischer einmal auslösen? Ja, aber, naja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja. Den nächst rechtsabläuten. Aber ganz ehrlich, ich... Ich habe da schon meinen, äh, Krix... Ich sage dann einfach so, ja, ich möchte einmal... Wiege nach rechtsabläuten. ...meine Scheibenwischen putzen. Ja. Und du nur ganz kurz... ...das Auslösen. Ja, genau sowas. Und dann wird es nur wischen. Ja. Aber löst nicht, äh, das Scheibenputzmittel aus. Hm. Wie, ich war noch nicht in Larne? Okay. Warum sehe ich nicht? Erstaufenthalt in... Larne. Bitte rechts halten. Okay, ich glaube, ich weiß, von wem ich das her habe, das erste Offenhalt in Köln. Ich sage das ständig. Ja, weil ich habe das bei mir in den Streams auch angefangen zu sagen. Ach so. Ja, wie gesagt, ich sage das halt von vornherein. Weil ich mir gedacht habe, so, jo, ähm, Leute, die ja nicht, ähm, es gibt ja so Leute wie jetzt zum Beispiel Kassik, die, ähm, meine Streams werden im Arbeiten sozusagen aufhaben. Die Lurker, ja. Und wenn, und das sieht es ja nicht die ganze Zeit, dass die das einfach dann auch wissen, ach, da treibt das nicht gerade rum, der Junge. Sag ich halt, erster Offenhalt, den, und dann die, oh Leute, sind wir mal ein Farm. Ich habe so oft irgendwelche Streams einfach nur das Audio an, weil ich halt, äh, ja, Audio, brauche halt, muss ich halt weniger, äh, Aufmerksamkeit fängen. Ja, beziehungsweise, ich muss halt auf den Bildschirmen was anderes zum Beispiel machen. Und, äh, also ich tue eigentlich immer so, ähm, sag, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie, wenn ich in Minecraft jetzt zum Beispiel irgendwas mir erhole, also, das Farme, dann sage ich, okay, gut, ich mache mir ja ein YouTube-Video an, oder, ich schaue halt mittlerweile echt zuerst so, gut, jemand aus der Bubble streamen. Ja, ich muss einmal noch mal in das Ding fahren hier. Und wenn dann, ähm, jemand aus der Bubble streamt, schaue ich halt den Stream. Ja. Außer es ist Rival. Rival ist sozusagen die einzigste, wo ich jetzt nicht sage, dass die in der Bubble, also als Bubble bezeichne, ähm, aber trotzdem halt die Hintergrundbescheidungs-Streams anschaue. Ja. Also, anhöre. Steht das nicht sogar auch immer mit dir dabei? Deine Hintergrundbescheidung für den Arbeits-, für den Arbeitstag? Ja. Oder ist das bei, nee? Äh. Rival ist die Maus, ne? Ja. Ja. Genau, die hat er, die hat er ja auch irgendwie Portal jetzt gespielt und dann hatte ich da einmal kurz reingeguckt. Ich dachte so, hä? Und dann sagte sie so, ah, ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Testkammer löse. Okay, nächste. Ich denke so, wie nächste? Nächste Testkammer, was ist denn hier los? Ja, und dann sagt sie, ja, sie hat das Spiel aber ja schon durchgespielt an dem Tag. Ich so, ah, alles klar. Gibt ein Geldet nicht. Genau. Ja, ich hätte dir sonst nämlich einen Tipp gegeben, weil, ja. Aha! War jetzt nur nicht so. Ja, das war auch meine Hass, meine Hasskammer. Das ist eine der letzten. Äh. Wenn das jetzt die ist, wo du, ähm, nenn, ähm, wie heißt? Ähm. Das ist die, bevor du auf diese, auf diese Plattform, das erste Mal auf die Plattform drauf musst, äh, die, die dir von vorne entgegenkommen. Da kommen die ja von vorne, äh, die, die Plattform entgegen und dann musst du im, 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 ja, so eine Art S-Kurve machen oder so. Beziehungsweise da ist auch ein Clip von mir entstanden, äh, wo die Kugel quer durch den Raum geflogen ist. Da ist ich so, ja, verdammt, wie kriege ich die denn da rein? Und dann hört man nur so, bzzt, ich habe gar nicht hingeguckt und dann hört man nur so, bzzt, und dann ist die da in diesen Auffangbecken rein. Ähm. Ja, das ist eine, eine echt blöde Testkammer. Ja, jetzt so. Ich bin bei Portal 1 tatsächlich an einer verzweifelt. Wesser gesagt, an zwei. Weil ich nicht gemerkt habe, dass man Türen in Portal öffnen kann. Okay. Ich wollte gerade sagen, wo muss man in Portal denn Türen öffnen? Huch, habe ich zwei. Ding Ende. Habe ich zweimal? Achso, ne, ich wollte gerade sagen, ich kenne meinen eigenen Stream nicht. Ich dachte, wieso, wieso, wenn ich ein Emote poste, warum ist denn das zweimal zu sehen? Äh. Dreideckenwild. Ja, Nosa. Ich drücke die Daumen. Warte, ich, ich, ich kann leider nur... Äh, wo ist, Hilfe, mein Chat da. Ich klatsche für dich. Ich muss einmal schön drehen. So. Ich muss aber gerade rein. Gegen was bin ich bitte schon gerade ge... Ich hoffe nicht gegen mich. Ich roll schon wieder irgendwo hin. Was, wieso? Wir sind die Rollen. Ja, echt, ey. So, ich spinne jetzt in... Ist mir egal. Ähm, wo wollte ich jetzt hinfahren? Wollte ich jetzt nach... Also, wir müssen jetzt durch Schottland durch. Beziehungsweise, ich dachte an die... Leider kann man von hier aus mit der Bahn, wollte ich sagen, mit dem Zug nicht... Nee, nicht Zug. Wie heißt das andere Ding? Fähre. Fähre. Schiff. Nach, nach Loch... Boisdale. Aber... Ich dachte, wir fahren nach Orban. Yay, level up. An Glasgow Orban. O-Bahn. Okay, ich suche noch was nach O-Bahn. Vielleicht kann man da hinfahren. Oh, das wollte ich nicht, ich wollte nicht rauskippen. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. O-Bahn. O-Bahn. Vereintes Königreich. Was gibt's denn da Schönes? Wollt's gucken. Jawoll. Ach, Postpad. WCP, Euro-Axis oder Postpad? Ich fühl Postpad. Aber nicht schon wieder Schafwolle. Kokosnussmilch. Hühnerfleisch. Fischgekühlt. Erpackte Lebensmittel. Stoßdämpfer. Ahornsirup. Dachpappe. Ich fühl irgendwie Dachpappe. Ich würd den Job mal... Ich würd eben nochmal ne Chance geben. Ich würd den Job immediately annehmen. Ne. Das mach ich nicht. Okay, wir fahren los. Da, ich muss nur geradeaus reinfahren. Aber... Ich nehm den Job nicht mehr immediately an. Sonst... Weil jetzt fahr ich dann 500 Kilometer und dann steh ich davor. Ich glaub, ich fahre mal Treppen. Du fährst Treppen. Rolltreppen, Rolltreppen. Rolltreppen. Alle. Alle. Ja, mal gucken, wer hier... Dachpappe anfassen. Fand ich nicht so geil. Nee. Dachpappe. Lachsfilet nach Bad Oeynhausen. Jawoll. Okay. Ja, ich... Warte, ich bin schon weg. Ich muss schon was helfen. Du musst was helfen? Okay. Sollen wir auf dich warten? Ich schweiß immer nie. Das mussten wir vor ein paar Jahren erneuern. Okay. Weht. Ach, dat ist die Dachpappe. Aha. Nee, das sind die Treppen. Jupp. Ach, stimmt. Ich hab den daneben. Machen wir mit voller Arm. Mit mir geht's heute hoch hinaus. Ich hab mein Auto abgewürgt. Wie geht das denn? Falschen Gang drin, wa? Ja, aber ich hab Automatik. Also ne Automatik abwürgen, da musst du schon, da musst du schon richtig gut sein. Aber ich sag dir, mein Golf 3 mit Automatik, ich hab alle abgezogen. Nur gesoffen hat das Ding ohne Ende. Hm. Das war halt 10 Liter, das war nix. Und weg. Ja, das Ding hat ja 40 Liter Tank. Ja, weißt du Bescheid. Aber hey. Ja, und dann bin ich einmal von Hamburg zurückgefahren. Ja, auf der Autobahn hab ich gedacht, Alter, hier komm, fährst das Ding mal aus. Was hab ich geschafft? Ich glaub 160, 165, 170, irgendwie so. Ja, und dann ist dann mehr der Motor quasi explodiert. Dann war, dann war vorbei. Dann klang das Ding. Dann ist das Ding noch, also ein Zylinder ging noch komplett und zwei Zylinder noch halb. Und der vierte Zylinder gar nicht mehr. Also das Ding hat geklungen wie ein Träger. Ratter, 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 ratter. Bin ich noch kurz damit gefahren und dann war Ende. Dann war, ja. Ratter, ratter, klung. Dann haben wir ihn quasi... War er nicht mehr da. So. VW, das Auto. Ja. Ja, Nachfolge VW. Der hat gar keine Probleme. Das ist halt, was man halt... Ich mein, für 750 Euro... Äh... Zwei Jahre... Gar kein Problem. Oder vielleicht sogar nur da länger. Auf jeden Fall nie ein Problem gehabt. Hm. Außer im Winter ständig mit der Batterie, aber das... Ja gut. Ja gut. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, wo man drüber hinwegsehen kann. Und das... Und das Kühlmittel. Ja. Weil da halt normales Wasser drinne war. Das mochte er halt gar nicht. Hat er wieder ausgeschuckt so. Ausgespuckt so. Bäh. Ja. Also der... Der ist mir häufig hochgegangen, der Kühle. Aber ich glaube, das war... Wann war das gewesen? War das im Sommer oder im Winter? Das müsste eigentlich im Sommer gewesen sein, weil das Ding zu erhitzt war. Von Hamburg zum Mond? Ja. Das war krass. Naja, es war nur zu meinem Server. Aber... Und von da aus nehme ich dann ja den... Den Teleporter zum Mond. Aber... Naja. Es war eine Fahrt von 100 Kilometern. Und kurz vorher, dann hat er gesagt... Da ist irgendwas. Und dann... Naja. Bei meinem allerersten Auto damals ist mir mal die Lichtmaschine komplett hops gegangen. Ui. Und ich dann so... Scheiße. Weil wenn die Lichtmaschine kaputt geht, dann funktioniert nichts mehr. Okay. Naja, kurz. Also solange die Batterie nicht leer ist oder so. Aber die wird dann ja nicht mehr geladen. Dann ist die ja irgendwann auch leer. Das ist ja auch ein Problem dann. Oder ist da irgendwie der... Ne, der Riemen war noch dran, ne? Mh... Der Riemen war glaube ich noch dran. Aber der hat trotzdem gesagt so, nö, ich will nicht mehr. Und dann, ja. Hat der Zeitliche gesegnet. Mh. Sad. Joa. Äh. Pff. Äh. Jetzt weiß ich nicht. Ich würde vielleicht einfach sagen... ...ist vielleicht doch schon mal fahren. Weil ich jetzt nicht weiß, wie lange was kurz helfen heißt. Kannst du ja schon mal so langsam in Richtung Ausgang. Ja, mach ich grad. Morgen bin ich da. Und jetzt die ganze Zeit so von, äh... ...von dem Standpunkt aus bis zum Ziel fahren. Ja, kann ich ein Tempomat reinpacken bei 5 Kilometer? Ne, geht nicht. Er ist ab 30. Ja. Ich kann ja 30 fahren. So, wir nehmen einfach vorne hier die... ...die Eisenbahn. Was ist denn los? Ich find heute keine Wörter. Mein Wörterbuch ist komplett leer. Error. Error, ja. Hier, für 3,50. Bitte faire. Okay, lass uns eine neue Gute finden. Ach, da ist die Isle of Man. Ja. Bim, bim, bim. Äh, ich guck mal kurz auf die Karte. Dann ist die da unten. Ach, dann ist doch Ramsey und Douglas. Ja, aber da ist nix auf der Isle of Man. Nö. Aber ich meine, da tragen die immer so ein krasses Motorrad. Ja, genau. Der Iron Man Wettkampf. Genau, da gibt's auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Weil warum? Da gibt's drei Straßen. Und das ist teilweise gekrankt, mit welcher Geschwindigkeit die da fahren, ey. Mit so Rennmotorrädern selbst gebastelt oder ein Gibi. Jalla. Jalla. Jalla? Ich kenne nur Waller. Bitte nutzen Sie die linke Straßenseite. Nö. Ich lass mich hier doch nicht, äh... Nö, das seh ich nicht. Seh ich nicht, nö. Und dann kommst du gegen den Verkehr. Ja, where comes the struggling? Ich biege nach rechts ab. Nach Dampfrise. Dampfreis, hihihi. Dampfreis, ja. Wo los ich? Ja, ja, ja. Ja, ach Prime. Oh, ja, wieder 90 Euro weg. Nice. Hm. Hm. Ja, so langsam. Irgendwann muss man sich mal überlegen, ob das noch Sinn macht. Aber vielleicht vorher erst mal Audible kündigen. Alter. Ich nehme mir das jeden Monat vor, ne? So, jetzt wird Audible gekündigt. Und dann wieder Audible so, da wieder. Und dann so, ah, scheiße. Ich hab noch 33 Guthaben oder so. Aber da erwische ich mich auch jedes Mal und dann so, hm, jetzt musst du wieder ein Jahr warten oder so. Ja, okay, gut. Bei Audible mach ich ja nicht, der ist ja monatlich tatsächlich, aber... Stimmt, was? Ab diesem Jahr zahle ich nicht mehr den Studi-Rabatt. Oh, Nosa, sad. Oh, hier. Wiege nach links ab. Erster... Oh, Alter. Boah. Auge, okay. Das war heftig. Alter, da mit dem Moped dann so, wiii, und dann... Ja. Demnächst links abbiegen. Ich hab nur zwei Abos. Nosa, äh... Wiege nach links ab. Das ist schön für dich. Ich hasse dich nicht. Naja, gut, ich mit meinem Netflix für 4,99. Ich guck bis heute keine Werbung. Also, was? Ja, voll fehlt. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Ja gut, Werbung hab ich bei Netflix auch nicht. Vielleicht liegt's auch an meinem Adblocker, ich weiß es nicht. I don't know, aber... Ja. Aber ich guck eh nicht so viel Netflix. Eigentlich gar nicht. Also Netflix auf jeden Fall könnte man... Äh, Audible... Also, da gibt's einige Sachen, da kann man echt gut sparen, weil du brauchst den ganzen Quatsch nicht. Und wenn, dann... Also, dann würde ich tatsächlich einfach mal einen Monat mir das normal holen und dann binst du einfach nochmal alles durch. Machst du quasi so eine Liste, so das würde ich alles mal gucken. Das sind jetzt die neuen Serien oder so. Und dann binst du alles durch und ganz ehrlich, man muss auch nicht alles sehen, also... Nö. Äh... Ich weiß bis heute nicht, ob dieser komische... Äh... Ob dieser komische... Chemielehrer jetzt, äh... Sich den Wohnwagen kauft oder nicht. Also, keine Ahnung. Ich schau halt kaum was, außerhalb von YouTube, Twitch, Crunchy und Prime, ja. Ja, Crunchy... Crunchyroll, äh, da... Da bin ich auch mit dran, aber... Oh, ey, das hab ich nicht. Mittlerweile schau ich da echt selten rein, weil... Zeittechnisch. Hm. Da hab ich dann hin und wieder mal so ein paar Serien, wo ich dann so sag, ach, ja, und dann... Oha. Oha. Da hab ich mir hier runter und schau sie im Zug. Na, guck mal, siehst du, hast du doch was im... Zug, äh... Ja, das ist natürlich wieder geil, ne, dass man sich die Dinger dann runterladen kann. Das hast du bei... Animi.ru halt nicht. Mhm. So. Wenn du da nicht aufpasst, klickst du da halt auf irgendein komisches Werbebanner und zack, ist Putin bei dir auf dem Smartphone drauf. Das will doch keiner. Ach, die sind doch mittlerweile überall drauf. Insgeheim. Ja, insgeheim, aber ich will den halt nicht öffentlich bei mir auf dem Smartphone drauf haben. Deswegen zahle ich jährlich 15 Euro oder so mehr. Naja, ganz ehrlich, jährlich 15 Euro mehr. Weiß nicht, was es normal kostet, aber da... drauf geschieselt. Also ganz ehrlich, 15 Euro ist ja nix. Also wie gesagt, ich ärgere mich halt immer nur so ein bisschen, wenn dann sowas wie, weiß ich, YouTube Premium oder Twitch Turbo sich dann erhöht. YouTube hatten wir letztens auch die Mitgliedschaft gekündigt. Da dachte ich auch erst, boah, erhöhen sie jetzt? Ne, haben sie nicht. Aber trotzdem muss sie das neu abschließen. Hm. Was ich dann immer denke, so warum? Bei Twitch habe ich ja nachgefragt, die konnten mir nicht helfen. Haben dann gesagt, ja, dann musst du halt einfach, äh, Twitch neu abschließen. Ich sag so, ja, Leute, aber ich kriege das jetzt noch drei... Eigentlich hätte ich das jetzt noch drei Monate für 8,99 Dollar gekriegt, statt 12,99 Euro. Das sind auch immer so Preise, ne? Ja. 8,99 Dollar, Punkt 99, hä? Ja. Ja, solange es nicht... Also an der Tanke finde ich das den größten Quatsch. wie 1,68,9 oder beziehungsweise 1,68,9. Aber das machen... ...die 9. Das machen die mit Absicht, damit das billiger aussieht. Ja, 1 Cent, ui. Hm. Wo man sich dann ausgedenkt. Ja. Ich sowieso... Ich, meiner Meinung nach, ist, die dürften einmal am Tag den Dieselpreis oder generell den Spritpreis ändern. Einmal am Tag. Und das war's. Es kann doch nicht sein, dass, wenn ich mein Auto voll tanken muss, ich nichts anderes mehr mache, außer alle zwei Minuten irgendwie auf die App zu gucken. Oder, äh, dann fährst du teilweise eine halbe Stunde lang zu einer Tankstelle hin, nur um da anzukommen und zu sehen, oh, sie haben gerade vor zwei Minuten den Preis erhöht. Um 5 Cent. Das ist ja nicht so, dass es um... Das geht ja nicht um 2, 3 Cent. Bitte links. Das geht ja teilweise um 5 bis 10 Cent. So guckst du erst bei Shell, äh, 1,90 pro Liter. Ja, und dann... Weil sowas tanke ich. Ich tanke immer den billigsten. Also, ich würde immer den billigsten Sprit tanken, weil... Ja. Das ist genau derselbe... Das ist ja das Schöne. Gut, das ist das Tolle in Deutschland. Es ist überall derselbe Sprit. Vielleicht ist da noch ein bisschen was drin in Shell V-Power, hast du nicht gesehen, aber ob ich jetzt bei Shell den super tanke, den günstigen, oder bei, bei Kruse, was weiß ich, Onkel, Onkel Heinz, um die Ecke. Reifeisen. Reifeisen? Okay, keine Ahnung. Ich wollte jetzt irgendeine kleine Dorftankstelle. Wo du halt eine halbe Stunde... Da stehst du halt eine halbe Stunde mehr, weil die Pumpe nicht mehr so kann, aber das ist mir doch egal. Da steht dann so eine alte Ölpumpe, so... Am Kreisberg. Wo ist das noch selber? So von Hand, so... Oder steht der Tank... Oh, das wäre mal geil. So ein Tankwater nehmen. Ja, also... Lass ich hier mal wieder jemanden sagen. Die verrückt, was? Der Rentner Maxi ist verrückt, okay. Aber ja, also es nervt mich einfach, dass du... Weiß nicht, wie oft am Tag da der Preis ändert. Oder du halt gucken musst, okay, ich tanke jetzt Mittwoch, tanke ich jetzt Donnerstag, am Wochenende teilweise. Dann wartest du bis zum Sonntag, weil du denkst, jetzt wird es günstiger. Und dann wird es nicht günstiger. Und dann denkst du dir so, ja toll, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich tanken, weil ich habe nur noch drei Liter am Tank. Äh, das wird echt knapp, komme ich demnächst nicht mal zur Tanke. Und nur dann am Montag festzustellen, ja, jetzt plötzlich ist es wieder, äh, fünf Prozent günstiger. Und dann denkst du, wow, ich habe gerade vollgetankt. Was für ein Quatsch, ey. Longtown, oh ja. Nosa, sei froh, dass du sowas nicht hast. Naja. Nimm die Ausfahrt links. Du hast andere Probleme. Zum Beispiel Zug. Ja, ja, ist ein einziges Problem. Sloth, okay, hier muss ich Sloth. Ja, also, du hast den normalen Preis von... Oh, ich habe attackiert, ich müsste auch gleich tanken. Ja, ich kann auch ein bisschen, aber ja, da vorne ist eine Tanke vor uns. Äh, so, oder 100 Euro im Jahr, also doch 30 Euro, aber dafür kannst du auf mehreren Geräten schauen, das Zeug runterladen, ja. Also, das lobe ich mir an, ähm, YouTube Premium ja auch, dass du den ganzen Platz runterladen kannst. Und es doch mal, gerade in Deutschland, wie gesagt, immer noch so Ecken gibt, wenn du irgendwo unten in irgendeinem Keller rumhängst, äh, kann das mal sein, dass du da keine Empfang hast. Deswegen habe ich immer meinen Satelliten, äh, Telefonapparat im LKW drin. Okay, wild. Also richtig mit so einer fetten Antenne dran und dann... Boah, geil. Gib ihm. Aber hast du denn auch irgendwie zum Fernsehen gucken oder sowas, eine Sat-Anlage oder sowas, oder? Äh, Fernsehen habe ich nicht, nur halt, äh, Internet. Ah, okay, aber das läuft dann über Mobilfunk, oder? Ja, genau. Ja, zwei Euro, zwei der Liter. Boah, ja, moin. Genau. 6, 686 Euro, äh, 686 Liter für fast 1400 Euro. Ja, moin, ey. Aber das kann ich nicht passen. Meine Mama hat mir angeredet, der neun in die Stadt, was? Der neun in die Stadt gependelt ist? Neu oder neun, wie, hä? Der meinte, Zug ist schlimm, Autos ist schlimmer, ist nur eine Spur. Ah, das war neun Jahre, achso. Neun Jahre in die Stadt gependelt ist. Zug ist schlimm, Autos ist schlimmer, ist nur eine Spur. Ha, ja. Kommt halt immer drauf an, ne? Ja, ne, je nachdem, wo du halt gerade bist, ne? Das auch, ja. Und zu welcher Uhrzeit? Ja. Ja, also direkt in die Innenstadt rein oder so und da dann irgendwie. Ja, am schlimmsten ist wirklich, wenn du irgendwie so wie, ja, so wie Facey zum Beispiel, wenn du irgendwo wohnst, wo es halt keinen Parkplatz direkt vor der Tür gibt. Und dann musst du von da aus am besten auch noch, äh, also du musst dann immer für dein Auto, weil du keinen eigenen Stellplatz hast, musst du dann immer was suchen. Dann fährst du zu deinem Arbeitsplatz, wo du auch wieder was suchen musst. Also dann, klar, dann kann man schon sagen, also dann würde ich tatsächlich eher, oh Gott, oh Gott. Das war ein bisschen knapp gerade. Hab ich gesehen. Ich würde gerade das abheben. Uiuiui, Juki grüßt, ah, hallo Juki. Ja, die Kurve ist echt böse bei hoher Geschwindigkeit. Ja, aber krass, ne, wie schnell das geht. Ja, ich lieg auf der Seite. Oh. Äh, gut, wo kommst du gleich raus? Bitte rechts halt. Ruhig gucken. Das Blöde ist, dass du, dass es kein Flippelfehl im ETM, im TMP gibt, das ist doof. Ja. Ich bin nur Dampfreis. Oh, Herr. Ja, also dann würde ich tatsächlich, ähm, direkt zum, zum Arbeitsplatz ziehen. Das ist natürlich blöd, wenn man den dann ändert oder wechselt oder irgendwie sich da was ändert. Oder halt am optimalsten ist wirklich, äh, in den Vorort ziehen. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Okay, Ausfahrt links nehmen. Ich nehme die Ausfahrt links. Ich ziehe ja nicht weg. Nee, nicht nach F-Town rein. Äh, Gott, was mache ich hier? Nach F-Town. Frankfurt! Jo! Für Frankfurt! Äh! Nee, direkt in Frankfurt würde ich auch nicht wohnen. Autsch! Wie viel Einwohner hat Frankfurt? Ich sag 600.000. Jo, kommt schon. Ich pendel für eine Weile, hol mir die Skills, dann wechsle ich den Arbeitsplatz. Okay. Oh Gott, ich bin grad. Ja, schrei mich nicht an, ich bin falsch abgewogen. Ja, 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 ja. Weil ich hab Chat geguckt. Mann, Chat, ey, was soll das? Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ja, 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 ja. Wir, äh, wir müssen wenden. Route neu berechnen. Äh, wieso ein Wenden? Na, ich bin falsch. Ja, ich bin falsch. Ich fahr nach O-Bahn. Weiß nicht, wo du hinfährst. Ja gut, du musst nicht unbedingt wenden. Aber es macht halt Sinn hier, äh, ja, ich, was will ich in Glasgow, da war ich schon. Ich hab's auch nicht unbedingt angenehm hier mit, mit, äh, wo ich wohne. Fast 800.000 Einwohner. Ui, ja, das ist, das, das, das gibt's, das gibt's hier oben nicht. Ich pendel für eine Weile, achso, hör mich, ich wäre sowieso in ein Vorort von Frank, was? Das wäre sowieso in ein Vorort von Frankfurt, wo reiche Leute wohnen. Frankfurt, ja, 750 Einwohner. 1000. Oh, ich fahr falsch. Ja, viel zu viel. Einzige bei mir in der Nähe, was noch größer ist, ist Köln, mit einer Million, mit überall eine Million Einwohner. Und das Krasse ist, daneben ist ja dann noch Düsseldorf und Dortmund und Essen und Bochum und wie sie sich alle heißen. Ja, Düsseldorf komme ich eher. Ja, das ist ja alles, alles zusammen. Hamburg hat 1,8 Millionen, da siehst du auch viel zu viel. Ja, also wenn du in Hamburg und, also da fahr ich ja eigentlich fast täglich hin, um die Ware da abzuholen und wenn du da zu Stoßzeiten durch willst, gute Nacht. Ja, Nosa, Nosa, ich meinte tatsächlich über Hamburg. Ich weiß, das ist immer schwer zu begreifen, aber über Hamburg gibt es noch, äh, gibt es noch ein Bundesland. Das Schönste der Welt, wie man so schön sagt. Ich weiß. Uhu. Uhu. Mhm. Und, äh, Berlin hat mehr Einwohner als Schleswig-Holstein zusammen. Ja, das ist ja auch die Hauptstadt, ne? Ja, gut. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat das Saarland? Ähm. Ich weiß nämlich nicht, wie es da aussieht mit der, äh, ich kenne, ich kenne so die, die Bundesland, äh, ich weiß nicht, wie viele Einwohner in welchen Bundesländern rumhängen. Na, gut, ich bin gerade schon bekannt vor, da war ich schon gerade erst. Hä, wieso? Achso. Oh, du hast ja die, die Abkürzung genommen. Ne. Du möchtest immer als Slow dran. Slow mit 80. Ja, okay. Oder was? Also, du, du ziehst aber ich selbst vielleicht doch nicht mit 150 in die Kurve. Ne, ist nicht gut. Mhm. Da geh ich mit. Ne, aber was so die, die, äh, Bundesländer mit den wenigsten Einwohnern sind. Wüsste ich jetzt so auf Anhieb auch nicht. Ich glaube, in der Türke ist auch voll wenig. Schweißenisch, ich weiß es nicht. Da habe ich keinerlei Infos hier. Kann ich auch noch raten. Also, bei Schleswig-Holstein sind es zwischen 2,2 und 2,9 Millionen. Irgendwas dazwischen. Das sind so zwei Zahlen, die hier bei mir stehen. Das ist nicht viel. Die größte Stadt ist Kiel und die hat gerade mal 250.000. Ja. Da ist gar nichts. Und das ist auch noch sehr weit verteilt. Deswegen, äh, gar nicht so schlimm. Aber Innenstadt auch schwierig. Wie gesagt, man wohnt nicht in der Innenstadt. Meiner Meinung nach. Da können, wie gesagt, die Leute, die halt irgendwie da schon ewig wohnen oder da Bock drauf haben. Ich hätte da keinen Bock drauf. Also, die Stadt, wo ich wohne, hat so ungefähr, na, 60, äh, 70.000 Einwohner. Das ist auch schön, ja. Demnächst links abbiegen. Und es ist eine Hafenstadt. Auch schön. Das heißt, äh, man hat immer schön Wind. Ja. Eine frische Brise, du. Genau. Das, äh, das, äh, das, wie gesagt, als also in Bochum und so weiter da merkt man das, dass da einfach kein Wind ist. Ja. Steht die Luft richtig? Yellow. So, 66 Kilometer noch. So, ich müsste mir gleich eigentlich mal... Ah, ich merke ja, wenn... wenn drüben Streamo losgeht, dann merke ich das, ja. Ich glaube, dann gehen wir auch rüber. Weil hier Gartic zu machen, macht, finde ich immer wenig Sinn. Achso, wolltest du dann auch Schluss machen, oder? Ja, ja, ja. Also, wenn bei Facey, äh, losgeht, dann machen wir hier Feier. Jo. Da komme ich mit drüber. Das ist der Plan, aber ja, hier schon. Aber heute war bei mir generell auch so... Ich komme von der Arbeit nach Hause und dann so... Uff. Mhm. Die... Die Woche ging schnell rum, so. Mhm. Und dann gar nicht erst realisiert, dass heute Freitag ist und ich so... Ach ja, stimmt. Alter. Ah! Ach, nicht hier. Oh. Das muss man auch passen. So, wie weit kann ich noch fahren? 1000 Kilometer ist okay. Das sieht halt immer so krass aus, weil mein... mein Tank halt so... jetzt bei ein Viertel ist, oder so. So sieht das alles aus. Ich denke so, oh, ich muss gleich tanken, aber nö. So, das O-Bahn. Und von O-Bahn machen wir dann eine kleine Schiffsreise. Ich glaube, da werde ich auch keine Fracht annehmen. Macht da jetzt wenig Sinn. Aber ich finde das mit dem... mit dem Dispatcher schon ganz geil, weil ich mir jetzt einfach sagen kann, ich will da und dahin zu der Stadt. Ja. Such mir einfach irgendwas raus. Und vor allen Dingen, äh, nimmt der jetzt auch nicht mehr alles an, sondern, äh, nur noch das, was halt auch Sinn macht. Genau. Also da haben sie schon ein paar... Ich frage mich ja immer, was die vorne für Updates machen. Da haben sie auf jeden Fall ein bisschen im Job-Dispatcher noch geupdatet. Ja, momentan kommt ja jetzt, äh, viel Updates raus, ne? Ja, ja. Gefühlt. Boah, ich kriege das nicht erst auf und haltet. O-Bahn. O-Bahn. U-Bahn. Victor U-Bahn. Herr U-Bahn. So, einen hab ich noch. Äh, wir tun diese Stadt erobern. Dann biege nach rechts ab. Ha, ha, ha. Ja. Ist noch ausbaufähig. Polaris. Nein. Biege nach links ab. Ich biege nach links ab. Apropos Polaris, wann essen die eigentlich mal wieder? Au, ha. Äh, 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 10. 13. Oktober. Irgendwie so. Ha. So, Bremen. Ja, okay, gut. Bremen zählt nicht dazu. Saarland. Okay. Ja. Mechlenburg-Vorpommern. Finde ich auch gut. Mechlenburg-Vorpommern. 1,6. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Echt? Mechlenburg-Vorpommern hat weniger. Wild. Ah, na, ich gucke mal rüber. Hamburg. 1,8. Thüringen. Achso, ist schon aufgeschlüsselt, ne? Nach Dings. Thüringen. Sie ist, ach, weniger. Krass. Sachsen-Anhalt auch weniger. Brandenburg. Das ist krass. Schleswig-Holstein noch gar nicht so viel. Berlin. Sachsen. Rheinland-Pfalz. Hessen. Niedersachsen. Baden-Württemberg. Bayern. Ja, Nordrhein-Westfalen. Alter, 18 Millionen. Das ist einfach im Vergleich zu der Fläche einfach Wahnsinn. Ja. Krass. Ich hatte wirklich gedacht, das ist relativ weit hinten, aber das ist ja gar nicht so sehr. Naja, gut. So, wo willst du eine Ladung stehen haben, mein Junjun? Da hinten. Yo, das machen wir doch. Ausgezeichnet. Wunderbar. Ich habe schon wieder keinen Gang drin. Ja, mein Gangwahlhebel ist ein bisschen kaputt. Mein Lenkrad ist sowieso so ein bisschen... Hä, warte mal. Wie rum muss ich da? Jetzt sag nicht, ich muss da anders rum. Nee. Weil ich sehe, ich sehe nämlich den, den... Ach doch. Ach so. Da, wo ich hin muss. Ja, ich... Nee, ich dachte, ich sehe nicht hin, wo das Führerhaus hin muss. Das heißt, ich weiß nicht, in welcher Richtung ich da hinfahren muss, aber doch. Ich fahre da mal ein Stückchen weg, damit du besser sehen kannst. Jo, echt ey. So. Ich bin begeistert, ich bin noch 60 Kilometer entfernt. Jo. Boah. Das blöd. Alles klar. Siehst du, dann haben wir... Ich bin froh, dass wir auf Papi nicht gewartet haben, da wollen wir immer noch da stehen. Und dann Stream beendet und dann so, so, ich kann jetzt losfahren und dann so, hä, wo sei denn hier? Ja. Deswegen, so eine kleine, kurze Info oder so. Aber dann weiß ich zumindest Bescheid, dass ich beim nächsten Mal nicht warten muss. aber Nosa hat da wohl schon Erfahrung. So, ich weiß nicht. Niemand wird nicht gekickt, glaube ich. Ach so, dass du nebenbei gar Tickfone spielen kannst oder was? Nee, wegen Papi, er steht ja jetzt quasi nur rum, dass er mit den Hunden rausmüsstet. Ja gut, wenn er mit den Hunden rausmüsste, kann er uns ja sagen, hallo, ich muss mit den Hunden raus, ihr müsst auch nicht auf mich warten oder so. Jo. Das ist in der Regel immer eine bessere Info als ich muss mal ganz kurz irgendwas, weil ganz kurz heißt für mich Maximum fünf Minuten. Da sind wir schon lange drüber. Ja. Oh Mann, ich darf immer nicht so lange hier, oder ich darf nicht vorne im Menü rumhängen, weil ich habe im Menü keinerlei Musik oder so und wenn ich das danach auf YouTube hochlade, ist es einfach kein Sound. Das ist immer doof. Komplett Stille. Ja, das geht nicht. Man hört seine eigenen Gedanken und das ist, mh. Genau. Meine Zuschauer wollen ihre eigenen Gedanken nicht hören. Die wollen auch meine Gedanken hören. Käseplatte, Mondbasis, Raumschiff. Brot mit Schinken. Genau. Nüsse. Nüsse. Mh. Ich bin hier, du bist hier, ich nabbel dir. Genau, und ich habe festgestellt, die Bremse ist an. Ah. Anker noch, Anker noch runtergelassen. Genau, ich habe den Anker noch, ich stelle mir auch wirklich vor, so, man würde bei Autos echt wirklich so einen Anker schmeißen. So, Fenster runterkugelt und sagt so, klonk. Ja, klonk. Das finde ich so krass, wenn bei Schiffen oder so, bei diesen riesen Monsterschiffen, wenn da der Anker fällt und dann gibt es ja teilweise, dass die Anker aus irgendeinem Grund, dass die Bremsen nicht funktionieren und der Anker dann einfach so, da, 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 immer schneller, immer schneller, oder du siehst, das wird alles heiß, das fängt an zu brennen da richtig. Oder auch wenn beim LKW so eine Bremse festsitzt oder so und da alles anfängt zu brennen. Das sieht schon wild aus. Ja, hatte ich letztens einen vor mir gehabt, Kipper, weil die entweder Bremse heiß geworden oder Reifenblatt auf jeden Fall, da stank komplett nach Gummig. Ja. Hm. Wild. Da war alles am Qualm gewesen da an der Hinterachse vom Aufflieger. So, da müssen wir hin. Da ist ein Tau von einem Schiff, das reißt, kann dich vaporisieren. Oh, ich möchte nicht vaporisiert werden. So. 500 Eier. Kein Problem. Habe ich noch in der Tasche. Wo Bauer? Johann! Nee. Möp, möp, möp. Das reißt, du bist weg. Ja. Erst auf und halt in Loch Boysdale. Aha. Alter, wie das, wow, das sah gerade richtig krass aus, weil ich habe durch eure Scheiben geguckt und das sah aus wie so ein Filter hier. Ja. Als wäre hier kein Sonnenschein, sondern so richtig, ups, ich habe irgendwas umgefahren. Wie so ein verschwommener Filter, so Blur-Effekt oder so. Ja, genau sowas. So. Jetzt müssen wir einfach Richtung Norden fahren. Warte mal, ich setze mir da mal einen Punkt. Richtung Norden. Nicht, dass ich aus Versehen falsch fahre. Genau. So, das sind 98 Kilometer und von dort aus fahren wir dann da. Dann fahren wir auch da. Ups. Hä? Ach, Junge, wie macht er denn hier meine Dings wieder? Ja, der setzt manchmal die GPS-Markierung so komisch, dass ich mir denke, so, hä? Ein bisschen komisch. So, was ist denn jetzt? Ist jetzt hier rechts, links Verkehr? Ich habe keine Ahnung. Beides. Okay. Weißt du ja, alle Spuren sind meine Spuren. Richtig. Ich fahre in der Mitte. Ah, wir haben Linksverkehr. Was sehe ich daran, dass auf der linken Seite Sloth steht? Oh, hier ist geil. Okay, jetzt ist, oh Gott, hier eine einspurige Bull. Moin. Aber es muss doch schon geil sein hier irgendwie. Hier ist doch einfach. Okay, Alter, wow. Das sieht hier aus wie Nordfriesland. Schafe, meh. Ja, ist ja quasi. So, mitten auf dem Deich, du. Ja, so sieht das ja aus an der Nordsee. Wieso bekomme ich bei Reddit Werbung, ob ich ein Entwickler aus Kiel sei oder nicht? Hm. Wieso denn gerade aus Kiel? Da war das Targeting nicht gut genug. Ja, das glaube ich auch. Ja, manchmal bekomme ich auch Werbung auf YouTube, wo ich mir dazu denke, äh, Algorithmus, hallo? Ich nicht. Ich kriege keine Werbung auf YouTube. Ja, 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 ja. Ah gut, kostet auch 13 Euro im Monat. Aha. Hm. Arbeit lohnt sich. Ja gut, für YouTuber generell. Ja, das auch. Wenn man das einfach viel, viel konsumiert oder so. So, 50 EP. Ich hab mal auf YouTube Werbung für industrielle Dünger bekommen. Ja, warum nicht? So, hier ist Tanke. Brauch ich Tanke? Nö. Ich will gar nicht wissen, was das Sprit hier kostet. Ich tanke einfach nicht, dann muss ich auch keinen Sprit bezahlen. Lalalala, wird Augen zu an der Tanke vorbei. Lalalala. Oder ich mach meine eigene Tanke auf. Mit Uno und Fritten. Dumpfries. Ja gut, hier wird nie in Promots einer uns entgegenkommen. Ah, sag niemals nie. Pff, glaub ich nicht. Aber oh, jetzt wird wild. Okay, hier mit nem Ries, also hier mit der Dampfblock. Hier kann Tarsik mal mit seiner komischen Lok lang fahren. Oh, das ist easy. Ja, stimmt, hast du recht. Der ist Island erprobt. So, keine Ahnung, was auf dem Schild steht. Ich kann es nicht lesen. Irgendwas mit Danger. Ich weiß nicht. Danger. Ich kann kein Französisch. Attention, Attention. Yes. 30 ist hier. Hä, Navi sagt aber nicht 38, Navi sagt 38 Meilen. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Wieso hast du, hast du die englische Version eingestellt? Ne, bei mir steht 48 und ich denke, hä? Das ist gerade bei 30 und nicht 48. Aber ja, es sind 30 Meilen, steht auf den Schildern. Ja. Er rechnet es mir ja um. 48 sind glaube ich ungefähr 80 kmh oder so. Ne, 48 kmh, also mein Navi zeigt mir immer die kmhs an, die Kilometers, aber auf den Schildern hier steht es natürlich in Meilen. Ja. Und wenn da ein 30er Schild steht, dann sind es halt 30 Meilen, was halt 48 Kilometer die Stunde sind. Oh, hier fotografiert einer, aha. Ja, ich glaube 50 Meilen waren 80 kmh und da habe ich so irgendwas dazwischen. Das war glaube ich 64 gar umgerechnet. Um und bei, ja. Also ich weiß, dass 100 Meilen sind 160 und 60 Meilen sind 100. Um und bei. 97 halt, um genau zu sein. Was ja das Navi auch anzeigt. So, da ist nächste Fähre. Hier müssen wir rein. Nächste große Boot. Entschuldigung. große Boot. Vor allen Dingen im Boot müssen wir mal rechts reinfahren. Boot, so, wer ist dieser Linksverkehr? So, Loch Madi, was? Von Loch Madi nach Uig. Klingt wie so eine hawaiianische Ureinwohnersprache. Ja. Und hier endet es. Sind wir da, oh okay, es endet hier. Dann sind wir da halt mal lang gefahren. Jetzt müssen wir von hier aus nochmal reinfahren und zwar weiter Richtung Norden. So, wie heißt denn hier der Ort? Der heißt, öh, zeigt er mir nicht an. Der hat keinen Namen. Los. Wild. Wo ist denn der? Ach, mögliche Fahrtziele. Ich muss gar nicht mich bewegen. Nach Tabert. Wir müssen jetzt nach Tabert fahren. Äh, Aouch, wieso habe ich denn jetzt hier Schaden gekriegt beim Rausfahren? Wild. Oh, Kiel, Deutschland. Das kenne ich. Na toll. So. Äh, Ups, das war, das war eine Schuld. Wo fährst du hin? Wir haben Skeletor verloren. Einmal mit dem Schiff nach Tabert. Du kannst natürlich auch mit dem, Ne, kannst du nicht. Du kannst noch mit dem Schiff hier rüber. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, du wolltest, du wolltest erst mal nach, äh, Broadford oder wo? Ne, nach Tabert. Also, da wo wir eben mit dem Schiff rausgekommen sind, dieselbe Fähre nimmst du nochmal. Demnächst rechts abbiegen. Deswegen weiß ich nicht ganz, wo du hinfährst. Ach so. Ja, ich habe mich nicht vom Fleck bewegt. Biege nach rechts ab. Ich dachte erst, ich muss irgendwo anders hinfahren. Oh Gott, wenn in zehn Zügen. Weißt du was? Ich check mal die Tanke hier vorne aus. Mal gucken. Dann mach das. Hol dir eine Faxe. Mach ich. Hm? Ein Fax? Haha. Ach, da unten? Ja. Route neu berechnen. Ja, moin. Guck mal, hier ist nämlich Onkel Heinz in seine Tanke. Oh, das ist zwei Zapfsäulen beziehungsweise noch eine. Das ist auch so eine kleine typische Orts-Dorf-Tankstelle, ne? Ja. Ich habe gerade den Musikplayer ausgewählt. Zwei Euro zwei. Na gut, wird nicht günstiger, ne? Hm. Und gleich im nächsten Ort. 1,68. Ja, kostet ja so viel, wie ich eben bezahlt habe. Ja. Ja, 407 Euro. 696. Ich könnte sprinten auch 1400 Kilometer, das reicht. Ja. Ja, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt, aber irgendwann muss ich oben. Ah, ein Skeletor. Jo. 1, Gris. Yes. Nee, Gris ist morgen. Ach nee, Gris ist morgen nicht da. So, mal gucken. Ich habe ja schon wieder gehört, meine Gruppe hat morgen viel vor. Nee. Da bin ich mal gespannt, du. Ja. Äh. Weiß nicht, hast du zufällig auch grounded? Nee, leider nicht. Aber habe ich mir schon auf der Wunschliste notiert. Okay, ja, hätte er sein können. Weil, äh, Und da müsste ich auch komplett neu einsteigen, also. Ja, ja, es ist natürlich, äh, es ist natürlich schwierig. Ich habe schon, ich habe schon Kritik gehört, wir würden wohl wieder, wieder viel zu lange brauchen. Ach. Aber ich nehme, ich nehme diese Kritik nicht ernst, weil sie kommt, äh, zum einen mit einem lachenden Auge eventuell, hoffe ich, nehme ich mal an. Ich bin da ja nicht so. Äh, aber es, aber sie kommt, oh, hier könnte tatsächlich eine, eine verbotene Passage gerade gewesen sein, wo wir noch vorbeigefahren sind. Ähm, sie kommt von jemandem, äh, oder aus einer, aus einer Richtung, wo ich generell immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass sobald man ein Spiel länger dauert als, äh, drei, vier, fünf Stunden, das schon gleich, nee, das geht nicht, das kann man nicht machen. Oh, ja, die Leute. Und, äh, beziehungsweise, ja, also, wir, natürlich lassen wir uns Zeit, ganz klar. Aber ich finde auch, wenn, wenn, wenn einem Spiel Spaß macht, und, äh, da sollte man das auch so spielen, wie es einem, äh, gefällt, und, definitiv. Und Grounded ist kein Spiel, was man in, äh, in, in, zehn Stunden oder so durchkloppt. Nee. Da brauchst du halt, äh, äh, wie gesagt, ich weiß nicht wie lange, am Kreisverkehr, Sornoway. Da könnt ihr auf diesen komischen How Long to Beat ja mal gucken, und dann rechnet ihr das mal zwei, dann wisst ihr ungefähr, wie lange, wir denn dafür brauchen. Und, äh, ganz ehrlich, wir zocken es jetzt seit, bis, 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 ich hab immer noch Spaß, ich hab überhaupt gar kein Problem. Wir sind bei rund 70 oder 80 Stunden, weiß ich nicht, müsste man mal gucken. Ui. Lippert sich, Joa, das ist, genauso wie bei ETS, wenn man, wenn man Spiele mögt, dann spielt man sie halt auch jahrelang. Rechtsabillen, also bei ETS hab ich mehr Stunden. Aua. Ach, das macht jetzt ein bisschen blöd. Oh ne, wir haben einen Auflieger gerade auch, der Polar war ich, du rückst nicht. Ne. Aua. Ich hab, ich hab zu hart gebremst und bin dann, äh, wo will ich hin? Ich will da hin. Ah, ist das ein Kei- Hä? Junge, okay, warte mal. Ich fahr mal vor. Will der jetzt rein, oder wie? Ja, der will da rein. Ach so. Deswegen, der lässt euch vor, weil er fährt falsch. Du kannst sagen, es ist linksverkehr, Kollege. Mhm. extra beast, dem ist rechtsabillen. Weil ich muss echt nicht beim Anlegauf passieren, weil der hinter der Axte gerade fast schon wieder den Fall aufgehört. Rechtsabillen, ne. Dum, 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 dum. Ja, das war aber auch gerade ein bisschen, ne. Ich hab gebremst, bin halt nach links gezogen, weil die Bremsung, wenn ich da gegen den... War natürlich auch kein Straßenschild oder so. Ich habe auch Spaß. Das ist schön, oder? Das ist, wie gesagt, ihr könnt immer sagen, wenn nö. Main Story, 24 Stunden. Guck mal, alleine 24 Stunden, das ist, also, das würden die nie... Wir sind heile angekommen. Aber solche Leute, solche Leute hast du echt überall. Ja, ich find's tatsächlich, also, ich hab auch, ich weiß, oder ich kann mir vorstellen, wo das herkommt. Das ist so dieses, äh, ich mein, es kommen einfach viel zu viele Spiele, viele Spiele auch raus. Die kannst du gar nicht mehr alle spielen. Deswegen hab ich manchmal das Gefühl, die Leute so, ah, ich muss dieses Spiel spielen, weil ich hab noch dieses Spiel und dieses Spiel und das Spiel. Ja. Und da drüben ist auch noch ein Spiel und erster Aufenthalt in Ullapool. Ähm, es sind halt dann einfach Spiele... Ich will mich rüber zum Face. Ist das schon Programm? Noch nicht, aber bald. Ach so, okay. Ja, gut. Wobei, ich hab den Streamer-Mode an. Ich würd's eh nicht mitkriegen, es sei denn, mein Lurky-Dings sagt Bescheid. Alles klar. Danke dir fürs mitgefahren haben. Boop, Boop. Äh. So, jetzt müssen wir gucken. Ich glaub, jetzt müssen wir nach Farua. Farua. Nee, oder jetzt fahren... Genau, jetzt fahren wir nach Tursuche. Ey, warte mal, ich muss mal auf die große Karte gucken. Was? Äh, ich hab auch schon... Facey sagt, an 20 Minuten geht es los oder ich gebe Bescheid. Wie gesagt, 20 Minuten. Ach so, okay, alles klar. Kannst gerne Bescheid sagen. So, ich glaub, jetzt müssen wir nämlich... Ja, wir hätten auch fahren, wir hätten gar nicht die Fähre nehmen müssen, aber egal. Äh, wir fahren jetzt nach... Ist da noch irgendwas? Nee. Also, da wäre ne... Ich weiß nicht, ob ne Garage oben in... Was ist denn das? Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Also, über... über Tor so, also quasi im Norden von Schottland. Ob da ne Garage Sinn macht, da wäre eine, aber ob das Sinn macht? Weiß ich nicht, muss du wissen. Also, ich hab fast überall eine. Oh, warte mal, Steam sagt 94 Stunden bei Grounded. Warte, ich guck mal kurz nach. In Kirkwell wäre ne Garage. Wo wäre ne Garage? In Kirkwell. Ja, das ist die, das ist was ich meine, ne? Ja, aber ich weiß nicht, wie die, wie die Ecke da oben heißt, deswegen... Das müsste halt Nord-Schottland sein. Grounded, grounded... Grounded, wie die Ecke? Grounded. Da bin ich bei 127, 128 Stunden. Ja. Hälfte der Errungenschaften? Easy. Wer hat denn noch auf der Wunschliste? Papi und Schuni. Aha. Kürziges Spiel, seit 7,7 Stunden. Aha. Wild. Gut, du hast noch 2 Stimmings mehr als ich plus Farben. Ja, das ist wahr. Vic. Wollen wir nach Vic? Hm. Ja, von hier aus noch Vic. Dann nach Torso. Junge. Ah. Ach, Rudi, was, warum machst du das denn so? Hör doch mal auf damit, das so zu machen. so. 4, 5, 5, äh, ja, eine Garage in Kirkwall macht glaube ich keinen Sinn. Dann fahren wir von da nach Torshaven und von dort aus und von dort aus dann gucken wir mal, ob wir nach Bergen fahren können. Das müsste eigentlich passen. Vielleicht machen wir in Bergen dann Feierabend, dann kann ich demnächst da einfach mal hochfahren. Das wird so mein nächster. Mein nächster Way. Okay, alles klar, dann ist sie. Jetzt allerdings könnten wir ne, ich mach mal ne Fracht nach Torso. Jo. Lass uns loslegen. Das ist schon noch kleine. Genau, ja, mal gucken. Torso. Torso, Vereintes Königreich. Was gibt's denn hier? Birnen könnten wir fahren. Bohnen. Welche Firma, welche Firma ist denn bei uns hier in der Nähe? Tesco gibt glaube ich nur eine, ne? Ne, DHL gibt's auch noch. Bohnen, Birnen oder Bohnen? Rollrasen gibt's auch noch. Tomaten, Kartoffeln, warte mal, kann ich hier? Ach, ich kann hier, Knoblauch, Milch, Flam, Rollrasen. Echt, die Rollrasen irgendwie. Gras, Vieh. So, machen wir das mal so. Tesco, los. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Guck mal, was ich so fahre. Wiege nach links ab. nehmen wir mal Diesel, Immer geradeaus. Ja, Diesel ist gut. Wo seid ihr jetzt hier gefahren? Äh, wir fahren jetzt nach Torso. Wiege nach links ab. Also, welcher Firma mache ich? Äh, Tesco. DHL und Tesco. Ja, Tesco mache ich. Ich meine, DHL ist ja auch gleich in der Nähe. Aber mal. Aber jetzt aus, da gibt's ja nur eine. Ja, das kann sein. So, wo muss ich jetzt hin? Hallo, wo ist mein? Hallo, wo Trailer? Junge, wo ist Trailer? Wo ist Firma, vor allen Dingen? Ach da, Tesco. Ich sollte vielleicht auch mal gucken, aber ich fahre halt nach Navi. Ich gucke halt nicht. Fenster, ich habe gar keine Fenster bei mir im Truck. Fenster sind Strukturschwächen, da gucke ich nicht raus. Ich glaube, das ist realistisch, oder? Von so einem Einkaufsladen, äh, Diesel fahren. Ja. Na ja, vielleicht haben die eine Tanke. Warte, ich muss noch mal ein bisschen zurückfahren. Ich stehe mal wieder nicht richtig im Tanke, jetzt stehe ich richtig. Kann, kann ich unterwegs, äh, äh, auftanken, mein LKW, falls ich was hab? Ja, genau. Weil direkt rückwärts rein, ist für mich einfacher. Ach ja. Ich habe Rollrasen. Weil jetzt sind hier Leute, kann ich Leute umfahren? Achtung, ich bin jetzt Flammeibel. Na, wobei, Diesel. Ey, warte mal, hä? Warte mal, jetzt muss ich nach vorne? Nee, muss ich hin, da. Ich bleib erstmal hier stehen, damit ihr da so. Hast du extra den Diesel genommen? Wo hast du den Diesel her? Ich will auch Diesel fahren. Ich habe ADR. ADHR, oder wie das heißt. Musst du rechtsklick auf meinen, äh, Namen machen, und dann kannst du, äh, Job klauen. Was, was kriegst du, ey, sag mal, was kriegst du für deinen Diesel? Äh, 21.000 Auftragsvergütung. Und du? 21.000, ich kriege, also insgesamt, 15.000, okay. Du fährst nach Torso, ne, ich nehme mal deinen Auftrag an. Oh, was? No, ich habe den, ich habe, hä? Shit, ich habe den, nee, warte mal, ich habe den Trailer aber noch nicht aufgenommen, warum kostet mich das jetzt Geld? Egal. Nee. Kriegst du ja mit der anderen Tour wieder rein, die paar Piepen. Was ist das für ein Quatsch? Hä? Ich habe den Trailer aber noch nicht aufgenommen. Ich will nicht. Warte mal, ich gehe mal, kann ich nicht. Was für dich überhaupt gerade? Ich kopiere mal den current Job. Feel free to customize it. Achso, äh, diesel von Tisca noch. Ich mache mal von Annabelle take this job immediately. Ich mache mal das. Hier ist der Leck in Courageable. Oh, nee, der sagt auch, ich muss 12.000 zahlen. Ja, nee, dann, dann muss ich das, ey, ich weiß nicht, warum muss ich das denn jetzt machen? Finde ich ein bisschen wild irgendwie. Na gut, dann kriege ich halt nur 5.000. Dann so. Dann ist dann so. Komm hin, 12.000 für meinen Auftrag. Was fährst du? Ahorn Sirup. Achso. Ahorn Sirup. Ich habe schon wieder vergessen, was ich kaufe, äh, transportiere, ich schaue, ach, Rollrasen war es, genau. So, wir können los. Jo. Upfort. Upfort. Warte, ich gucke mal rein in deinen Diesel-Tank. Scam, da ist gar nichts drin. Bei dir ist ja auch kein Rollrasen. Äh, das soll so. Oh, ich bin irgendwo, upsie. Na gut, dann fahre ich halt. Äh, Hilfe. Fahrt ohne mich. Ja, ja, Fahrt mit viel Funktion. Das, äh, ich fahre gleich Werkstatt. Kein Problem. Da ist Brot auf die Funktion, nichts anderes. Genau, ich fahre, ich fahre auf dem, auf dem Weg. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ja, 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 Neue Route, neue Route. Ich biege nach links ab. Ich biege nach links ab. Route neu berechnen. Biege nach rechts ab. Schön hier an der Küste entlang. Ja. So. Immer geradeaus. Danke, Güte. War schön. Hat er mir auch noch den LKW gewaschen. Mega. Ich warte hier kurz an der Tankredakte. Kannst du aufholen. Ich bin direkt hinter die Sch... Gut. Kannst weiterfahren. Ja, warum nicht? Ihr könnt auch mal vorfahren. Kann ich mal Leute failen sehen hier. Ich erwarte Großartiges. Und dann Michael Bay Explosion. Ja, ich muss das echt mal rausnehmen. Ich weiß nicht, ihr kriegt glaube ich nichts, aber ich kriege die ganze Zeit meinen Aktivitätsfeed hier von, von, wie heißt das? Throne oder so. Geschenkerinnerung. Schau dir mein vorgestelltes Geschenk an. Eurotruck DLC Gedöns. Blah. Ich hab ja mal auf meine Wunschliste das draufgesetzt. Und seit man das mit Twitch verbinden kann, sagt der Ding in der Zeit, hallo hier. Ja, sowas krieg ich nicht. Tatsächlich. Ich brauch's ja auch nicht mehr, weil ich hab ja alle DLCs. Nee. Ich hab damals mal gedacht, oh, warum nicht? Und Primo hat ja mal irgendein DLC rüberwachsen lassen. Der hat tatsächlich mal gesagt, hier, ich schmeiße dich mit. Ich weiß nicht. Also euer Truck ist komplett von euch bezahlt hier. Wie sieht's denn eigentlich aus mit, äh, ATS? Hättest du da mal Bock? Äh, den hab ich auch. Hab ich den? Oder jetzt lüge ich? Ich glaube, nee, ich glaube, ich lüge nicht, aber ich hab da keine DLCs für. Weiß ich nicht. Ich würd tatsächlich erstmal den ETS durchfahren. ATS irgendwie so, mh, fühl ich schon nicht so. Weil, äh, da gibt es auch, äh, richtig geile Mods für und die sind schon, hui. Ja. Äh, ja. Aber du wolltest ja erstmal Standardspiel, ne? Wenn dann. Nee, also, äh, ATS gleich TMP und also Quatsch. Oder was soll ich da großartig mit Mods irgendwie? Äh, bei, äh, ATS ist TMP nicht so. Also, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Ja. Deswegen muss eigentlich auch nicht sein. Also, ich hab wenig Bock auf Gallonen und Meilen und hast du nicht gesehen. Also, natürlich, klar, ist es auch geil, mal durch Nevada zu brettern oder Texas oder I don't know. Mhm. Aber, weiß ich nicht. Nö. Ja, weil es sind teilweise, darfst du da auch erlaubt, 126 km auf dem LKW fahren. Ja. Ne. Was weiß ich, was Hack 126 ist. Naja. Nö, da fahr ich lieber hier. Hier rum. Wie gesagt, wenn dann auch ein bisschen mehr los ist. Ah ja, da geht's los. Okay, dann fahren wir die Tour jetzt noch zu Ende und dann... Jo. Ist blöd. Direkt, meine ATS LKW fahr ich aber nicht, fahr ich aber sowieso nicht mit Schaltung. Das Ding hat 80 Gänge. Oh. Da bist du ja nur am rumrühren. Du, ich durfte mal so ein Ding in, in, in echt fahren, ne, so ein Army Truck und, äh, da musst du wirklich rumrühren wie so ein Beklopter in den Gängen, ey. Das ist nicht mehr feierlich. Ja, ich glaub, höchstens, was ich hier Schaltgetriebe gefahren bin, war Achtganggetriebe. Ja. Das hat's alles nur Automatik. Danke, Nosa. Ich hab das Flilip eben schon gehört. Flilip? Jep. Ich hab nicht den, den Streamer-Mode ausgemacht. Dann hör ich auch. Oh, ein Hase. Fump. Oh, das sieht aber gefährlich. Das sieht aber gefährlich bei euch da vorne aus. Ich hab ein bisschen Rasen mitgenommen. Am Kreisverkehr ist der Ausfahrt. Da hab ich doch den Rasen hier. Nimm diese Aschwart. Den Hasen und den, ah, Hasen. Oh Gott. Ich hab beinahe die Laterne mitgenommen. Das war der, das war der Kreisverkehr. Ja. Wobei, ich hätt die, ich hätt die, äh, Laterne nicht mitgenommen, weil, sie ist solid. So, Gegner. Ja. Ein Gegner? Ja, sag ich immer. Okay. Alles sind meine Gegner. Ja. Ihr Revier ist die Autobahn. Ihr Tempo, na, geht so. Hasiges. Ihr war schon bei meiner Rasen-Action gerade vorne an der dichte Leitplanke geworden ist. Das war nämlich verdammt knapp. Die Leitplanke so, ma hallo. Die war, die war mal da. Ja. Ach, na toll. Jetzt kriege ich auch Benachrichtigung von dem Server, wo ich eben rein gejoint bin. Bei mir auch gerade, wo du in dem Moment gesagt hast, Flip. Achso, bist du auch rein, oder was? Nee, das war auf dem anderen Server. Genau in dem selben Moment so, Flip. Ja, ich muss echt noch mal gucken. Also ich finde VanCord, ich habe ja eine Discord Erweiterung quasi. Finde ich ganz gut, aber ich denke, ich werde auf Better Discord wieder zurück wechseln, weil, ähm, ich hätte schon ganz gerne eigene Sounds. Ach, kann man da seine eigenen Reifen zufügen? Das ist was, was ich bei Discord nicht verstehe, warum du nicht eigene Sounds reinpackst. Nicht mal mit Nitro. Echt nicht? Nee. Klingt alles gleich. Das heißt, immer wenn es Flip macht, oder woanders, wenn ich in anderen Streams Discord höre, denke ich immer, oh, was ist denn bei meinem Discord? Teilweise sogar bei meinem eigenen Auf-, bei meinen eigenen VODs. Du musst nur aufpassen, dass du nicht erwischt wirst. Ich werde nicht erwischt. Da ist gar kein Problem. Me is like a ninja. And me is bread. Da muss ich immer an hier, ähm, wie hieß der eine, äh, von Rider bei, äh, geht ja San Andreas denken. Hier immer CJ, äh, Ninja Mission und so. Äh, also mit Rider sind wir ja eingebrochen. Und Ninja Mission? Ja, mit diesen ganzen Schleich-Missionen, wo, 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 wo Rider dann so CJ immer sagt, du musst leise sein. Ja, aber das waren noch Riders Missionen, oder nicht? Ja, auch. Ja. Wie gesagt, in die, in die, in die Army Base. Ja. Ja. Die Army, mein Mann, die Army. Sie sind so weken Soldaten. Get that smoke on my face. Ja. Ja, genau. Ich fand die Mission aber geil mit dem, mit dem Gabelstapler da durch die Gegend. Bis ich herausgefunden habe, wie man da am besten durchkommt, das hat schon ein bisschen gedauert. Mhm. Weil man den echt karke fahren kann. Oh, was hat er denn hier schönes? Ein Kran? Nee, das ist hier so eine Asphaltfräse. Achso, das rote Ding, ja. Der King Master. Ja, ja, ja. Den nächst links abbiegen. Oh, ich kloan. Nee, wobei, ich, hä? Mann, ich wollte geradeaus weiterfahren. ich fahr jetzt geradeaus, weil ich war beim letzten Mal schon nicht da mal gefahren. Neu berechnen. Ich will doch noch Vic und John besuchen. Vic Medi-Knight. Das auch. Ich meine sowieso egal, weil wir kommen jetzt über links, dann kommt Chris von rechts. Nee. Ja. Nein, das bin ich wieder alleine mit mir im, im CB-Funk. Oh. Na ja, wir haben ja dieses 5, 5G. Aber das haben die meisten anderen, äh, Gruppen tatsächlich auch in TMV, die fahren auch meist mit Discord. Ja, das ist ja auch ein bisschen nervig mit dem, also die Reichweite ist halt einfach nicht geil. Die müsste, weiß ich, zehnmal so groß oder so. Ich meine, das sind 1000 Meter, was ist denn das für den CB-Funk? Also 5 Kilometer kann ich verstehen. Ich glaube, CB-Funk geht aber noch weiter. Ja. Also, wenn du so ein gutes, äh, Staubbo hast, ja. Wie geh nach links ab? Was für ein Ding, ein Staubbuch? Stabo. Staatspolizei. Nee, Staats, Staats, obwohl, weiß ich nicht. Mit der Scheiß nicht. Staubbo. Ja, wir müssen ihn sowieso hier abbiegen. Also, ja, stimmt, ne? Stimmt. Ich drehe mal oben. Ach, deswegen hat er mir das dahin gemacht. Ich so, äh, Navi, geh mal nach, nach Tor so. Ach, stimmt, ich hab, ich hab die Navi-Punkte gelöscht, als ich den Auftrag angenommen hab. Ja. Ja, das ist da auf der A 862, 100. Gott, nee, dann passt das, ja. Ich darf gleich in Tor so sowieso mal erst mal in die Werkstatt. Wir haben gerade voll gegen das Schild geändert. Oha. Dengel, 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 Dengel. Genau, ne, mein LKW hat Günther eben repariert. Ja, ich dachte, ich krieg die Kurve, doch, aber nein. So, wer zuerst bremst, bliege nach links ab. ich bremst zuerst. Ohiuiui, ich bin gleich nochmal, nochmal müde. Das hab ich von hier hinten gesehen, doch. Ui. Sie sind am Ziel, an die Krokod und ihre Rundfügel ist damit abgeschlossen. Ja, ich hab nicht bedacht, dass wir jetzt Ghost sind. Ich bin einfach, ich hätte bei dir auch hinten mitfahren können gerade. Geister, Weißbrot. Wo ist, was ist das im Moment schon wieder hier? Ständig. Ja, wobei, ich hab ja im Moment das Raft, die ersten Streams von Nosa und so weiter, jede Raft und so und da auch ständig Weißbrot. Das ist auch so ein, äh, hier, äh, Ding von uns mittlerweile, ne? Ja. Einmal bei Facey und dann so, zack. Ja. So, naja, ich mein, ich kenn das ja schon. Echt? Kann mich nicht dran erinnern. Doch, doch. Achso, ja, und, äh, ähm, der, oder? Wie war das? Also, ihr habt jetzt quasi gerade für mich die zweite Insel gemacht, das, ähm, äh, Vatarian Boat oder wie das heißt. Waga, Waga Sakatan. Also, das, die Luxusjacht halt. Und ich glaube, davor hat schon ein Teil gefehlt. Aber wie gesagt, ihr habt plötzlich nämlich zwei, ein zweistöckiges Boot gehabt. Ich glaube, der zweite Stream, der zweite Stream fehlt. Wie oft habe ich geschrien? Oh, da waren wir ein paar Mal. doch, doch, als die Ratte da war, da war wild. Da musste ich ein bisschen runterdrehen. Fahre mal zur Werkstatt und beantet auf euch. Okay, vielleicht nehmen wir noch die, wie, wie viel, wie viel, Nosa, wie viel, wie sieht der Countdown drüben aus? Äh, lila. Pink. Ja. Was fahre ich eigentlich für ein Quatsch zusammen gerade? Oh, 20 Sekunden, alles klar. Nee, dann, oder so, zack, streamer Ende, tschüss. Ja. Genau, ich fühl's heute nicht, alles klar, dann geht's, Nee, das hab ich, das hab ich gelernt, man soll tatsächlich den, den Stream dann kurz anhaben, dann sagt man, oh Leute, ich fühl mich nicht und dann, dann kann man den ausmachen. Aber man war da. Ausgezeichnet. Was ich voll okay finde. Ausgezeichnet. Ja. Oh, Level 30, mh, sad. So. Ja. Nee, dann sind wir in Torso. Mach mal hier der Dings, Torso. Ja. Und dann, äh, weiß ich nicht, für nächstes Mal, irgendwie werd ich von hier aus dann irgendwie versuchen, mal nach Bergen und dann, ja, das Problem ist, bei Bergen kannst du leider nicht Richtung Norden fahren, da musst du über Oslo, über Oslo fahren, aber ich seh, dass ich in Oslo noch ein, ach ja, in Oslo hab ich diese eine, ja, da hab ich nämlich diese crazy Abkürzung hier genommen, da war ich plötzlich hier irgendwo oder hier, weil ich dachte, ööööö, ich hab den Punkt nicht gekriegt, dann fahr ich zurück, ja, nee. Ach so, ja, du kannst, du kannst in Oslo nämlich die, die Seiten nicht wechseln von der, von der Bahn, da musst du irgendwo weiter hinten drehen. Die haben sie aber auch wild gemacht. Ja, und den Fotopunkt, den kriegt man von irgendwo speziell, aber ich weiß nicht von wo. 24.000, das geht ja noch. Nice, dann schließt mal eure Aufträge ab. Ach so, wobei, ist mir doch egal, ich muss ja gar nichts machen, ich geh einfach raus. Ihr seid mir egal, so, tschüss. Nee, aber ich denk die ganze Zeit, ich hoste halt immer noch irgendwas, weil ich hoste, ich bin ja ständig der Horst. Dann geh ich einfach raus hier, so. Oder ich mach mal, ausnahmsweise mach ich mal einen dicken, fetten Speicherpunkt hier. Speichern und dann Raid rüber zu FACY. Ja. Äh. Hm. Hm. Oder ich weiß nicht, wo wolltest du rüber Raiden? Ja, doch, ich Raid rüber. Definitiv. So, 302.000. Ich find aber auch immer noch den einen Speicherpunkt, Speicherpunkt geil, äh, Nosa hat gesagt, so. Ja. Der heißt jetzt, Nosa hat gesagt und ich so, nö. Klappt nicht. Was? Aber ich so, nö? Ja, ich so, nö. Ich hab halt gesagt, nö. Klappt, klappt halt nicht. Probieren wir mal ein anderes Mal aus. Die, die Mods sind jetzt nicht ganz so wichtig. Wie gesagt, deswegen ja wirklich echt nur das, das Neuronavi, Navi und da kann ich auch drauf verzichten. Ach so. Mhm. Gut. Dann haltet euch mal alle fest. Ich geh einfach mal schon mal hier aus dem, aus dem CB-Funk raus und sehen wir uns drüben. Ich halte mich fest. Mach das. Danke fürs Mit, äh, gefahren. Wie gesagt, wenn ihr gleich alle noch drüben eine Runde mitmalen wollt, macht das gerne. Es gibt gleich Gartich Phone bei FACY drüben im Community Friday. Oh ja. Ansonsten sehen wir uns irgendwann nächste Woche. Denk ich mal wieder mit einer spontanen Runde ETS eventuell. Äh, in der Woche, in der Woche oder Freitag. Irgendwann. Wir können sonst auch gerne wieder Freitag sagen, weil ich ja die Woche wieder Timberborn dann habe. Dann mach ich gleich von vornherein den Freitag als ETS. Jo. Ja? Cool. Machen wir das so. Guti, dann ist das gekauft und, ähm, so, schmeiß ich euch jetzt raus. Genau. Gut. Ich muss nur erst mal wieder alles aufmachen hier. Also bis gleich. Tschü. 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 So, Face on Arsch, Stick. Schmeiß ich euch da jetzt rüber. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Ich hoffe. Tada! Da ist er. Der Mann, der König mit dem Umhang. Der König aller Stöcker. Ich bedanke mich da nochmal ganz Herzlitsch. Es war wie immer ein... Es hat viel Abreibung gegeben heute. Die gute Art. Auf der Straße. Wir haben wieder sehr viele Leute glücklich gemacht, die mir Waren ausgeliefert haben. Ich hoffe, sie waren ganz zufrieden mit mir. Und wenn ihr Bock habt, malen wir jetzt noch ein bisschen drüben bei Faisy. Und... Ja. Ich empfehle dem ChrisCard weiter, da einfach mal reinzugucken. Da findet ihr zum Beispiel immer deine Informationen, wenn wir mit irgendwelchen Spielen live gehen. Unter anderem mit ETS, weil eigentlich, ihr seht es ja, wäre Timberborn heute gewesen. Aber ich habe gedacht, nö, wir hatten die ganze Woche schon Timberborn. Und jetzt gehen wir rüber. Bis gleich. Tschüss. Ich muss ja noch anmachen. Ich höre nichts. Finde ich gut. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, sie sch favoriert. Vielen Dank.